Die Furcht des Weisen Die Königsmörderchronik Zweiter Tag Teil 1 von Patrick Rothfuss Aus dem Amerikanischen von Jochen Schwarzer und Wolfram Ströhle Gelesen von Stefan Kaminski Prolog Eine dreistimmige Stille Der Morgen nahte. Das Wirtshaus zum Wegstein lag in Stille, und es war eine dreistimmige Stille. Der vernehmlichste Teil dieser Stille war umfassend und lastend und verdankte sich dem, was fehlte. Hätte ein Gewittersturm geweht, so hätte Regen auf die Seelersranken hinterm Haus getrommelt und geprasselt. Donnergrollen hätte die Stille wie fallendes Herbstlaub die Straße hinabgescheucht. Hätten sich Reisende in den Zimmern geregt, so hätten sie mit ihrem Gemurmel und Bettengeknarre die Stille wie halb schon vergessene Träume zum Verschwinden gebracht. Wäre Musik erklungen, aber nein, natürlich erklang keine Musik. All das fehlte, und so blieb es still. Im Wirtshaus zog ein dunkelhaariger Mann sehr behutsam die Hintertür hinter sich zu. In vollkommener Dunkelheit schlich er durch Küche und Schankraum und die Kellertreppe hinab. Mit der Leichtigkeit langer Erfahrung wich er dabei Dielen und Stufen aus, die unter seiner Last geknarzt oder geächtzt hätten. Seine langsamen Schritte machten auf dem Boden nur das allerleiseste Tapp. Damit fügte er der großen, lastenden Stille seine kleine Verstohlene hinzu. Daraus entstand ein Gemisch mit einer gegenläufigen Stimme. Die dritte Stille war weit weniger vernehmlich. Hätte man lange genug gelauscht, so hätte man vielleicht begonnen, sie in der Kälte der Fensterscheiben und der glatt verputzten Wände des Zimmers des Wirts zu erahnen. Sie ruhte in der dunklen Truhe, die am Fußende seines harten, schmalen Bettes stand. Und sie ruhte in den Händen des Mannes, der reglos darauf lag und auf das erste, fahle Licht der Morgendämmerung wartete. Der Mann hatte leuchtend, ja flammend rotes Haar. Seine Augen blickten dunkel und abwesend, und er lag dort mit der resignierten Miene dessen, der jede Hoffnung auf Schlaf längst aufgegeben hat. Das Wirtshaus gehörte ihm, wie ihm auch die dritte Stille gehörte. Und das war nur recht und billig so, denn sie war die größte der dreifachen Stille und schloss die anderen ein. Sie war so tief und so weit wie der Spätherbst. Sie wog so schwer wie ein großer, vom Fluss glatt geschliffener Stein. Es war der geduldige, blumensichelnde Laus. Apfel und Holunder Bast lehnte gelangweilt an dem langen Mahagonitresen. Er sah sich in dem leeren Schankraum um, seufzte und kramte ein sauberes Leinentuch hervor. Dann begann er mit resignierter Miene einen Abschnitt des Tresens zu polieren. Bald darauf beugte er sich vor und beäugte einen bis dahin übersehenen Fleck. Er schabte mit einem Fingernagel daran herum und runzelte angesichts des Schmierfilms, den sein Finger hinterließ, die Stirn. Sich noch weiter vorbeugend, hauchte er auf die Stille, sodass sie beschlug und polierte energisch nach. Dann hielt er inne, hauchte noch einmal aufs Holz und schrieb mit dem Finger ein obszönes Wort in den Dunst. Dann warf er das Tuch beiseite und ging zwischen den leeren Tischen hindurch zu den breiten Wirtshausfenstern. Dort blieb er einen Moment lang stehen und sah auf die unbefestigte Straße hinaus, die durch die Mitte des Orts verlief. Er seufzte erneut und fing an, im Raum auf- und abzugehen. Er bewegte sich mit der beiläufigen Anmut eines Tänzers und der vollkommenen Nonchalance einer Katze. Doch wenn er sich mit den Händen durchs dunkle Haar fuhr, wirkte diese Geste rastlos. Seine blauen Augen blickten unablässig im Raum hin und her, als suchte er nach einem Ausgang, als suchte er nach etwas, das er nicht schon hunderte Male gesehen hatte. Doch da war nichts Neues. Leere Tische und Stühle, leere Hocker vor dem Tresen, auf dem Buffet dahinter ragten zwei mächtige Fässer empor, eines für Whisky, eines für Bier. Zwischen den Fässern stand ein buntes und vielgestaltiges Flaschensortiment, und über den Flaschen hing ein Schwert. Basts Augenmerk richtete sich auf die Flaschen. Er betrachtete sie abwägend, kehrte wieder hinter den Tresen zurück und nahm einen Tonkrug zur Hand. Er atmete tief ein und wies mit dem Zeigefinger auf die erste Flasche der unteren Reihe. Während er mit dem Finger an der Flaschenreihe entlang fuhr, sang er leise vor sich hin. Meid und Maibaum, Zwist zu zwein, Esche, Asche, Holderwein. Beim letzten Ton zeigte er auf eine gedrungene grüne Flasche. Er entkorkte sie, probierte ein Schlückchen und verzog schaudernd das Gesicht. Schnell stellte er die Flasche zurück und nahm stattdessen eine bauchige, rote zur Hand. Auch von deren Inhalt kostete er, bewegte nachdenklich die befeuchteten Lippen aneinander, nickte und goss sich ein ordentliches Quantum ein. Dann deutete er auf die nächste Flasche und setzte seinen Sing-Sang fort. Frau am Feuer, Mondgesicht, Fichte, Fenster, Kerzenlicht. Diesmal war es eine klare Flasche mit einer hellgelben Flüssigkeit darin. Bast zog den Korken heraus und kippte sich ohne zu probieren einen Schuss in den Krug. Dann stellte er die Flasche beiseite, schwenkte den Krug dramatisch und trank einen tiefen Schluck. Ein Strahlen zeigte sich auf seinem Gesicht und er schnippte mit dem Finger an die Flasche und ließ sie hell erklingen, ehe er seinen Sing-Sang wieder aufnahm. Bierfass, Barfuß, Stein und Stock, Wind und Wasser, eine Diele knarrte und Bast hob den Blick und lächelte freudig. Guten Morgen, Rishi. Der rothaarige Wirt stand am Fuß der Treppe. Er strich sich mit den feingliedrigen Händen über die saubere Schürze und die langen Hemdsärme. Ist unser Gast schon wach? Bast schüttelte den Kopf. Hab keinen Mucks gehört. Er hat ein paar harte Tage hinter sich, sagte Code. Das hat ihn jetzt wahrscheinlich eingeholt. Er stutzte, hob den Kopf und schnupperte. Hast du getrunken? Die Frage klang eher neugierig als vorwurfsvoll. Nein, sagte Bast. Der Wirt hob eine Augenbraue. Ich habe probiert, sagte Bast. Das Probieren geht dem Trinken voraus. Ah, sagte der Wirt. Dann hast du dich also bereit gemacht zu trinken? Aber ja, sagte Bast. Und zwar bis zum Exzess. Was gibt's denn hier auch sonst zu tun? Bast zog seinen Krug unterm Tresen hervor und sah hinein. Ich hatte auf Holunder gehofft, aber das ist irgendeine Melonenart. Er schwenkte den Krug und überlegte. Und irgendetwas Würziges. Er trank noch einen Schluck und kniff nachdenklich die Augen zusammen. Zimt? fragte er und sah sich zu den Flaschenreihen um. Haben wir überhaupt noch Holunder? Steht da irgendwo, sagte der Wirt, ohne hinzublicken. Warte mal kurz und hör mir zu, Bast. Wir müssen reden. Über das, was du gestern Abend getan hast. Bast erstarrte. Was hab ich denn getan, Rishi? Du hast dieses Mählwesen aufgehalten, sagte Code. Ach so, das? Bast entspannte sich wieder und machte eine wegwerfende Geste. Ich hab es nur ein wenig gebremst, Rishi. Weiter nichts. Code schüttelte den Kopf. Dir war klar, das ist nicht nur irgendein Verrückter. Und du hast versucht, uns zu warnen. Wenn du nicht so schnell reagiert hättest, Bast runzelte die Stirn, nicht schnell genug, Rishi. Es hat Shep erwischt. Er blickte auf den gründlich geschrubbten Dielenboden vor dem Tresen. Ich mochte Shep. Alle anderen werden glauben, dass uns der Schmiedelehrling gerettet hat, sagte Code. Und das ist wahrscheinlich auch besser so. Ich aber weiß, wie es wirklich war. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte dieses Wesen alle hier niedergemetzelt. Ach, Rishi, das stimmt doch nicht, sagte Bast. Du hättest es auch im Handumdrehen erledigt. Ich bin dir nur zuvor gekommen. Der Wirt tat die Bemerkung mit einem Achselzucken ab. Der gestrige Abend hat mich nachdenklich gemacht, sagte er. Ich überlege, was wir tun könnten, um hier für ein bisschen mehr Sicherheit zu sorgen. Hast du mal die weißen Reiter gehört? Bast lächelte. Das war schon unser Lied, bevor es eures wurde, Rishi. Er holte Luft und sang mit schöner Tenorstimme. Sie ritten Pferde wie Schnee, so weiß. Die Schwerter und Bögen silbern wie Eis. Sie trugen frische Kränze ums Haupt, mit roten Beeren und grün belaubt. Mit roten Beeren und grün belaubt. Der Wirt nickte. Genau an diese Strophe habe ich gedacht. Meinst du, du könntest dich darum kümmern, während ich hier alles vorbereite? Bast nickte begeistert und stürmte förmlich hinaus, hielt nur an der Küchentür noch einmal inne. Ihr fangt aber nicht ohne mich an, ja? fragte er besorgt. Wir fangen an, sobald unser Gast gefrühstückt hat und bereit ist, sagte Kurt. Als er den Ausdruck auf dem Gesicht seines Schülers sah, ließ er sich ein wenig erweichen. Du hast also noch ein oder zwei Stunden Zeit, nehme ich an. Bast blickte zur Tür hinaus und sah sich dann noch einmal um. Belustigung huschte über das Gesicht des Wirts. Und ich werde dich rufen, bevor wir anfangen. Der Mann, der sich Kurt nannte, ging im Wirtshaus zum Wegstein seiner üblichen Morgenroutine nach. Er bewegte sich wie ein Uhrwerk, wie ein Wagen, der in ausgefurchten Fahrspuren den Weg hinabrollt. Als erstes kam das Brot. Er mischte mit den Händen ohne abzumessen Mehl, Zucker und Salz. Dann fügte er aus einem Tontopf in der Vorratskammer Sauerteig hinzu, knetete alles gründlich durch, formte die Laibe und stellte sie zum Aufgehen beiseite. Er schaufelte die Asche aus dem Küchenofen und feuerte ihn an. Als nächstes ging er in den Schankraum und machte auch in dem schwarzen Kaminfeuer, nachdem er die Asche aus der großen Kaminsohle an der Nordwand gekehrt hatte. Er pumpte Wasser, wusch sich die Hände und holte ein Stück Lammfleisch aus dem Keller. Er hackte frisches Anzündholz, trug Brennholz herein, gab den aufgehenden Broten einen Klaps und stellte sie näher an den nun warmen Ofen. Und dann gab es mit einem Mal nichts mehr zu tun. Alles war bereit, alles war sauber und geordnet. Der rothaarige Mann stand hinter dem Tresen und sein Blick kehrte langsam aus der Ferne zurück und richtete sich auf das Hier und Jetzt, auf das Wirtshaus. Schließlich verharrte sein Blick bei dem Schwert, das über den Flaschen an der Wand hing. Es war kein sonderlich schönes Schwert, weder reich verziert noch sonst irgendwie auffällig. In gewisser Weise aber wirkte es bedrohlich, wie auch eine hohe Felsklippe bedrohlich wirkt. Es war grau und unbeschädigt und fühlte sich kalt an. Es war so scharf wie zersprungenes Glas. Und in das schwarze Holz der Wandhalterung war ein Wort graviert. Torheit. Der Wirt hörte schwere Schritte auf dem hölzernen Absatz vor der Eingangstür. Der Türriegel klapperte, gefolgt von lautem »Hallo« und Pochen. »Ein Moment«, rief Kurt. Er eilte zum Eingang und drehte den schweren Schlüssel im blanken Messingschloss. Graham stand vor ihm, die kräftige Hand zum Anklopfen erhoben. Als er den Wirt erblickte, zeigte sich auf seinem wettergegabten Gesicht ein Lächeln. »War Bast heute wieder vor dir im Dienst?« fragte er. Kurt gab ihm ein nachsichtiges Lächeln zur Antwort. »Er ist ein guter Junge«, sagte Graham. »Bloß ein bisschen wirr im Kopf. Ich dachte, ihr hättet heute vielleicht geschlossen.« Er räusperte sich und blickte zu Boden. Wäre ja kein Wunder, wenn man bedenkt. Kurt steckte den Schlüssel in seine Hosentasche. »Wir haben geöffnet, wie jeden Tag. Was kann ich für dich tun?« Graham trat einen Schritt beiseite und wies mit einer Kopfbewegung auf die Straße, wo auf einem Karren drei Fässer standen. Sie waren nagelneu, aus hellem, poliertem Holz und blanken Metallreifen. »Mir war klar, dass ich heute Nacht kein Auge zukriegen würde, und da habe ich das Letzte schnell für dich zusammengezimmert. Außerdem habe ich gehört, dass die Bentons heute ihre ersten Spätäpfel ausliefern. Danke, das ist sehr freundlich von dir. Schön dicht. Darin halten sie den ganzen Winter.« Graham ging hinüber und klopfte stolz an ein Fass. »Es gibt doch nichts Besseres als einen Winterapfel, um den Hunger in Schach zu halten,« sagte er und fuhr mit einer Hand über einen blanken Fassreifen. »Ich habe noch nie ein Fass mit Messingreifen gemacht, aber die hier sind mir wirklich gut gelungen. Sag Bescheid, falls Sie sich lösen sollten, dann kümmere ich mich drum.« »Freut mich, dass es kein allzu großer Umstand war,« sagte der Wirt. »Der Keller ist feucht, und ich fürchte, Eisen würde in ein paar Jahren glatt durchrosten.« Graham nickte. »Sehr vernünftig,« sagte er. »Nur wenige Leute denken so vorausschauend.« Er rieb sich die Hände. »Hilfst du mir reintragen? Nicht, dass ich versehentlich eins fallen lasse und dein Boden eine Schramme abkriegt.« Sie machten sich an die Arbeit. Zwei Fässer kamen in den Keller, und das dritte trugen sie um den Tresen herum, durch die Küche und weiter in die Vorratskammer. Anschließend kamen die Männer zurück in den Schankraum, jeder auf seine Seite des Tresens. Einen Moment lang herrschte Schweigen, in das sich Graham in dem leeren Raum umsah. Am Tresen standen zwei Hocker weniger als sonst, und an einer Stelle fehlte ein Tisch. In dem sonst so ordentlichen Schankraum fiel so etwas sofort auf, wie fehlende Zähne in einem Gebiss. Graham löste den Blick von einem gründlich gestrubbten Bodenabschnitt vor dem Tresen. Er griff in seine Hosentasche und zog zwei stumpfe Eisenscharflein hervor, und seine Hand zitterte kaum dabei. »Machst du mir bitte ein kleines Bierkot?« sagte er mit rauer Stimme. »Ich weiß, es ist noch früh, aber ich... ich hab einen langen Tag vor mir. Ich helfe den Marians bei der Weizenernte.« Der Wirt zapfte das Bier und stellte es Graham wortlos hin. Der trank es in einem tiefen Zug halb aus. Seine Augen waren gerötet. »Schlimme Sache gestern Abend«, sagte er, ohne Blickkontakt zu suchen, und trank noch einen Schluck. Kurt nickte. »Schlimme Sache gestern Abend.« Das war wahrscheinlich das Einzige, was Graham über den Tod eines Mannes zu sagen hatte, den er von Kindesbeinen angekannt hatte. Diese Leute waren vertraut mit dem Tod. Sie schlachteten ihr Vieh selbst. Sie starben an Fieber, an Stürzen oder an nicht heilenden Knochenbrüchen. Der Tod war wie ein unangenehmer Nachbar. Man sprach nicht über ihn. Aus Furcht, er könnte davon erfahren und sich zu einem Besuch aufgefordert fühlen. Außer in Geschichten natürlich. Geschichten über vergiftete Könige oder Duelle oder lang zurückliegende Kriege waren in Ordnung. Sie kleideten den Tod in fremde Gewänder und schickten ihn weit von der eigenen Haustür fort. Ein Kaminbrand oder Krupphusten, das war beängstigend. Gibeas Gerichtsverfahren aber oder die Belagerung von Enfast, das war etwas anderes. Das war wie die Gebete oder wie die Beschwörungsformeln, die man vor sich hin murmelte, wenn man nachts allein durch die Dunkelheit ging. Diese Geschichten waren wie die billigen Amulette, die man nur für alle Fälle einem Hausierer abkaufte. »Wie lange bleibt dieser Schreiber denn hier?« fragte Graham nach einer Weile und seine Stimme hallte in seinem Bierkrug wieder. »Vielleicht sollte ich ein bisschen was aufschreiben lassen. Nur für alle Fälle.« Er runzelte die Stirn. »Mein Vater hat immer Niederlegungen dazu gesagt.« »Mir fällt gerade nicht ein, wie das wirklich heißt.« »Wenn's nur um dein Hab und Gut geht, bezeichnet man das als letztwillige Verfügung,« sagte der Wirt in sachlichem Ton. »Ansonsten gibt es da auch noch den sogenannten Erbvertrag.« Graham hob eine Augenbraue und sah den Wirt an. »Hab ich jedenfalls so gehört,« sagte der, senkte den Blick und wischte mit einem sauberen weißen Tuch über den Tresen. »Der Schreiber hat sowas in der Richtung erwähnt.« »Erbvertrag,« murmelte Graham in seinen Krug hinein. »Ich schätze mal, ich werde ihn einfach nur um ein paar Niederlegungen bitten, und er soll dann dafür sorgen, dass das alles seine amtliche Richtigkeit hat.« Er sah zu dem Wirt hinüber. Andere Leute einen Moment lang sah es aus, als würde der Wirt gereizt die Stirn in Falten ziehen. Aber nein, er tat nichts dergleichen. Wie er dort hinter dem Tresen Stand sah er genauso aus wie immer und trug seine übliche, gelassene, liebenswürdige Miene zur Schau. Er nickte. Er hat erwähnt, dass er um die Mittagszeit hier seinem Gewerbe nachgehen wird. Die Ereignisse gestern Abend haben ihn ein bisschen mitgenommen. Wenn jemand noch vor der Mittagszeit bei ihm vorstellig werden möchte, wird er wahrscheinlich noch nicht zu sprechen sein. Graham zuckte die Achseln. »Das ist egal. Bis zum Mittag wird der Ort ohnehin fast ausgestorben sein. Er trank noch einen Schluck Bier und sah aus dem Fenster. Heute ist ein Feldtag, so viel ist mal gewiss.« Der Wirt schien sich ein wenig zu entspannen. »Er ist übrigens morgen auch noch da. Die Leute müssen sich also nicht alle heute auf ihn stürzen. Man hat ihm in der Nähe von Abbotsford das Pferd geklaut, und jetzt will er sich ein neues beschaffen.« Graham blickte mitfühlend. Der Arme. »Jetzt in der Erntezeit wird er hier kein Pferd auftreiben, nicht für Geld und gute Worte. Selbst Carter hat für Nelly noch keinen Ersatz gefunden, nachdem ihm dieses Spinnenvieh hinter der alten Steinbrücke angefallen hatte. Er schüttelte den Kopf. »Es kommt einem nicht recht vor, dass so was hier geschieht, keine zwei Meilen von der eigenen Haustür entfernt. Damals, als Graham hielt inne. Ach, du meine Güte, ich höre mich ja schon an wie mein alter Herr.« Er zog das Kinn ein wenig ein und gab seiner Stimme einen barscheren Klang. »Als ich ein kleiner Junge war, hatten wir noch richtiges Wetter. Der Müller hat den Daumen von der Waage gelassen, und jeder hat sich um seine eigenen Angelegenheiten gekümmert.« Der Wirt lächelte wehmütig. »Mein Vater hat immer gesagt, das Bier wäre besser gewesen und die Straßen nicht so ausgefahren.« Graham lächelte kurz, senkte dann aber den Blick, als sei es ihm unangenehm, was er nun sagen würde. »Ich weiß, du bist nicht hier aus der Gegend, Kurt, und das ist schwierig. Manche Leute hier meinen, einer von außerhalb hätte prinzipiell von Tuten und Blasen keine Ahnung.« Er atmete tief durch und sah den Wirt immer noch nicht wieder an. »Aber ich denke mal, du weißt Sachen, die andere nicht wissen. Du guckst gewissermaßen über den Tellerrand.« Nun sah er wieder hoch, mit ernstem und müdem Blick, die Augen von Schlafmangel umschattet. Stehen die Dinge wirklich so schlimm, wie's in letzter Zeit aussieht? Die Straßen so schlecht, die ewigen Überfälle. Graham hatte sichtlich Mühe, nicht schon wieder auf die bewusste Stelle des Fußbodens hinab zu sehen. Die ganzen neuen Steuern rauben einem die letzten Reserven. Die Graydon-Jungs stehen kurz davor, ihren Hof zu verlieren. Und dann dieser Spinnenvieh. Er trank noch einen Schluck Bier. Stehen die Dinge wirklich so schlimm, wie's aussieht? Oder bin ich einfach nur alt geworden, so wie mein alter Herr, und jetzt schmeckt alles ein bisschen bitterer als damals, als ich ein kleiner Junge war? Code wischte eine ganze Weile über den Tresen, als widerstrebte es ihm darauf zu antworten. Ich glaube, die Dinge stehen meistens in der einen oder anderen Hinsicht schlimm, sagte er, und es könnte sein, dass nur wir älteren Leute fähig sind, das wahrzunehmen. Graham begann zu nicken und runzelte dann die Stirn. Bloß, dass du noch gar nicht alt bist, nicht wahr? Ich vergesse das meist. Er musterte ihn. Ich meine, du bewegst dich wie ein Alter und du redest wie ein Alter, aber du bist gar kein Alter, nicht wahr? Ich wette, du bist höchstens halb so alt wie ich. Er sah ihn prüfend an. Also, wie alt bist du? Der Wirt schenkte ihm ein müdes Lächeln. Alt genug, um mich alt zu fühlen. Graham schnaubte. Aber zu jung, um dich wie ein Alter aufzuführen. Du solltest doch eigentlich draußen rumtollen, den Weibern nachjagen und dich in Schwierigkeiten bringen. Aber darüber zu jammern, dass die Welt auch nicht mehr das ist, was sie mal war, das solltest du uns wirklich alten Leuten überlassen. Der alte Zimmermann stand vom Tresen auf und wandte sich zum Gehen. Wenn wir Mittags Possen machen, komme ich wieder und spreche mal mit eurem Schreiber. Und ich werde da nicht der Einzige sein. Viele Leute werden irgendwelche Sachen haben, die sie auf amtliche Weise niedergelegt haben wollen, wenn sie schon mal die Gelegenheit dazu bietet. Der Wirt atmete tief ein und langsam wieder aus. Graham? Der wandte sich noch einmal um, die Hand schon an der Tür. Das siehst nicht nur du so, sagte Code. Die Dinge stehen schlimm. Und ich habe so das Gefühl, dass sie noch schlimmer werden. Es kann auf keinen Fall schaden, sich auf einen harten Winter einzustellen und darüber hinaus eventuell dafür zu sorgen, dass man sich nötigenfalls verteidigen kann. Der Wirt zuckte die Achseln. Das sagt mir jedenfalls mein Gefühl. Graham kniff den Mund zu einem Strich zusammen und nickte knapp. Tja, dann bin ich froh, dass ich mit diesem Gefühl nicht alleine bin. Dann rang er sich ein Lächeln ab und begann sich die Ärmel aufzukrempeln. Dennoch sagte er bald darauf kamen die Bentons mit einer Wagenladung Spätäpfel. Der Wirt kaufte ihnen die Hälfte ab und war anschließend eine Stunde lang damit beschäftigt, die Äpfel zu sortieren und einzulagern. Die noch ganz grün und fest waren, kamen in die Fässer im Keller. Er schichtete die Äpfel vorsichtig auf, füllte die Hohlräume mit Sägemehl und nagelte zum Schluss die Fassdeckel drauf. Die reiferen Äpfel wanderten in die Speisekammer und alle, die irgendwie angeschlagen waren oder braune Stellen hatten, waren verurteilt, zu Apfelmost verarbeitet zu werden. Sie wurden gefürtelt und in einen großen blechernen Waschbottich geworfen. Während er sortierte und einlagerte, wirkte der rothaarige Mann zufrieden. Doch hätte man genauer hingesehen, so hätte man vielleicht bemerkt, dass sein Blick, während seine Hände beschäftigt waren, in weite Fernen schweifte und dass aus seinem Gesichtsausdruck, wie wohl er gelassen war, keinerlei Freude sprach. Er summte oder pfiff nicht bei der Arbeit und er sang auch nicht dabei. Als er die Äpfel fertig sortiert hatte, trug er den Bottich zur Hintertür hinaus. Es war ein kühler Herbst Morgen und hinter dem Wirtshaus befand sich von einigen Bäumen umschirmt ein kleiner privater Garten. Kurt kippte eine Ladung gefürtelter Äpfel in die hölzerne Presse, die dort stand, und schraubte den Deckel drauf. Dann krempelte er sich die Ärmel hoch, packte mit seinen langen anmutigen Händen die Griffe der Presse und zog. Die Presse drückte die Apfelstücke enger zusammen und zerquetschte sie dann. Drehen und neu zupacken, drehen und neu zupacken. Wenn jemand zugesehen hätte, hätte der bemerkt, Code nicht die teigigen Arme eines Gastwirts hatte. Während er an den Holzgriffen zog, traten seine Unterarmmuskeln wie Seilstrenge hervor. Alte Narben zogen sich kreuz und quer darüber. Die meisten waren blass und dünn wie Risse im Eis, andere aber waren rot und traten auf der hellen Haut deutlich hervor. Die Hände des Wirts packten zu und zogen, packten zu und zogen. Man hörte nur das rhythmische Knarren im Holz und das träge Plätschern, mit dem der Most in den darunter stehenden Eimer lief. Das Ganze hatte einen Rhythmus, aber es lag keine Musik darin und die Augen des Wirts blickten abwesend und freudlos. Stechpalme Der Chronist kam die Treppe herab und betrat den Schankraum des Wirtshauses zum Wegstein, seine flache Ledermappe über der Schulter. Im Durchgang verharrend betrachtete er den rothaarigen Wirt, der sich aufmerksam über etwas auf dem Tresen beugte. Der Chronist räusperte sich, als er den Raum betrat. Es tut mir leid, dass ich so lange geschlafen habe, sagte er. Das ist sonst gar nicht. Er verstummte, als er sah, was auf dem Tresen stand. Backt ihr Kuchen? Code, der gerade vorsichtig mit den Fingerspitzen den Teigrand formte, hob den Blick. Ja? Wieso? Der Chronist öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Sein Blick huschte zu dem Schwert hinauf, das grau und still an der Wand hinter dem Tresen hing, und dann zu dem rothaarigen Mann zurück, der behutsam den Teig am Rand einer Backschale betastete. Was ist das denn für ein Kuchen? Apfelkuchen. Code richtete sich zu backen? Ähm, nein, gestand der Chronist und sah sich nervös um. Wo ist denn euer Gehilfe? Selbst Gott wäre da aufs Grate wohl angewiesen, sagte der Wirt. So schwierig ist es. Kuchen backen meine ich. Man möchte es nicht glauben, aber es gibt da unendlich viel, was man falsch machen kann. Brot backen ist einfach, Suppe kochen auch, Pudding sowieso, aber Kuchen backen. Was ist verzwickt? Und das ist etwas, das einem erst klar wird, wenn man es selbst mal ausprobiert hat. Der Chronist nickte vage und schien nicht recht zu wissen, was sonst noch von ihm erwartet wurde. Er nahm seine Mappe zur Hand und legte sie auf einen Tisch. Kurt wischte sich die Hände an der Schürze ab. Wenn man Äpfel auspresst, Tresta, sagte Cote voller Erleichterung, so heißt das. Was macht man damit, nachdem man den Saft rausgepresst hat? Aus Traubentrester kann man einen leichten Wein keltern, sagte der Chronist, und wenn man größere Mengen davon hat, kann man auch Öl daraus gewinnen. Apfeltrester aber ist ziemlich nutzlos, den kann man als Dünger oder Mulch verwenden, er taugt aber für beides nicht besonders gut. Meistens verfüttern ihn die Leute an ihr Vieh. Cote nickte nachdenklich. Es kam mir auch so vor, dass sie den Tresta nicht einfach nur wegwerfen. Hier in der Gegend wird alles irgendwie noch weiter verwertet. Tresta. Er sprach es aus, als kostete er das Wort. Darüber habe ich mir jetzt seit zwei Jahren immer mal wieder den Kopf zerbrochen. Der Chronist guckte verdutzt. Das hätte euch doch jeder hier im Ort sagen können. Der Wirt runzelte die Stirn. Wenn es etwas ist, das jeder weiß, kann ich es mir nicht leisten, danach zu fragen, sagte er. Man hörte eine Tür zufallen und dann ein fröhliches Pfeifen. Bast kam aus der Küche, einen Haufen dorniger Stechpalmen Zweige auf den Armen, die in ein weißes Tuch gewickelt waren. Kurt nickte entschlossen und trieb sich die Hände. Wunderbar! Also wie? Er kniff die Augen zusammen. Ist das etwa eins von meinen guten Laken? Bast blickte auf das Bündel hinab. Na ja, Ressi, sagte er, kommt drauf an. Hast du auch schlechte Laken? Die Augen des Wirts blitzten kurz wütend, doch dann seufzte er. Ist ja auch egal. Und was machen wir damit? Bast zuckte die Achseln. Ich tappe da selber auch im Dunkeln, Ressi. Ich weiß nur, dass die Reiter der Seether Stechpalmenkronen trugen, wenn sie Jagd auf die Hauttänzer machten. Wir können hier aber nicht mit Stechpalmenkronen auf dem Kopf herumlaufen, sagte Code. Was sollen denn die Leute denken? Mir doch egal, was diese Bauerndeppen denken, murmelte Bast und begann einige der langen biegsamen Zweige miteinander zu verflechten. Wenn so ein Hauttänzer in deinen Körper schlüpft, wirst du zu seiner Marionette. Die können einen dazu bringen, dass man sich selbst die Zunge abbeißt. Er hob sich einen halbfertigen Kranz über den Kopf und probierte, ob er passte. Dabei Könnten wir nicht einfach nur etwas Eisen an uns tragen? fragte der Chronist. Die beiden Männer hinterm Tresen guckten ihn neugierig an, als hätten sie fast vergessen, dass er auch noch da war. Es ist ja schließlich ein Fähling Wesen. Sag nicht Fähling, sagte Bast. Ihr hört euch ja an wie ein kleines Kind. Es ist ein Fäh Wesen, ein Fäh wenn es sein muss. Der Chronist zögerte kurz, ehe er fortfuhr. Wenn dieses Wesen in den Körper von jemandem Schlüpf der Eisen an sich trägt, würde ihm das nicht wehtun? Würde es nicht sofort wieder herausschlüpfen? Die können einen dazu bringen, dass man sich selbst die Zunge abbeißt, sagte Bast noch einmal, wie zu einem ganz besonders dummen Kind. Wenn sie erst mal in einem Stecken reißen sie einem mit der eigenen Hand ein Auge aus, das geht so einfach, wie man eine Blume pflückt, wie kommt ihr darauf, sie könnten sich nicht die Zeit nehmen, einen Arm reif oder Ring zu entfernen? Er schüttelte den Kopf und sah dann auf seine Finger hinab, die geschickt einen weiteren hellgrünen Stechpalmenzweig in den Kranz einflochten. Und außerdem kommt es überhaupt nicht in Frage, dass ich Eisen trage. Wenn sie aus Körpern einfach so auch wieder herausschlüpfen können, sagte der Chronist, wieso hat dann der gestern Abend den Körper dieses Mannes nicht einfach wieder verlassen? Wieso ist er nicht auf einen von uns übergesprungen? Einen Moment lang herrschte Schweigen, bis Bast bemerkte, dass die beiden anderen Männer ihn ansahen. Da fragt ihr mich? Er lachte ungläubig. Keine Ahnung, an Pauen. Die letzten Hauttänzer wurden vor Hunderten von Jahren zur Strecke gebracht. Lange vor meiner Zeit, ich kenne das nur aus Geschichten. Woher wissen wir dann, dass er nicht übergesprungen ist? fragte der Chronist zögernd, als wagte er kaum das anzusprechen. Woher wissen wir, dass er nicht immer noch hier ist? Er saß mit einem Mal ganz starr da. Woher wissen wir, dass er jetzt nicht in einem von uns steckt? Er scheint gestorben zu sein, als der Körper des Söldners starb, sagte Code, sonst hätten wir ihn entweichen sehen. Er sah zu Bast hinüber. Das sieht doch angeblich aus wie ein dunkler Schatten oder ein Rauchwölkchen, wenn sie aus einem Körper entweichen, nicht war? Leute umzubringen. So machen sie es normalerweise. Sie springen immer weiter über, bis keiner mehr am Leben ist. Der Wirt schenkte dem Chronisten ein beruhigendes Lächeln. Seht ihr, vielleicht war es ja gar kein Hauttänzer. Vielleicht war es nur etwas Ähnliches. Der Chronist blickte dennoch verunsichert. Ja, aber wie können wir da sicher sein? Er könnte jetzt in jedem hier im Ort stecken. Zum Beispiel in mir, sagte Bast ganz unbekümmert. Vielleicht warte ich nur darauf, dass ihr einen Moment lang nicht aufpasst und dann beiße ich euch in die Brust direkt über dem Herzen und sauge euch das Blut aus, wie man den Saft aus einer Pflaume saugt. Der Chronist kniff den Mund zusammen. Das ist nicht witzig. Bast hob den Blick und warf dem Chronisten ein verwegenes, zähnebleckendes Lächeln zu. Doch etwas stimmte nicht mit diesem Gesichtsausdruck. Er hielt ein wenig zu lange an und das Lächeln war ein bisschen zu breit und der Blick ... Bast hielt für einen Moment inne und seine Finger flocht nicht mehr flink zwischen den grünen Blättern umher. Er blickte neugierig auf seine Hände und warf dann den halbfertigen Stechpalmenkranz auf den Tresen. Sein Lächeln ging langsam in eine ausdruckslose Miene über und er sah sich mit stumpfem Blick im Schankraum um. Te wehen sagte er mit einer seltsamen Stimme, sein Blick nun glasig und verwirrt. Te tanten ventelanet Dann stürzte Bast mit erstaunlicher Schnelligkeit hinter dem Tresen hervor auf den Chronisten zu. Der sprang auf und wich panisch zurück. Er stieß zwei Tische und ein halbes Dutzend Stühle um, bis er schließlich über die eigenen Füße stolperte, zu Boden fiel und auf allen Vieren verzweifelt weiter auf die Tür zukroch. Und während er kroch, sah sich der Chronist kurz hektisch um, sein Gesicht entsetzt und blass, nur um festzustellen, dass sich Bast lediglich drei Schritte weit fortbewegt hatte. Der dunkelhaarige junge Mann stand neben dem Tresen und krümmte und schüttelte sich vor Lachen. Eine Hand hielt er sich halb vors Gesicht und mit der anderen zeigte er auf den Chronisten. Er lachte so lauthals, dass er kaum noch Luft bekam. Das ging so weit, dass er sich am Tresen festhalten musste. Der Chronist war Fuchsteufels wild. So ein Arsch, schrie er, während er unter Schmerzen wieder auf die Beine kam. So eine Arsch! Bast lachte immer noch so heftig, dass er kaum Luft bekam, und dabei hob er die Hände und machte halbherzige, krallende Bewegungen, wie ein Kind, das einen Bären nachahmt. Bast, tadelte der Wirt, reiß dich mal zusammen. Doch während Coats Stimme streng klang, leuchteten seine Augen vor Gelächter. Seine Lippen zuckten, mühten sich krampfhaft, die Mundwinkel unten zu halten. Ein Bild geknickter Würde beschäftigte sich der Chronist, damit Tische und Stühle wieder an ihren Platz zu stellen, wobei er sie etwas härter auf den Boden knallen ließ, als nötig gewesen wäre. Als er schließlich an seinen ursprünglichen Tisch zurückgekehrt war, ließ er sich dort steif nieder. Bast war mittlerweile wieder hinter den Tresen zurückgekehrt, atmete tief und konzentrierte sich betont auf die Stechpalmenzweige in seinen Händen. Der Chronist funkelte ihn an und rieb sich das Schienbein. Bast unterdrückte etwas, das durchaus auch ein Husten hätte sein können. Code lachte kurz leise in sich hinein, zog dann einen weiteren Zweig aus dem Bündel und fügte ihn dem langen Strang hinzu, den er flocht. Er hob den Blick und sah zu dem Chronisten hinüber. Bevor ich's vergesse, heute werden einige Leute hierher kommen, um eure Dienste als Schreiber in Anspruch zu nehmen. Der Chronist wirkte überrascht. Tatsächlich? Code nickte und seufzte gereizt. Ja, es hat sich schon rumgesprochen. Es lässt sich also nichts mehr daran ändern. Zum Glück werden heute alle, die zwei gesunde Hände haben, bis zur Mittagszeit auf den Feldern beschäftigt sein. Bis dann müssen wir uns also... Der Wirt brach versehentlich den Stechpalmenzweig entzwei und jagte sich einen Stachel tief in den Daumen. Er zuckte nicht zusammen und fluchte auch nicht, sondern blickte nur finster auf seine Hand, aus der ein leuchtend roter Blutstropfen quoll. Mit gerunzelter Stirn hielt sich der Wirt den Daumen an den Mund. Alle Heiterkeit war aus seinem Gesicht gewichen und seine Augen blickten nun dunkel und streng. Er warf den halbfertig geflochtenen Stechpalmenstrang mit einer so betont beiläufigen Geste beiseite, dass es fast schon beängstigend war. Er sah wieder zu dem Chronisten hinüber, seine Stimme vollkommen ruhig. Ich wollte damit sagen, dass wir die Zeit bis zu dieser Unterbrechung nutzen sollten. Doch vorher wollte er sicherlich noch frühstücken. Wenn es keine allzu großen Umstände macht, erwiderte der Chronist. Nicht im Geringsten, sagte Kurt, drehte sich um und verschwand in der Küche. Bast sah ihm mit besorgtem Blick hinterher. Du solltest den Apfelmost vom Ofen nehmen und zum Abkühlen rausstellen, rief er ihm nach. Die letzte Charge war eher Marmelade als Most. Und ich habe ein paar Kräuter gesammelt, während ich unterwegs war. Die liegen auf der Regentonne. Nun im Schankraum allein beäugten sich Bast und der Chronist über den Tresen hinweg. Das Einzige, was man hörte, war das Öffnen und Schließen der Hintertür. Bast legte letzte Hand an seinen Kranz und betrachtete ihn von allen Seiten. Er hielt ihn sich vors Gesicht, als wollte er daran riechen. Doch stattdessen atmete er tief ein, schloss die Augen und hauchte so zart über die Stechpalmen Blätter, dass sie sich kaum umregten. Die Augen wieder öffnend, lächelte Bast entschuldigend und ging zu dem Chronisten hinüber. Hier, sagte er und hielt dem sitzenden Mann den Stechpalmen Kranz hin. Der Chronist machte keine Anstalten, ihn entgegenzunehmen. Basts Lächeln schwand nicht. Ihr habt das nicht bemerkt, denn ihr wart ja viel zu sehr damit beschäftigt, euch zu Boden zu werfen, sagte er mit Drei schöne Lacher aus tiefster Kehle. Er hat so ein wunderbares Lachen. Es ist wie eine Frucht. Es ist wie Musik. Ich hatte es seit Monaten nicht mehr gehört. Bast hielt ihm den Stechpalmen Kranz erneut hin und lächelte dabei scheu. Und deshalb ist das für euch. Ich habe alles, was ich an Grammarie besitze, darauf einwirken lassen. Und daher wird es länger frisch und grün bleiben, als man glauben würde. Ich habe die Zweige auf die richtige Weise gesammelt und mit meinen eigenen Händen geflochten. Er hielt den Kranz ein bisschen weiter ausgestreckt, wie ein nervöser kleiner Junge einen Blumenstrauß. Hier, es ist ein Geschenk. Es sind keinerlei Verpflichtungen damit verbunden. Zögernd streckte der Chronist eine Hand aus und nahm den Kranz rote Beeren ruten wie Edelsteine zwischen den dunkelgrünen Blättern und der Kranz war auf geschickte Weise so geflochten, dass alle Dornen nach außen wiesen. Der Chronist setzte sich den Kranz vorsichtig auf den Kopf und er saß wie angegossen. Bast grinste. Nun huldigt alle dem König Hof nach, rief er, warf die Hände hoch und lachte. Ein Lächeln spielte um die Mundwinkel des Chronisten, als er den Kranz wieder abnahm. Heißt das also, sagte er leise und ließ die Hände auf den Schoß sinken, dass die Unstimmigkeit zwischen uns beiden beigelegt ist? Bast neigte verdutzt den Kopf zur Seite. Wie meinen? Der Chronist blickte beklommen. Wovon ihr heute Nacht gesprochen habt? Bast wirkte überrascht. Oh nein, sagte er in ernstem Ton und schüttelte den Kopf. Nein, ganz und gar nicht. Ihr gehört mir, bis ins Mark eurer Knochen hinein. Ihr seid ein Werkzeug meines Willens. Bast warf schnell einen Blick in Richtung Küche und seine Miene wurde bitter. Und ihr wisst ja, was ich mir wünsche. Bringt ihn dazu, sich daran zu erinnern, dass er mehr ist, als nur irgendein Gastwirt, der Kuchen backt. Die letzten Worte spie er buchstäblich. Der Chronist rutschte unbehaglich auf seinem Sitz umher und wandte den Blick ab. Ich weiß immer noch nicht, was ich tun soll. Ihr werdet tun, was ihr könnt, sagte Bast leise. Lockt ihn aus sich heraus. Weckt ihn auf. Bast legte dem Chronisten eine Hand auf die Schulter und seine blauen Augen verengten sich kaum merklich. Ihr werdet ihn dazu bringen, dass er sich daran erinnert. Ihr schafft das. Der Chronist zögerte kurz, sah dann auf den Stechpalmenkranz auf seinem Schoß hinab und nickte. Ich werde tun, was ich kann. Mehr kann man von niemandem verlangen, sagte Bast und tätschelte ihm freundschaftlich den Rücken. Wie geht's denn übrigens der Schulter? Der Schreiber ließ sie kreisen und die Bewegung wirkte deplatziert, da sein übriger Körper dabei reglos verharrte. Taub, kalt, aber sie tut nicht weh. Das war zu erwarten. Ich würde mir an eurer Stelle keine Sorgen machen, sagte Bast und schenkte ihm ein ermutigendes Lächeln. Für Leute wie euch dann wurde gefrühstückt. Kartoffeln, Röstbrot, Tomaten und Eier. Der Chronist langte ordentlich zu und Bast aß für drei. Code hantierte geschäftig herum, schaffte noch mehr Brennholz herein, heizte den Backofen weiter an und füllte den Apfelmost in Krüge um. Er trug eben ein paar dieser Krüge zum Tresen, als draußen auf dem hölzernen Absatz vor dem Eingang Stiefelschritte erklangen, so laut, als hätte jemand angeklopft. Dann platzte der Schmiedelehrling zur Tür herein. Kaum sechzehn Jahre alt war er dennoch einer der größten Männer des Orts und hatte breite Schultern und kräftige Arme. Hallo Aaron, sagte der Wirt, machst du bitte die Tür zu? Draußen staubt's. Während der Schmiedelehrling sich wieder zur Tür umwandte, verstauten der Wirt und Bast den Großteil der Stechpalmenzweige unterm Tresen, wobei sie flink und wortlos zusammenarbeiteten. Als sich der Lehrling wieder zu ihnen umwandte, nestelte Bast Gedanken verloren an etwas herum, das ebenso gut auch ein beliebiges halbfertiges Pflanzengebinde hätte sein können, etwas, womit man bei Langeweile seine Hände beschäftigt. Aaron schien von all dem nichts zu bemerken und eilte zum Tresen. »Mr. Kurt,« sagte er aufgeregt, »könnte ich bitte etwas Reiseproviant bekommen?« Er furchtelte mit einem leeren Leinensack. »Karter hat gesagt, ihr wüsstet schon, was damit gemeint ist.« Der Wirt nickte. »Ich habe Brot und Käse, Wurst und Äpfel.« Er wies zu Bast hinüber, der den Sack nahm und damit in der Küche verschwand. »Geht Carter heute auf Reisen?« »Wir beide,« erwiderte der Junge. »Die Orisons wollen heute nach Treja Hammelfleisch verkaufen, und Carter und mich haben sie als Begleiter angeheuert, weil die Straßen doch so schlecht sind und so.« »Treyja«, sagte der Wirt nachdenklich, »dann seid ihr ja nicht vor Morgen zurück.« Der Schmiedelehrling legte behutsam einen flachen Silberbitt auf den polierten Mahagonitresen. »Carter hofft auch, dass er einen Ersatz für Nelly findet. Wenn er aber kein Pferd auftreiben kann, sagt er, wird er wahrscheinlich des Königs sollt annehmen.« Kurt hob die Augenbrauen. »Carter will sich anwärmen lassen?« Der Junge lächelte gleichzeitig froh gemut und entschlossen. Er sagt, ihm bleibt nicht viel anderes übrig, wenn er kein Pferd für seinen Gespann auftreiben kann. Er sagt, bei der Armee wird für einen gesorgt, man kriegt was zu essen, kommt viel rum und so. Während er das sagte, blickten die Augen des jungen Mannes aufgeregt. Sein Gesichtsausdruck aber schwankte zwischen der Begeisterung eines Knaben und der Besorgnis eines Mannes. »Außerdem geben sie einem nicht mehr nur einen Silbern Nobel, wenn man sich anwerben lässt. Heutzutage kriegt man einen Royal, wenn man unterschreibt. Einen ganzen Gold Royal. Die Miene des Wirts verdüsterte sich. Aber Carter ist der Einzige, der überlegt zur Armee zu gehen, nicht wahr? Er sah dem Jungen in die Augen. Ein Royal ist viel Geld, sagte der Schmiedelehrling und ließ ein schüchternes Lächeln aufblitzen. Und Geld war bei uns immer knapp, seit mein Vater nicht mehr lebt und meine Mutter von Ranish hierher gezogen ist. Und was hält deine Mutter davon, dass du überlegst, zu den Soldaten zu gehen? Der Junge machte ein langes Gesicht. »Stellt euch bitte nicht auf ihre Seite, sagte er. Ich dachte, ihr würdet das verstehen. Ihr seid ein Mann und ihr wisst, was ein Mann seiner Mutter schuldig ist. Ich weiß, dass deine Mutter dich lieber wohlbehalten daheim hätte, als in einem Zuber voll Goldmünzen zu baden, Junge. Ich hab es satt, Junge genannt zu werden, entgegnete der Schmiedelehrling in scharfem Ton und lief rot an. Ich kann bei der Armee etwas Gutes tun. Wenn wir die Rebellen erst mal dazu gebracht haben, dem bußfertigen König Lehns Treue zu schwören, wird es wieder aufwärts gehen. Die ewigen Steuererhebungen werden ein Ende nehmen, die Bentleys werden ihr Land nicht verlieren und die Straßen werden wieder sicher sein. Dann nahm er einen grimmigen Gesichtsausdruck an und einen Moment lang sah er ganz und gar nicht mehr jung aus. Und dann wird sich meine Mutter nicht mehr solche Sorgen machen müssen, wenn ich nicht daheim bin, sagte er in dunklem Ton. Sie wird nicht mehr jede Nacht dreimal aus dem Schlaf schrecken und nachsehen, ob Manchmal muss ein Mann für seinen König und sein Vaterland einstehen. Und Rose? fragte der Wirt. Der Lehrling wurde rot und sah verschämt zu Boden. Er ließ die Schultern wieder hängen und sank ein wenig in sich zusammen wie ein Segel, dem der Wind ausgeht. Mein Gott, wissen denn wirklich alle von uns? Der Wirt nickte freundlich lächelnd. In einem kleinen Ort wie dem hier bleibt nun mal nichts geheim. Also, sagte Aaron mit Bestimmtheit, ich mache das auch für sie, für uns. Mit meinem Sollt und dem Geld, das ich gespart habe, kann ich uns ein Haus kaufen oder eine eigene Werkstatt eröffnen, ohne dass ich zu irgendeinem miesen Geldverleiher gehen müsste. Kurt machte den Mund auf und schloss ihn gleich wieder. Er sah einen tiefen Der Schmiedelehrling verdrehte die Augen. Ich bin doch kein Schwachkopf. Wir haben doch gestern Abend erst Geschichten über ihn erzählt. Wisst ihr nicht mehr? Er sah über die Schulter des Wirts hinweg, in Richtung Küche. Ich muss los. Carter wird schimpfen wie ein Rohrspatz, wenn ich nicht... Code machte eine besänftigende Geste. Ich schlag dir ein Geschäft vor Aaron. Du hörst dir an, was ich zu sagen habe, und dafür bekommst du deinen Proviant gratis. Er schob das Silberbitt über den Tresen zurück. Dann kannst du damit in Treya was Schönes für Rose kaufen. Aaron nickte vorsichtig. Also gut. Abgemacht. Was weißt du aus den Geschichten, die du gehört hast über Quoth? Wie soll er so sein? Aaron lachte. Außer dass er tot ist? Code lächelte matt. Ja, davon mal abgesehen. Er kannte alle möglichen magischen Geheimnisse, sagte Aaron. Er wusste sechs Worte, die er einem Pferd nur ins Ohr flüstern musste, und dann lief das Pferd hundert Meilen weit. Er konnte Eisen in Gold verwandeln und Blitze in einem Einmachglas einfangen, um sie für später aufzuheben. Er kannte ein Lied, das jedes Schloss öffnete und konnte eine dicke Eichentür mit nur einem Fausthieb einschlagen. Aaron verstummte. Es kommt ganz darauf an, um welche Geschichte es geht. Manchmal ist er der Gute, der Edle Held. Einmal hat er mehrere Mädchen vor einer ganzen Horde menschenfressender Ungeheuer gerettet. Wieder ein mattes Lächeln. Ja, ich weiß, in anderen Geschichten, aber ist er ein richtiger Scheißkerl, fuhr Aaron fort. Er hat magische Geheimnisse von der Universität geklaut. Deshalb haben sie ihn da rausgeschmissen. Und Quoth, der Königsmörder, haben sie ihn auch bestimmt nicht genannt, weil er so gut Laute spielen konnte. Das Lächeln war verschwunden, aber der Wirt nickte. Wohl wahr. Aber wie war er denn so? Aaron legte die Stirn in Falten. Er hatte erwähnt, und er war ein teuflisch guter Schwertkämpfer und echt schlau. Außerdem hatte er eine richtige Silberzunge, konnte sich aus allem und jedem herausreden. Der Wirt nickte. Genau. Also stell dir vor, du wärst Quoth und echt schlau, wie du sagst. Und mit einem Mal wäre dein Kopf für jeden, der ihn abschlägt, 1000 Royals und ein Herzogtum wert. Was würdest du dann tun? Der Schmiedelehrling schüttelte den Kopf und zuckte die Achseln, wusste keine Antwort darauf. Also wenn ich Quoth wäre, sagte der Wirt, würde ich meinen Tod vortäuschen, einen anderen Namen annehmen und mir eine kleine Ortschaft irgendwo mitten im Nirgendwo suchen. Da würde ich dann ein Wirtshaus aufmachen und mich ansonsten möglichst unauffällig verhalten. Er sah den jungen Mann an. Das ist es, was ich tun würde. Aaron's Blick huschte zu den roten Haaren des Wirts und hinauf zu dem Schwert, das über dem Tresen hing. Dann sah er dem Wirt wieder in die Augen. Cote nickte langsam und wies dann auf den Chronisten. Dieser Mann ist nicht nur ein normaler Schreiber. Er ist eine Art Historiker und er ist hier, um die wahre Geschichte meines Lebens aufzuzeichnen. Den Anfang hast du verpasst, aber wenn du magst, darfst du gern hierbleiben und dir den Rest anhören. Er lächelte. Ich kann dir Geschichten erzählen, die noch niemand je gehört hat. Geschichten, die niemand je wieder hören wird. Geschichten über Felurian und darüber, wie ich bei den Adem zu kämpfen lernte. Die Wahrheit über Prinzessin Ariel. Der Wirt legte dem Jungen eine Hand auf den Arm. Ehrlich gesagt, ich mag dich, Aaron. Ich halte dich für ungewöhnlich klug und ich möchte nicht mehr ansehen müssen, wie du dein Leben wegwirfst. Er atmete tief durch und sah dem Schmiede Lehrling ins Gesicht. Seine Augen waren von einem erstaunlichen Grün. Ich weiß, wie dieser Krieg begonnen hat. Ich kenne die Wahrheit darüber. Und wenn der Wirt wies auf einen der freien Stühle an dem Tisch des Chronisten und lächelte so reizend wie ein waschechter Märchenprinz. Na, was sagst du dazu? Aaron starrte ihn einen ganzen Moment lang an und dann huschte sein Blick wieder zu dem Schwert hinauf. Wenn ihr es wirklich seid, er verstummte, aber sein Gesichtsausdruck verwandelte es in eine Frage. Ich bin es Euren Mantel sehen, der keine bestimmte Farbe hat, fragte der Lehrling und setzte ein Grinsen auf. Das reizende Lächeln des Wirts wurde so brüchig wie eine gesplitterte Glasscheibe. Da verwechselst du Quoth mit Taborlin dem Großen, schaltete sich der Chronist ein. Taborlin besaß diesen Mantel, der keine bestimmte Farbe hatte. Aaron wandte sich mit verwirrtem Blick zu dem Schreiber um. Und was hatte Quoth? Einen Schatten Mantel, antwortete der Chronist, wenn ich mich recht erinnere. Der Junge wandte sich wieder zum Tresen um. Könnt ihr mir dann euren Schatten Mantel zeigen? fragte er. Oder ein klein wenig Magie? Sowas wollte ich immer schon mal sehen. Ein bisschen Feuer oder Blitz würde mir schon genügen. Ich will euch ja nicht erschöpfen. Ehe der Spaß, Mr. Coat. Er grinste nun wieder, breiter als zuvor. Aber Himmel, Herr Gott, einen so guten Lügner wie euch habe ich wirklich noch nie erlebt. Selbst mein Onkel Elvin konnte so einen Klopper nicht auftischen, ohne dabei auch nur eine Miene zu verziehen. Der Wirt senkte den Blick und grummelte etwas Unverständliches vor sich hin. Aaron griff über den Tresen und legte Coat seine breite Hand auf die Schulter. Ich weiß, ihr wollt mir nur helfen, Mr. Coat, sagte er herzlich. Ihr seid ein guter Mensch und ich werde mir das, was ihr gesagt habt, durch den Kopf gehen lassen. Ich habe es auch nicht eilig, Soldat zu werden. Ich will mir nur klar werden, welche Möglichkeiten mir offen stehen. Der Schmiedelehrling Windsucht, Rose hat behauptet, sie wäre schwanger. Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar und kicherte. Aber eure war echt mit Abstand die dickste Lüge, das muss ich euch lassen. Nun ja, weißt du, sagte Coat und brachte ein mattes Lächeln zustande. Ich hätte deiner Mutter nicht mehr in die Augen sehen können, wenn ich es nicht wenigstens versucht hätte. Und ihr hättet es vielleicht sogar geschafft, wenn ihr es mit etwas versucht hättet, dass man eher glauben könnte, erwiderte der Lehrling. Aber jeder weiß doch, dass Quorths Schwert aus Silber war. Er wies mit einem Blick auf das an der Wand hängende Schwert. Und es hieß auch nicht Torheit. Es hieß Kaisira, der Dichtermörder. Da zuckte der Wirt ein wenig zusammen. Dichtermörder. Aaron nickte. Jawohl. Und euer Schreiber hat recht. Er hatte sich den Umhang aus Spinnweben und Schatten machen lassen und trug an allen Fingern Ringe. Wie heißt es noch? An der ersten Hand trug er Ringe aus Stein. Eisen, Bernstein, Holz und Bein. Nie gesehen? Der Schmiedelehrling runzelte die Stirn. Der Rest fällt mir nicht mehr ein. Da war noch irgendwas mit Feuer. Der Wirt blickte unergründlich. Er sah auf seine Hände hinab, die auf dem Tresen lagen, und nach kurzem Schweigen rezitierte er »Nie gesehen die Ringe der zweiten Hand. Einer war Blut in fließendem Band, einer aus Luft ganz flüsterdünn, und der Eisring war fehlerhaft innen drin. Ganz matt schien der Ring aus Feuer bloß. Und der letzte Ring war namenlos. »Genau,« sagte Aaron und lächelte. »Und von denen habt ihr keinen hinterm Tresen, oder?« Er stellte sich auf die Zehenspitzen, wie um besser dorthin sehen zu können. Code antwortete mit betretenem Lächeln, »Nein, nein, das kann ich nicht behaupten.« Beide zuckten zusammen, als Bass den gefüllten Leinensack unsanft auf dem Tresen absetzte. »Das müsste für Carter und dich reichen. Genug Probian für mehr als zwei Tage,« sagte Bass in schroffem Ton. Aaron schulterte den Sack und ging zum Ausgang, blieb dann aber noch einmal stehen und sah sich zu den beiden Männern hinterm Tresen um. »Ich bitte wirklich nur sehr ungern um einen Gefallen. Der alte Cop hat gesagt, dass er mal nach meiner Mutter schaut, während ich weg bin, aber...« Bass kam hinter dem Tresen hervor und begann ihn zum Ausgang zu geleiten. »Es wird ihr gut ergehen, da bin ich mir sicher. Ich schau auch gerne mal bei Rose vorbei, wenn du magst.« Er schenkte dem Schmiedelehrling ein breites, laszives Lächeln, nur um sicher zu gehen, dass sie nicht einsam ist oder so. »Da wäre ich dir sehr dankbar,« sagte Aaron, und die Erleichterung war ihm anzuhören. »Sie war ziemlich geknickt, als ich gegangen bin. Ein bisschen Trost könnte sie gut gebrauchen.« Bass hielt beim Öffnen der Wirtshaustür inne und sah den breitschultrigen Jungen fassungslos an. Dann schüttelte er den Kopf und öffnete die Tür zur Gänze. »Gute Reise!« Bass schloss die Tür hinter ihm und lehnte die Stirn ans Holz, als wäre er mit einem Mal sehr erschöpft. »Ein bisschen Trost könnte sie gut gebrauchen,« wiederholte er ungläubig. »Ich nehme alles zurück, was ich je über die Klugheit dieses Jungen gesagt habe.« Er wandte sich zum Tresen um und deutete anklagend auf die geschlossene Tür. »Das«, sagte er wie zu dem ganzen Schankraum, »kommt dabei heraus, wenn man Tag aus, Tag ein mit Eisen zu tun hat.« Der Wirt kicherte matt und lehnte sich an dem Tresen. So viel zum Thema meine legendäre Silberzunge. Bast schnaubte. »Der Junge ist doch ein Idiot, Reschi.« »Soll ich mich nun besser fühlen, weil ich nicht in der Lage war, einen Idioten zu überzeugen, Bast?« Der Chronist räusperte sich leise. »Es scheint mir eher ein Beweis für eure schauspielerischen Fähigkeiten zu sein,« sagte er. »Ihr habt hier so überzeugend den Wirt gemimt, dass sich die Leute gar nicht vorstellen können, dass ihr ein anderer seid. Er wies auf den leeren Schankraum. Ehrlich gesagt bin ich erstaunt, dass ihr bereit seid, euer Leben hier aufs Spiel zu setzen, nur um zu verhindern, dass dieser Junge zum Militär geht. Da hätte ich nicht viel aufs Spiel gesetzt, sagte der Wirt, denn was ist das schon für ein Leben? Er richtete sich auf und ging um den Tresen herum zu dem Tisch, an dem der Chronist saß. Ich bin verantwortlich für jeden Einzelnen, der in diesem blödsinnigen Krieg ums Leben kommt. Ich hatte nur gehofft, ich könnte wenigstens einen retten. Doch anscheinend gelingt mir nicht mal das. Er ließ sich dem Chronisten gegenüber auf einem Stuhl nieder. Womit haben wir gestern aufgehört? Ich möchte mich möglichst nicht wiederholen. Du hattest gerade den Wind herbeigerufen und diesem Ambrose eine gehörige Lektion erteilt, sagte Bast von der Tür her, wo er immer noch stand. Außerdem hattest du wegen deiner Liebsten ziemlich heftig herum geschmachtet. Code hob den Blick. Der Chronist nahm seine Ledermappe zur Hand und zog ein Blatt Papier heraus, das zu drei Vierteln mit einer kleinen, präzisen Handschrift gefüllt war. Ich könnte euch den letzten Abschnitt vorlesen, wenn ihr wollt. Code hob eine Hand. Ich beherrsche eure Geheimschrift noch gut genug, um es selber zu lesen, sagte er. Gebt mal her. Vielleicht bringt das das Erzählgetriebe wieder Bast vereilte, sich Platz zu nehmen und Code atmete tief durch und überflog die letzte Seite des gestrigen Tages. Dabei schwieg er eine ganze Weile. Um seinen Mund spielte etwas, das ein Anflug von Missbilligung sein mochte, dann die Andeutung eines Lächelns. Er nickte nachdenklich, den Blick immer noch auf das Blatt gerichtet. Ein so großer Teil meines jungen Lebens war dem Bestreben gewidmet auf die Universität zu gelangen, sagte er. Schon bevor meine Truppe ermordet wurde, wollte ich unbedingt dorthin, bevor ich wusste, dass die Chandrian mehr als nur eine Lagerfeuer Geschichte sind, bevor ich nach den Amir zu suchen begann. Der Wirt lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und seine Mathe Mine schwand und wich einem nachdenklichen Blick. Und ich glaubte, wenn ich erst einmal dort wäre, würde alles ganz einfach sein. Ich würde die Magie erlernen und auf alle meine Fragen Antworten erhalten. Ich dachte, es wäre dann alles so einfach wie in einem Märchenbuch. Kurt lächelte leicht verlegen, was sein Gesicht erstaunlich jung aussehen ließ. Und das wäre es vielleicht auch gewesen, wenn ich nicht so überaus begabt wäre, mir Feinde zu machen und unnötigen Ärger einzuhandeln. Alles, was ich wollte, war meine Musik spielen, meine Seminare besuchen und meine Antworten finden. Alles, was ich wollte, war die Universität und dort bleiben zu dürfen. Er nickte. An dieser Stelle sollten wir beginnen. Der Wirt gab das Blatt Papier an den Chronisten zurück. Der Chronist strich es glatt, entkorkte sein Tintenfass und tunkte die Feder hinein. Bast beugte sich begierig vor, glänzend wie ein aufgeregtes Kind. Quoth's strahlende Augen blickten im Raum umher, nahmen alles in sich auf. Er atmete tief durch und ließ plötzlich ein Lächeln aufblitzen, und einen kurzen Moment lang sah er ganz und gar nicht mehr wie ein Gastwirt aus. Seine Augen blickten scharf und strahlend und waren so grün wie frisch glück. glück Diskussion. Doch heutzutage beherbergte die Universität über tausend Studenten. Da blieb keine Zeit für Diskussion. Vielmehr wurde jeder Student ein paar Minuten lang mit Fragen bombardiert und da diese Prüfungsgespräche nur so kurz waren, konnten eine einzige falsche Antwort oder ein allzu langes Zögern dramatische Auswirkungen auf die Höhe der Studiengebühren haben. Vor diesen Gesprächen büffelten die Studenten wie besessen und anschließend betranken sie sich, um zu feiern oder sich zu trösten. Daher sahen die meisten während dieser elf Tage bestenfalls besorgt und erschöpft aus und liefen schlimmstenfalls wie Butzemänner in der Uni herum. Hohleugig und graugesichtig von zu wenig Schlaf, zu viel Alkohol oder beidem. Ich selbst fand es seltsam, wie ernst alle anderen das ganze Verfahren nahmen. Die Studentenschaft bestand ganz überwiegend aus adeligen und reichen Kaufmannskindern. Hohe Studiengebühren waren für sie weiter nichts als einer Unannehmlichkeit, die ihnen weniger Taschengeld übrig ließ, das sie für Pferde und leichte Mädchen auf den Kopf hauen konnten. Für mich hingegen stand viel mehr auf dem Spiel. Wenn die Meister die Studiengebühren erst einmal festgelegt hatten, ließ sich nachträglich nichts mehr daran ändern. Wenn sie meine Gebühren also zu hoch ansetzten... Der erste Tag der Zulassungsprüfungen hatte immer etwas Festliches an sich. Die Auslosung der Termine nahm die ganze erste Tageshälfte in Anspruch, sodass die Studenten, die das Pech hatten, einen frühen Termin zugelost zu bekommen, nur Stunden später schon zur Prüfung antreten mussten. Als ich dort eintraf, zogen sich bereits lange Schlangen über den Hof, und die Studenten, die ihr Terminplättchen schon hatten, liefen umher und versuchten, ihren Termin zu Geld zu machen, zu tauschen oder einen anderen Termin zu kaufen. Da ich Willem und Simmon nirgends sah, stellte ich mich am Ende der nächstbesten Schlange an und versuchte nicht daran zu denken, wie wenig ich im Geldbeutel hatte. Lediglich ein Talent und drei Jods. Zu manchen Zeiten meines Lebens wäre mir das wie alles Geld der Welt vorgekommen, doch für die Studiengebühren war es bei weitem nicht genug. Hier und da standen Karren, die Würstchen und Maronenfeilboten, warmen Apfelwein und Bier. Von einem nahen Karren duftete es nach Ofen warmem Brot und Schmalz. Dort stapelten sich kleine Schweinefleischpasteten, für Leute, die sich so etwas leisten konnten. Die Auslosung der Termine fand stets auf dem größten Innenhof der Universitätsstadt. Im allgemeinen Sprachgebrauch hieß er der Fahnenplatz, und nur einige wenige Leute, deren Gedächtnis weit genug zurückreichte, nannten ihn das Fragenhaus. Ich kannte einen sogar noch älteren Namen dafür. Das Haus des Windes. Ich schaute ein paar Blättern dabei zu, wie sie übers Kopfsteinpflaster trudelten, und als ich den Blick wiederhob, sah ich Fehler, die von ihrem Platz in der Schlange aus, dreißig oder vierzig Personen weiter vorn, zu mir herüberblickte. Sie lächelte und winkte mir zu. Ich winkte zurück, und sie ließ ihren Platz im Stich und kam zu mir. Fehler war schön. So schön wie eine Frau auf einem Gemälde. Nicht die künstliche Art von Schönheit, die man bei adeligen Damen oft sieht. Nein, Fehler war ganz natürlich und unbefangen, hatte große Augen und einen vollen Mund, der stets zu lächeln schien. Hier an der Universität, wo es zehnmal mehr Männer als Frauen gab, stach sie hervor wie ein Pferd inmitten einer Schafherde. Darf ich mich zu dir gesellen? fragte sie und stellte sich neben mich. Ich mag's nämlich nicht, wenn ich niemanden zum Reden habe. Sie lächelte den beiden Männern zu, die in der Schlange hinter mir standen. Ich drängle mich nicht rein, erklärte sie. Ich war schon viel weiter vorn. Die beiden hatten nichts dagegen, aber ihre Blicke huschten zwischen Fehler und mir hin und her. Ich konnte sie förmlich grübeln hören, weshalb eine der schönsten Frauen der Universität ihren Platz in der Schlange aufgab, um ausgerechnet neben mir zu stehen. Das war eine gute Frage. Ich war da selber neugierig. Ich trat beiseite, um ihr Platz zu machen. Dann standen wir einen Moment lang Schulter an Schulter, und keiner sagte etwas. Was belegst du denn dieses Trimester? fragte ich schließlich. Fehler strich sich das Haar nach hinten. Ich werde wohl weiter in der Bibliothek arbeiten. Dazu Chemie, und Brandeur hat mich eingeladen, bei ihm Mannigfaltigkeitsrechnung zu studieren. Mich schauderte ein wenig. Das sind mir zu viele Zahlen. Da verliere ich den Boden unter den Füßen. Fehler reagierte mit einem Achselzucken, und die langen, lockigen Strähnen ihres dunklen Haars, die sie gerade nach hinten gestrichen hatte, nutzten die Gelegenheit, wieder nach vorn zu fallen und ihr Gesicht zu umrahmen. Es ist gar nicht so schwierig, wenn man mal die Grundlagen kapiert hat. Es hat sogar etwas von einem Spiel. Sie sah mich an. Und du? Mediho, sagte ich. Dazu Arbeit und Studium im Handwerkszentrum. Und Sympathie, falls Dall mich nimmt. Außerdem sollte ich meine Siaru-Kenntnisse auffrischen. Du sprichst Siaru? fragte sie, und es klang erstaunt. Ich kann mich verständigen, antwortete ich. Aber Will meint, meine Grammatikkenntnisse wären erbärmlich. Fehler nickte und sah mich dann von der Seite an, wobei sie sich auf die Unterlippe biss. Elodin hat mich auch eingeladen, an seinem Seminar teilzunehmen, sagte sie voller Beklommenheit. Aber ich weiß nicht, was ich von dieser Einladung halten soll. Elodin gibt ein Seminar? fragte ich. Ich wusste gar nicht, dass sie ihn überhaupt unterrichten lassen. Er fängt dieses Trimester damit an, sagte sie und sah mich neugierig an. Ich dachte, du wärst auch dabei. War er nicht dein Bürger bei deiner Beförderung zum Rela? Ja, war er, sagte ich. Oh. Sie blickte unbehaglich und fügte schnell hinzu. Er hat dich wahrscheinlich nur noch nicht gefragt. Oder er hat vor, dich einzeln zu unterrichten. Ich winkte ab, obwohl es mir gegen den Strich ging, dass ich da offenbar außen vorgelassen wurde. Wer weiß das schon bei Elodin, sagte ich. Wenn der nicht verrückt ist, ist er der beste Schauspieler, dem ich je begegnet bin. Fela wollte noch etwas sagen, blickte sich aber nervös um und beugte sich zu mir herüber. Ihre Schulter berührte meine, und ihr lockiges Haar kitzelte mich am Ohr, als sie leise fragte, hat er dich wirklich vom Dach des Refugiums gestoßen? Ich lachte verlegen. Das ist eine verzwickte Geschichte, sagte ich und wechselte recht unbeholfen das Thema. Wie ist denn der Titel des Seminars? Sie rieb sich die Stirn und lachte schnaubend auf. Keine Ahnung. Er hat gesagt, der Titel des Seminars sei der Titel des Seminars. Sie sah mich an. Was hat das zu bedeuten? Wenn ich im Veranstaltungsverzeichnis nachsehe, steht es dann da unter der Titel des Seminars? Darauf wusste ich keine Antwort. Und nun kamen wir schnell dahin, einander Anekdoten über Elodin zu erzählen. Fehler berichtete, ein Schreiber habe ihn nackt in der Unibibliothek ertappt. Ich wiederum hatte gehört, dass er einmal eine ganze Spanne lang mit verbundenen Augen auf dem Campus herumgelaufen sei. Fehler wusste zu erzählen, dass er eine komplett neue Sprache erfunden habe. Und ich hatte aufgeschnappt, dass er in einer Spelunke eine Schlägerei vom Zaun gebrochen hätte, weil jemand darauf bestand, evozieren, statt hervorrufen zu sagen. Das habe ich auch gehört, sagte Fehler und lachte. Bloß, dass es im goldenen Ross war und ein Baronet einfach nicht aufhören wollte, das Wort überdies zu gebrauchen. Ehe ich mir ... Quoth, Sohn des Arliden, sagte ich. Die gelangweilt blickende Frau hakte meinen Namen auf einer Liste ab und ich zog ein glattes, elfenbeinfarbenes Plättchen aus dem schwarzen Samtbeutel. Darauf stand Felling, zwölf Uhr mittags. Der achte Tag der Zulassungsprüfungen. Da blieb mir viel Zeit, mich vorzubereiten. Fela zog ebenfalls ihr Plättchen und dann gingen wir weiter. Was steht bei dir? fragte ich. Sie zeigte es mir. Sandling, vier Uhr nachmittags. Das war einer der spätesten Termine, die überhaupt vergeben wurden. Toll. Glückwunsch. Fela zuckte die Achseln und steckte das Plättchen ein. Mir ist das egal. Ich büffle sowieso nicht groß. Je mehr ich mich vorbereite, desto schlechter schneide ich ab. Das macht mich nur nervös. Dann solltest du mit jemandem tauschen, sagte ich und wies auf die Scharen der herumstehenden Studenten. Für diesen Termin würde dir bestimmt jemand ein ganzes Talent bezahlen, wenn nicht gar mehr. Falschen ist aber auch nicht so mein Ding, sagte sie. Ich gehe einfach davon aus, dass der Termin, den ich gezogen habe, mein Glückstermin ist und bleibe dabei. Nachdem wir aus der Schlange heraus waren, hatten wir eigentlich keinen Grund mehr beieinander zu bleiben. Doch ich genoss ihre Gesellschaft und sie schien es auch nicht allzu eilig zu haben, von dort fortzukommen. Und so schlenderten wir zusammen ziellos über den Hof. Ich habe einen Mordshunger, sagte Fela mit einem Mal. Sollen wir nicht irgendwo was zu Mittag essen? Ich war mir der Leichtigkeit meines Geldbeutels schmerzlich bewusst. Wäre ich nur noch ein klein wenig ärmer gewesen, so hätte ich ein paar Steinchen hineintun müssen, damit der Beutel nicht im Winde flatterte. Im Enkers bekam ich meine Mahlzeiten gratis, weil ich dort Musik machte. Anderswo Geld für Essen auszugeben, wäre also zumal so kurz vor den Zulassungsprüfungen absoluter Blödsinn gewesen. Liebend gern, sagte ich aufrichtig. Und dann log ich. Aber ich sollte mich hier noch ein wenig umtun, ob nicht jemand seinen Termin mit mir tauschen will. Ich feilsche nämlich gern, schon von Kindesbeinen an. Fela griff in ihre Tasche. Wenn du mehr Zeit brauchst, kannst du gern meinen Termin haben. Ich sah mir das Plättchen an, das sie zwischen Daumen und Zeigefinger hielt, und geriet mächtig in Versuchung. Zwei zusätzliche Tage zur Vorbereitung wären ein Geschenk des Himmels gewesen. Oder ich hätte mit dem Termin ein Talent verdienen können, vielleicht gar zwei. Ich würde dir doch nie deinen Glückstermin wegnehmen. Und außerdem bist du schon viel zu großzügig zu mir gewesen, sagte ich lächelnd und zog mir den Umhang enger um die Schultern. Fela lächelte ebenfalls und fuhr mit den Fingerknöcheln über den Umhangstoff. Freut mich, dass er dir gefällt. Aber wie ich es empfinde, bin ich dir immer noch was schuldig. Sie biss sich nervös auf die Lippen und ließ dann die Hand sinken. Versprich mir, dass du mir Bescheid sagst, falls du es dir anders überlegst. Versprochen. Sie lächelte noch einmal, hob zum Abschied die Hand und ging über den Hof davon. Der Anblick, wie sie durch die Menschenmenge schlenderte, hatte etwas davon, wie sich der Wind über die Oberfläche eines Teichs bewegt. Statt der Kräuselungen des Wassers wandten junge Männer unisono den Kopf, um sie vorübergehend zu sehen. Ich sah ihr immer noch nach, als Willem zu mir trat. »Bist du jetzt fertig mit Flirten?«, fragte er. »Ich hab nicht geflirtet.« »Hä? Das hättest du aber tun sollen,« sagte er. »Deshalb warte ich denn so höflich ab und störe dich nicht, wenn du solche Gelegenheiten ungenutzt verstreichen lässt.« »Du verstehst das falsch,« sagte ich. »Sie ist bloß freundlich zu mir.« »Hm? Offensichtlich,« erwiderte er. Und sein kealdischer Akzent unterstrich den Sarkasmus. »Was hast du denn gezogen?« Ich zeigte ihm mein Plättchen. »Du bist einen Tag später dran als ich.« Er zeigte mir seins. »Für einen Jod tausche ich mit dir.« Ich zögerte. »Komm schon,« sagte er. »Es ist ja nicht so, dass du in der Bibliothek büffeln könntest, so wie wir anderen.« Ich sah ihn verärgert an. »Ich bin schier überwältigt von deinem Mitgefühl.« »Mein Mitgefühl hebe ich mir für Leute auf, die klug genug sind, den Leiter der Bibliothek nicht zur Weißglut zu treiben,« sagte er. »Für Leute wie dich habe ich nur einen Jod übrig. Also, willst du oder nicht?« »Ich hätte gern zwei Jods dafür,« sagte ich und sah mich in der Menge nach verzweifelt wirkenden Studenten um. »Mal sehen, ob ich die kriegen kann.« Willem knifft die dunklen Augen zusammen. »Ein Jod, drei Deute,« sagte er. Ich sah mich wieder zu ihm um. »Ein Jod, drei Deute,« sagte ich. »Und wenn wir das nächste Mal Corners spielen, nimmst du Simmon zum Partner.« Er lachte schnaubend auf und nickte. Wir tauschten die Plättchen, und ich steckte das Geld in meinen Beutel. Ein Talent, vier Jods. Ich war einen kleinen Schritt weitergekommen. Nach kurzem Nachdenken steckte ich auch das Plättchen ein. »Willst du nicht mehr weitertauschen?«, fragte Will. Ich schüttelte den Kopf. »Ich glaube, ich behalte diesen Termin.« Er runzelte die Stirn. »Wieso? Was kannst du denn in vier Tagen erreichen, außer dir Sorgen zu machen und Däumchen zu drehen?« »Was alle anderen auch tun,« sagte ich. »Mich auf mein Prüfungsgespräch vorbereiten.« »Und wie?«, fragte er. »Du hast doch immer noch Hausverbot in der Bibliothek, nicht wahr?« »Es gibt auch noch andere Methoden der Vorbereitung,« sagte ich geheimnisvoll. Willem schnaubte. »Das klingt ja ganz und gar nicht dubios,« sagte er. »Und du wunderst dich, dass die Leute über dich reden.« »Ich wundere mich nicht, dass sie über dich reden.« Die Stadt, die im Laufe der Jahrhunderte rings um die Universität herum gewachsen war, war nicht allzu groß. Es war eher ein Städtchen. Dennoch blühte der Handel am hiesigen Ende der großen Steinstraße. Kaufleute brachten Wagen voller Rohstoffe, Teer und Ton, Gipsstein, Pottasche und Meersalz. Sie brachten Luxusgüter wie Lenatti-Kaffee und windischen Wein. Sie brachten feine, dunkle Tinte aus Arue, reinweißen Sand für unsere Glasarbeiten und Präzisionsfedern und Schrauben aus kealdischer Fertigung. Wenn die Kaufleute wieder abfuhren, waren ihre Wagen hochbeladen mit Dingen, die es nur an der Universität gab. Die Mediho stellte Arzneimittel her, richtige Medikamente, keine Quacksalbermittelchen. Der Alchemiekomplex produzierte seine eigenen Wunderwerke, von denen ich nur eine vage Vorstellung hatte, aber auch Rohstoffe wie Nafta, Schwefelgösch und Doppelkalk. Ich mag davor eingenommen sein, glaube aber behaupten zu können, dass die meisten greifbaren Wunderwerke der Universität aus dem Handwerkszentrum stammten. Geschliffene Glaslinsen, Barren von Wolfram und Glanzstahl, Blattgold so fein und leicht zu zerreißen wie Seidenpapier. Doch wir stellten noch weit mehr her, Sympathielampen und Teleskope, Hitzefresser und Schwunger, Salzpumpen, Trimetallkompasse und dutzende Varianten von Tackams Winde und Delevaris Achse. Handwerker wie ich fertigten diese Dinge, und wenn Händler sie erwarben, bekamen wir eine Provision, 60 Prozent der Kaufsumme. Nur deshalb besaß ich überhaupt etwas Geld. Und da während der Zulassungsprüfungen keine Lehrveranstaltungen stattfanden, hat ich in den Lagerraum, in dem sich die Handwerker ihre Werkzeuge und ihr Material aushändigen ließen, und war erstaunt, als ich dort einen großen, blassen Studenten am Fenster stehen sah, der sehr gelangweilt wirkte. »Jaxim?« sagte ich. »Was machst du denn hier? Das ist doch eine Hiwi-Arbeit.« Jaxim nickte missmutig. »Kilvin ist immer noch ein bisschen sauer auf mich,« sagte er. »Du weißt schon, wegen dem Feuer und so.« »Hm. Tut mir leid, das zu hören,« sagte ich. Jaxim war ebenso relaar wie ich. Es stand ihm daher frei, beliebig viele eigene Projekte zu verfolgen. Dass er zu einer niederen Tätigkeit wie dieser gezwungen wurde, war nicht nur langweilig für ihn, sondern demütigte ihn auch in aller Öffentlichkeit, kostete ihn gleichzeitig Geld und verzögerte sein Studium. Es war eine bemerkenswert gründliche Art der Bestrafung. »Woran fehlt es uns denn?« fragte ich. »Es war eine Kunst für sich, im Handwerkszentrum die richtigen Projekte zu wählen. Selbst wenn man die hellste Sympathielampe oder den wirksamsten Hitzeschlucker aller Zeiten baute, solange es niemand kaufte, erhielt man keinen müden Penny-Provision. Für die meisten meiner Kollegen war das kein Problem. Sie konnten es sich leisten, auf Kundschaft zu warten. Ich aber brauchte etwas, das sich schnell zu Geld machen ließ.« Jaxim lehnte sich auf den Tresen zwischen uns. »Caravan hat gerade alle unsere Decksleuchten aufgekauft,« sagte er. »Jetzt haben wir nur noch die eine hässliche von Westen übrig.« Ich nickte. Sympathielampen waren ideal für den Einsatz auf Schiffen. Sie waren sehr bruchsicher, langfristig preiswerter als Öllampen, und es ging keine Brandgefahr von ihnen aus. Ich überschlug es im Kopf. Wenn ich gleich zwei Leuchten herstellte, konnte ich viel Zeit sparen, indem ich doppelte Arbeiten vermied und ziemlich sicher sein, dass sie verkauft waren, ehe meine Studiengebühren fällig wurden. Dummerweise jedoch waren Decksleuchten, die reine Plackerei. Vierzig Stunden äußerst sorgfältige Arbeit, und wenn mir auch nur der kleinste Fehler unterlief, würden die Leuchten nicht funktionieren. Dann hätte ich nach all den Mühen nichts vorzuweisen, und dazu auch noch Schulden am Hals für das vergeudete Material. Dennoch blieb mir nicht viel anderes übrig. »Na, dann baue ich doch ein paar Leuchten,« sagte ich. Jaxim nickte und schlug sein großes Hauptbuch auf. Ich listete auf, was ich alles brauchte. Zwanzig mittlere Rohemitter, zwei von den großen Gussformen, einen Griffel mit Diamantnadel, ein Tentenglas, zwei mittelgroße Schmelztiegel, vier Unzen Zinn, sechs Unzen Feinstahl, zwei Unzen... Acht Stunden später schritt ich durch die Eingangstür des Enkers. Ich roch nach heißer Bronze, Teer und Kohlenrauch. Es war schon fast Mitternacht, und im Schankraum saß nur noch eine Handvoll hartnäckiger Zecher. »Du siehst mitgenommen aus,« sagte Enker, als ich an den Tresen kam. »So fühle ich mich auch,« erwiderte ich. »Es gibt wohl nichts mehr zu essen, oder?« Er schüttelte den Kopf. »Die Leute hatten heute Abend großen Appetit. Ich habe noch ein paar kalte Kartoffeln, die ich morgen in die Suppe tun wollte, und einen halben gebackenen Kürbis, glaube ich.« »Nehm ich,« sagte ich, »aber ein bisschen gesalzene Butter dazu wäre nett.« Er nickte und ging in Richtung Küche. »Das brauchst du aber nicht extra warm machen,« sagte ich. »Ich nehme es einfach nur mit aufs Zimmer.« Er brachte mir eine Schüssel mit drei schönen großen Kartoffeln und einem halben, glockenförmigen Goldkürbis darin. In seiner Mitte, wo die Samen herausgelöffelt waren, saß ein großzügiger Klacksbutter. »Ich nehme auch noch eine Flasche Breedenbier,« sagte ich, »und bitte nicht aufmachen, nicht, dass es auf die Treppe tropft.« Es waren drei Treppen hoch zu meiner Kammer. Nachdem ich dort die Tür hinter mir geschlossen hatte, drehte ich den Kürbis vorsichtig in der Schüssel um, legte das Bier obendrauf, verpackte das Ganze in einem Stück Sackleinen und schnürte es zu einem Päckchen, das ich unter dem Arm tragen konnte. Dann öffnete ich mein Fenster und stieg aufs Dach des Wirtshauses hinaus. Von dort war es nur ein kleiner Sprung zu der Bäckerei auf der anderen Seite der Gasse. Ein Scheibchen Mond hing tief am Firmament und spendete genug Licht, dass ich sehen konnte, ohne mich exponiert zu fühlen. Nicht, dass ich mir da Sorgen machte. Es war fast Mitternacht und auf den Straßen war es still, außerdem blicken Menschen nur erstaunlich selten nach oben. Auri saß auf einem breiten Ziegelschaunstein und wartete schon auf mich. Sie trug das Kleid, das ich ihr gekauft hatte, und baumelte mit den bloßen Füßen, während sie zum Sternenhimmel empor sah. Ihr Haar war so fein, dass es wie eine Wolke um ihren Kopf schwebte und beim leichtesten Lufthauch in Bewegung geriet. Vorsichtig trat ich in die Mitte einer breiten Zinnfläche. Das Blech gab unter meinem Fuß einen leisen Ton von sich, wie ein ferner, gedämpfter Basstrommelschlag. Auris Füße hielten beim Baumeln inne, und sie verharrte so starr wie ein aufgeschrecktes Kaninchen. Dann sah sie mich und lächelte. Ich winkte ihr zu. Auris sprang von dem Schornstein herab und kam zu mir gehüpft. »Hallo, Quoth!« Sie wich einen halben Schritt zurück. »Du stinkst!« Ich setzte mein schönstes Lächeln auf. »Hallo, Auri!« sagte ich. »Und du duftest wie ein hübsches, junges Mädchen!« »Ja, das stimmt«, erwiderte sie fröhlich. Sie trat ein wenig beiseite, dann wieder vor, wobei sie sich fast lautlos auf den Fußballen fortbewegte. »Was hast du mir denn mitgebracht?« konterte ich. Sie grinste. »Ich hab einen Apfel, der sich für eine Birne hält,« sagte sie und hielt ihn empor, »und ein Brötchen, das sich für eine Katze hält, und einen Kopfsalat, der sich für einen Kopfsalat hält.« »Dann ist es ein kluger Kopfsalat.« »Wohl kaum«, sagte sie mit einem zarten Schnauben. »Wieso sollte jemand, der klug ist, glauben, er wäre ein Kopfsalat?« »Selbst wenn er ein Kopfsalat ist,« fragte ich. »Dann erst recht,« erwiderte sie. »Es ist doch schon schlimm genug, ein Kopfsalat zu sein. Wie schrecklich ist es da erst, wenn man sich auch noch für einen hält?« Sie schüttelte mit betrübter Miene den Kopf, und ihr Haar folgte der Bewegung, als wäre sie unter Wasser. Nun schnürte ich mein Päckchen auf. Ich habe dir ein paar Kartoffeln mitgebracht, einen halben Kürbis und eine Flasche Bier, die sich für einen Leib Brot hält.« »Und wofür hält sich der Kürbis?«, fragte sie neugierig und sah ihn an. Sie hielt die Hände hinterm Rücken verschränkt. »Er weiß, dass er ein Kürbis ist,« sagte ich. »Aber er tut so, als wäre er die untergehende Sonne.« »Und die Kartoffeln?«, fragte sie. »Die schlafen,« sagte ich. »Und sie sind kalt,« fürchte ich. Da sah sie mit sanftem Blick zu mir hoch. »Fürchte dich nicht,« sagte sie und legte mir einen Herzschlag lang eine Hand an die Wange, eine Berührung zarter als die einer Feder. Die Nacht war kühl, und statt auf dem Dach zu speisen, wie wir es oft taten, führte mich Auri daher hinter das eiserne Entwässerungsgitter in das ausgedehnte Höhlen- und Tunnelsystem unter der Universität. Sie trug die Flasche und hielt etwas von der Größe einer Münze in die Höhe, das ein grünliches Licht abgab. Ich trug die Schale und die Sympathielampe, die ich selbst gebaut hatte, diejenige, die Kilwin als Diebeslampe bezeichnet hatte. Auri führte mich in einen Tunnel, an dessen Wänden die unterschiedlichsten Rohre entlang liefen. Einige der Größeren beförderten Wasserdampf, und obwohl sie mit Dämmstoff umwickelt waren, ging eine beständige Wärme von ihnen aus. Auri legte die Kartoffeln behutsam in eine Krümmung des Rohrs, in der das Dämmmaterial abgelöst war, und die eine Art kleinen Ofen bildete. Mein Sackleinen als Tisch und Tischtuch nutzend, ließen wir uns auf dem Boden nieder und begannen unser Abendessen. Das Brötchen war schon ein wenig altbacken, enthielt aber Nüsse und Zimt. Der Kopfsalat hingegen war erstaunlich frisch, und ich fragte mich, wo sie den wohl her hatte. Sie gab mir eine Teetasse aus Porzellan und trank selbst aus einem metallenen Bettlerbecher. Das Bier goss sie so feierlich ein, als wäre es Tee, den sie einem König kredenzte. Beim Essen wurde nicht gesprochen. Das war eine der Regeln, die ich durch Ausprobieren hatte lernen müssen. Keine Berührungen, keine abrupten Bewegungen, keine auch nur entfernt persönlichen Fragen. Ich durfte mich nicht nach dem Kopfsalat oder der grünen Münze erkundigen. So etwas hätte zur Folge gehabt, dass sie sich in das Tunnelsystem davon gemacht und ich sie tagelang nicht mehr zu Gesicht bekommen hätte. Ehrlich gesagt wusste ich nicht mal ihren richtigen Namen. Ich hatte mir nur angewöhnt, sie Auri zu nennen. Insgeheim aber nannte ich sie meine kleine Mondfee. Auri machte wie stets beim Essen eine grazile Figur. Sie saß aufrecht und nahm kleine Bissen. Sie hatte einen Löffel, mit dem wir abwechselnd von dem Kürbis aßen. Du hast deine Laute gar nicht mitgebracht, sagte sie, als wir aufgegessen hatten. Ich muss heute Nacht noch viel lesen, erwiderte ich. Aber ich bringe sie bald mal wieder mit. Wie bald? In sechs Tagen. Dann hatte ich meine Zulassungsprüfung hinter mir. Ihr kleines Gesicht blickte missbilligend. Sechs Tage ist nicht bald, sagte sie. Morgen ist bald. Für einen Stein ist sechs Tage bald. Dann spiel doch in sechs Tagen für einen Stein. Und morgen spielst du für mich. Ich glaube, du kannst sechs Tage lang ein Stein sein, erwiderte ich. Das ist jedenfalls besser, als ein Kopfsalat zu sein. Das stimmt, sagte sie und lächelte. Nachdem wir auch den Apfel aufgegessen hatten, führte mich Auri durch das Unterding. Wir gingen schweigend den Nickweg entlang, hüpften durch Hopse und gelangten schließlich nach Schwaden, ein Labyrinth von Gängen, in denen stets ein leichter Wind wehte. Ich hätte mich dort wahrscheinlich auch allein zurechtgefunden, aber viel lieber ließ ich mich von Auri führen. Sie kannte das Unterding wie ein fahrender Kessler seine Packtaschen. Willem hatte recht. Ich hatte in der Bibliothek immer noch Hausverbot. Doch andererseits hatte ich stets ein besonderes Geschick besessen, dort hinein zu gelangen, wo ich eigentlich nicht hätte sein dürfen. Leider. Die Bibliothek war ein riesiger, fensterloser Gebäudequader. Doch die Studenten darin brauchten frische Luft zum Atmen. Und die Bücher brauchten mehr als das. Wenn die Luft im Gebäude zu feucht gewesen wäre, hätten die Bücher angefangen zu faulen und zu schimmeln. Und wenn sie zu trocken gewesen wäre, wäre das Pergament spröde geworden und zerfallen. Ich hatte lange gebraucht, bis ich herausgefunden hatte, auf welchem Weg Frischluft in die Bibliothek gelangte. Doch auch nachdem ich den richtigen Tunnel entdeckt hatte, war es alles andere als einfach gewesen, ins Gebäude zu gelangen. Ich hatte einen beängstigend engen Gang hinaufkriechen müssen, wobei ich mich eine Viertelstunde lang auf dem Bauch über schmutzigen Fels fortbewegte. Ich hatte im Unterding eine Garnitur Kleider deponiert, und nach nicht einmal einem Dutzend Passagen waren diese Kleider komplett ruiniert, die Knie und Ellenbogen zerrissen. Aber es lohnte sich. Denn endlich hatte ich wieder Zugang zur Bibliothek. Der Teufel wäre los gewesen, wenn mich jemand dabei erwischt hätte. Das hätte sicherlich mindestens meinen Rausschmiss zur Folge gehabt. Wenn ich mich aber bei der Zulassungsprüfung nicht gut schlug und zwanzig Talente Studiengebühren aufgebrummt bekam, kam das praktisch einem Rausschmiss gleich. Es wäre also gehüpft, wie gesprungen. Dennoch machte ich mir keine Sorgen, ertappt zu werden. Im Bibliotheksmagazin gab es nur das Licht, das die Studenten und Bibliothekare bei sich trugen. Es herrschte dort also ewige Nacht. Das Eolien Die Tage schleppten sich dahin. Ich arbeitete mir im Handwerkszentrum buchstäblich die Finger wund und las anschließend in der Bibliothek, bis mir die Buchstaben vor den Augen verschwammen. Am fünften Tag der Zulassungsprüfungen stellte ich schließlich meine Decksleuchten fertig und lieferte sie im Lager ab, in der Hoffnung, dass sie sich schnell verkaufen würden. Ich überlegte, zwei weitere zu beginnen, machte mir aber klar, dass ich sie nicht fertig bekommen konnte, bevor die Studiengebühren fällig wurden. Daher machte ich mich daran, auf andere Weise Geld zu beschaffen. Ich schob einen zusätzlichen Abendauftritt im Enkers ein und bekam von dankbaren Zuhörern dafür einige Getränke spendiert und eine Handvoll Kleingeld. Außerdem leistete ich auch etwas Akkordarbeit im Handwerkszentrum. Ich stellte einfache, nützliche Dinge her, wie Messingzahnräder und gehärtete Glasscheiben. So etwas kaufte das Handwerkszentrum sofort, und man erzielte dabei einen kleinen Gewinn. Da kleine Gewinne aber nicht ausreichen würden, fertigte ich anschließend zwei Chargen gelber Emitter. In Sympathielampen eingesetzt, gaben sie ein angenehmes, gelbliches Licht von sich, das dem Sonnenschein ähnelte. Sie waren einiges Geld wert, denn während man sie dotierte, musste man mit gefährlichen Stoffen hantieren. Die Schwermetalle und dampfenden Säuren waren dabei noch das geringste Problem. Wirklich beängstigend waren die bizarren alchemischen Verbindungen. Es gab da Substanzen, die einem ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen durch die Haut drangen und dann in aller Stille das Calcium aus den Knochen sogen. Andere verbargen sich einfach nur im Körper und zeigten monatelang keinerlei Wirkung, bis man urplötzlich schweres Zahnfleischbluten bekam und einem die Haare ausfielen. Verglichen mit manchem Zeug, das sie im Alchemiekomplex herstellten, wirkte Arsen so harmlos wie der Zucker, den man sich in den Tee streut. Obwohl ich mit äußerster Sorgfalt zu Werke ging, zerbrach bei der zweiten Emitterscharge mein Tentenglas und winzige Tröpfchen eines Leitmittels spritzten auf das Glas der Abzughaube, an der ich arbeitete. Nichts davon berührte meine Haut, doch ein Tröpfchen landete auf meinem Hemd, oberhalb der fast armlangen Lederhandschuhe, die ich trug. Ganz langsam zog ich mit einem Greifzirkel den Hemdstoff an dieser Stelle von meinem Körper fort. Dann schnitt ich das Stück Stoff heraus, sodass es meine Haut nicht mehr berühren konnte. Dieser Zwischenfall ließ mich schlotternd und schweißgebadet zurück, und ich befand, dass es bessere Möglichkeiten gab, Geld zu verdienen. Ich übernahm die Wachschicht eines Kommilitonen in der Mediho, wofür ich einen Jod bekam. Dann half ich einem Händler dabei, drei Wagenladungen Kalk abzuladen und bekam pro Wagen einen Halbpenny dafür. Später an diesem Abend stieß ich auf eine Kartenrunde, die mich zum Mitspielen einlud. Binnen zweier Stunden brachte ich es fertig, 18 Pennys und ein paar zerquetschte zu verlieren. Das ärgerte mich fürchterlich. Doch ich zwang mich, vom Spieltisch aufzustehen, bevor es womöglich noch schlimmer kam. Nach all diesen Bemühungen war mein Geldbeutel leerer als zuvor. Ich vertrat mir ein wenig die Beine auf der breiten Steinstraße, die nach Imre führte. Simmon und Willem begleiteten mich. Will hatte seinen späten Termin schließlich mit sattem Gewinn verkaufen können, und also hatten sie beide ihre Prüfung hinter sich und waren aller Sorgen ledig. Wills Studiengebühren waren auf sechs Talente, acht Jods festgesetzt worden, und Simmon freute sich immer noch über seine beeindruckend niedrigen 5-2. Mein Geldbeutel enthielt ein Talent und drei Jods. Ein wenig verheißungsvoller Betrag. Der vierte in unserer Runde war Manet. Sein struppiges, graues Haar und die gewohnheitsmäßig zerknitterten Kleider ließen ihn ein wenig verwirrt wirken, so als wäre er gerade erst aufgewacht und wüsste nicht recht, wo er sei. Wir nahmen ihn mit, weil wir einen vierten Mann fürs Corners spielen brauchten, aber auch, weil wir uns verpflichtet fühlten, dafür zu sorgen, dass der arme Kerl wenigstens ab und zu mal aus der Universität herauskam. Wir vier überquerten den hohen Bogen der Steinbrücke über den Umethi und gelangten dann nach Imre. Der Herbst lag in den letzten Zügen, und weil es kühl zu werden drohte, trug ich meinen Umhang. Den lauten Kasten hatte ich mir auf den Rücken geschnallt. Im Herzen von Imre gingen wir über den mit Kopfstein gepflasterten Platz, vorbei an dem großen Springbrunnen mit den Nymphen und Satyrstatuen darin. Ein leichter Wind trug ein wenig von dem Sprühwasser des Springbrunnens mit sich, und wir stellten uns an der Schlange vor dem Aeolien an. Am Eingang angelangt sah ich zu meinem Erstaunen, dass Diok nicht da war. An seiner Stelle stand dort ein kleiner, stiernackiger Mann mit grimmigem Blick. »Das macht einen Jod, junger Herr.« »Oh, Entschuldigung«, sagte ich, schob den Gurt des lauten Kastens beiseite und zeigte ihm das Abzeichen in Gestalt einer kleinen silbernen Panflöte, das an meinem Umhang befestigt war. Ich wies auf Will, Sim und Manet. »Die drei gehören zu mir.« Der Türsteher beäugte das Abzeichen argwöhnisch. »Du siehst aber sehr jung aus«, sagte er und sah mir wieder ins Gesicht. »Ich bin sehr jung«, erwiderte ich leicht hin. »Das macht zu einem gewissen Teil meinen Charme aus.« »Sehr jung für ein Abzeichen«, präzisierte er und formulierte es so zu einer einigermaßen höflichen Anschuldigung um. Ich zögerte. Ich sah zwar älter aus, als ich war, also ein paar Jahre älter als fünfzehn, war damit aber, soweit ich wusste, der jüngste ausgezeichnete Musiker des Aeolien. Normalerweise wirkte sich das zu meinen Gunsten aus. Nun jedoch, noch ehe mir eine Erwiderung einfiel, meldete sich jemand aus der Schlange hinter uns zu Wort. »Das geht in Ordnung, Cat«. Eine große Frau, die einen Geigenkasten trug, nickte mir zu. »Er hat sich sein Abzeichen verdient, während du nicht da warst. Das hat schon seine Richtigkeit.« »Danke, Marie«, sagte ich, und der Türsteher ließ uns ein. Wir vier fanden einen freien Tisch hinten im Saal, von dem aus man einen guten Blick auf die Bühne hatte. Ich sah mich unter den Leuten um und wehrte einen nur allzu vertrauten Anflug von Enttäuschung ab, als ich Denner nirgends entdecken konnte. »Was sollte denn das am Eingang?«, fragte Manet, der sich ebenfalls umsah und besonders die Bühne und das hohe Deckengewölbe betrachtete. »Zahlt man hier etwa normalerweise Eintritt?« Ich sah ihn an. »Du studierst seit dreißig Jahren, warst aber noch nie im Aeolien?« »Na ja, weißt du,« sagte er und machte eine vage Handbewegung. »Ich habe halt immer viel zu tun. Ich komme nicht allzu oft auf diese Seite des Omethi.« Sim lachte und setzte sich. »Dann werde ich es mal so erklären, dass auch du es verstehst, Manet. Wenn es eine Universität für Musik gäbe, dann wäre sie das hier, und Quoth wäre an dieser Uni ein allseits anerkannter Akkanist.« »Der Vergleich hinkt aber mächtig,« sagte Will. »Das hier ist eher ein Fürstenhof der Musik, und Quoth gehört zum Hofstaat. Wir sind sein Gefolge und dürfen daher mit rein. Das ist übrigens der Grund, weshalb wir es schon so lange mit ihm aushalten, obwohl er eigentlich so eine unglaubliche Nervensäge ist.« »Ein ganzer Jod, bloß um hier reinzukommen?«, fragte Manet. Ich nickte. Manet sah sich weiter um und betrachtete die feingekleideten Adligen, die droben auf den Rängen, promenierten. Das Aeulien begann sich gerade erst zu füllen, und daher vertrieben wir uns die Zeit, damit Corners zu spielen. Die Einsätze waren ganz harmlos, es ging nur um einen Deut pro Runde, und das Doppelte wurde fällig, wenn man sich beim Mogeln erwischen ließ. Aber so bitterarm wie ich war, war jeder Einsatz hoch für mich. Zum Glück spielte Manet so verlässlich wie eine Zahnraduhr, keine auch nur versuchten Tricks, keine riskanten Manöver, kein Spiel aus dem Bauch heraus. Simmon zahlte die erste Runde Getränke, und Manet die zweite. Als dann schließlich die Lichter im Aeulien gedämpft wurden, führten Manet und ich mit zehn Punkten Vorsprung, was größtenteils Simmons Hang zum Halsbrecherischen Überreizen zu verdanken war. Ich steckte den gewonnenen Kupferjod mit grimmiger Genugtuung ein. Ein Talent, vier Jods. Ein älterer Herr betrat die Bühne. Nachdem Stenshien ihn kurz vorgestellt hatte, spielte er auf einer Mandoline eine schmerzlich schöne Version von Tettans letzte Stunde. Seine Finger bewegten sich leicht, schnell und sicher über die Seiten. Aber seine Stimme? Die meisten Dinge lassen mit dem Alter nach. Die Hände und der Rücken werden steif, die Sehkraft verringert sich, die Haut wird rauh und die Schönheit schwindet. Die einzige Ausnahme dieser Regel ist die Stimme. Bei guter Pflege und stetem Gebrauch wird die menschliche Stimme mit dem Alter immer noch schöner. Seine Stimme war wie lieblichster Honigwein. Er wurde für sein Lied mit innigem Beifall bedacht, und dann wurde es wieder hell im Saal und das Stimmengewirr schwoll wieder an. Es gibt Pausen zwischen den einzelnen Auftritten, erklärte ich Manet, damit die Leute sich unterhalten und umhergehen und sich was zu trinken besorgen können. Wenn du aber während eines Auftritts zu schwatzen anfängst, können selbst Telu und die Schar seiner Engel dich nicht beschützen. Manet schnaubte. Macht dir mal keine Sorgen, dass ich euch in Verlegenheit bringen könnte. So ein Banause bin ich nun auch wieder nicht. Ich wollte dich nur fairerweise warnen, sagte ich. Du sagst mir ja immer, was im Handwerkszentrum gefährlich ist, und jetzt sage ich dir, was hier gefährlich ist. Seine Laute war irgendwie anders als deine, sagte Willem. Sie klangen anders. Und kleiner war sie auch. Ich zwang mich, ganz ernst zu bleiben. Diese Art von Laute nennt man Mandoline, sagte ich. Du wirst doch auch was spielen, nicht wahr? fragte Simmon und rutschte wie ein aufgeregter junger Hund auf seinem Sitz hin und her. Du solltest das Lied spielen, das du über Ambrose geschrieben hast. Er begann die Melodie zu summen und sang dann. Ein Muli kann zaubern lernen. Der hat dafür einen Näsel. Denn anders als Rosie etwa, ist er nur halb ein Esel. Manet kicherte in seinen Krug. Selbst Willem ließ sich zu einem seltenen Lächeln hinreißen. Nein, sagte ich mit Bestimmtheit. Mit Ambrose bin ich fertig. Und was mich angeht, sind wir quitt. Ja, klar, entgegnete Will trocken. Das ist mein Ernst, sagte ich. Es hat doch keiner was davon. Dieser ewige Hickhack führt doch nur zu Gereiztheit bei den Meistern. Gereiztheit ist sehr milder ausgedrückt, erwiderte Manet. Ich hätte da ein ganz anderes Wort gewählt. Du schuldest ihm noch eine Revanche, sagte Sim, und seine Augen funkelten vor Wut. Und außerdem werden sie dich ja wohl kaum das für ein Mitglied des Arcanums ungebührlichen Verhaltens beschuldigen, nur weil du ein Lied gesungen hast. Nein, das nicht, erwiderte Manet. Sie werden einfach seine Studiengebühren erhöhen. Wie bitte? sagte Sim, das können sie nicht machen. Die Studiengebühren beruhen auf dem Prüfungsgespräch. Manets Schnauben halte in seinem fast leeren Krug wieder. Er trank noch einen Schluck. Das Prüfungsgespräch ist nur ein Teil dieses Spiels. Wenn du es dir leisten kannst, quetschen sie dich ein bisschen aus, und ebenso, wenn du ihnen auf die Nerven gegangen bist. Er sah mich mit ernstem Blick an. Diesmal kriegst du es von beiden Seiten. Wie oft haben sie dich im vergangenen Trimester auf die Hörner genommen? Zwei Mal, sagte ich. Aber beim zweiten Mal war es wirklich nicht meine Schuld. Natürlich nicht, sagte Manet und sah mich freimütig an. Deshalb haben sie dich ja auch auspeitschen lassen, nicht wahr? Weil es nicht deine Schuld war. Ich regte mich unbehaglich auf meinem Sitz und spürte dabei die halb verheilten Narben auf meinem Rücken. Es war größtenteils nicht meine Schuld, präzisierte ich. Manet tat das mit einem Achselzucken ab. Um Schuld geht's nicht. Ein Baum ist nicht Schuld am Gewitter. Aber jeder Schwachkopf weiß, wo der Blitz am ehesten einschlagen wird. Willem nickte ernst. Bei uns daheim sagt man, der längste Nagel wird als erster eingehämmert. Er runzelte die Stirn. Auf Siyaru klingt das irgendwie besser. Sim machte ein besorgtes Gesicht. Aber das Prüfungsgespräch hat doch immer noch den allergrößten Anteil an der Bemessung der Gebühren, nicht wahr? Es klang, als sei er bisher nie auf die Idee gekommen, dass persönliche Animositäten und irgendwelche Winkelzüge dabei auch eine Rolle spielen könnten. Den größten Anteil, bestätigte Manet. Aber die meisten entscheiden selbst über ihre Fragen, und jeder von ihnen hat bei den Gebühren ein Wörtchen mitzureden. Er begann es an den Fingern abzuzählen. Hemme kann dich nicht ausstehen, und er kann unglaublich nachtragend sein. Bei Lauren hast du dich schon sehr früh unbeliebt gemacht und bist es auch geblieben. Du bist einfach ein Tunichtgut. Gegen Ende des letzten Trimesters hast du fast eine ganze Spanne gefehlt, und du hast dich vorher nicht abgemeldet und dich hinterher nicht entschuldigt. Er bedachte mich mit einem vielsagenden Blick. Ich sah betreten auf den Tisch hinab und war mir nur allzu bewusst, dass ich damals auch bei jenen Seminaren unentschuldigt gefehlt hatte, die zu meiner Lehre bei Manet im Handwerkszentrum gehörten. Nach kurzem Schweigen zuckte Manet die Achseln und fuhr fort. »Darüber hinaus werden sie dich diesmal als Rela prüfen. Und je weiter man aufsteigt, desto höher die Gebühren. Das ist einer der Gründe, warum ich so lange Elie geblieben bin.« Er sah mich streng an. »Willst du wissen, was ich schätze? Du kannst von Glück reden, wenn sie dir weniger als zehn Talente abverlangen.« »Zehn Talente?« Sim sog Luft zwischen den Zähnen durch und schüttelte mitfühlend den Kopf. »Ein Glück, dass du gerade so gut bei Kasse bist.« »So gut bei Kasse nun auch wieder nicht«, sagte ich. »Wie das?«, fragte Sim. »Die Meister haben Ambrose doch zu fast zwanzig Talenten Geldstrafe verurteilt, nachdem er deine Laute kaputt gemacht hatte. Was hast du denn mit dem ganzen Geld gemacht?« Ich senkte den Blick und stupste mit dem Fuß vorsichtig an meinen Lautenkasten. »Du hast es alles für eine neue Laute ausgegeben?«, fragte Simmon entsetzt. »Zwanzig Talente? Weißt du überhaupt, was man für so viel Geld kaufen könnte?« »Eine Laute?«, fragte Willem. »Ich wusste nicht mal, dass man überhaupt so viel Geld für ein Musikinstrument ausgeben kann,« sagte Simmon. »Man kann auch viel mehr dafür ausgeben,« sagte Mané. »Es ist wie bei Pferden.« Da geriet das Gespräch ein wenig ins Stocken. Will und Sim sahen ihn verwirrt an. Ich lachte. »Ja, das ist tatsächlich ein guter Vergleich.« Mané nickte den beiden zu. »Bei Pferden gibt es auch eine immense Preisspanne. Einen altersschwachen Ackergaul kriegt man schon für weniger als ein Talent. Für einen hochtrabenden Wolder aber muss man vierzig Talente hinlegen.« »Das reicht wohl kaum, grunzte Will. Nicht, wenn's ein echter Wolder ist.« Mané lächelte. »Genau das ist es. Die höchste Summe, von der du je gehört hast, dass jemand sie für ein Pferd ausgegeben hat, lässt sich mit Leichtigkeit auch für eine gute Harfe oder Geige ausgeben.« Simmon guckte verblüfft. »Aber mein Vater hat mal zweihundertfünfzig Talente für einen großen Captain hingelegt«, sagte er. Ich lehnte mich zur Seite und zeigte in den Saal. »Siehst du den blonden Mann da? Seine Mandoline ist doppelt so viel wert.« »Aber«, sagte Simmon, »bei Pferden geht's doch um die Abstammung. Pferde kann man züchten, um sie zu verkaufen.« »Bei der Mandoline geht es auch um die Abstammung«, sagte ich. »Sie wurde von Antresser höchstpersönlich gebaut. Sie ist hundertfünfzig Jahre alt.« Ich sah zu, wie Simmon diese Informationen verdaute und sich dabei nach all den anderen Instrumenten im Raum umsah. »Trotzdem«, sagte er, »zwanzig Talente«. Er schüttelte den Kopf. »Wieso hast du damit nicht wenigstens bis nach der Zulassungsprüfung gewartet? Dann hättest du das Geld, das dir noch geblieben wäre, für eine Laute ausgeben können.« »Ich habe sie für meine Auftritte im Anchors gebraucht«, erklärte ich. »Als Hausmusiker habe ich da freie Kost und Logis. Wenn ich nicht spielen würde, müsste ich da raus.« Das war die Wahrheit. Aber nicht die ganze Wahrheit. Anchor hätte Nachsicht walten lassen, wenn ich ihm meine Lage geschildert hätte. Doch wenn ich so lange abgewartet hätte, hätte ich fast zwei Spannen lang keine Laute gehabt. Das hätte sich angefühlt, als fehlte mir ein Arm oder Bein, als hätte ich zwei Spannen mit zugenähtem Mund überstehen müssen. Undenkbar. »Ich habe das auch nicht alles nur für die Laute ausgegeben«, sagte ich. »Ich hatte auch noch andere Unkosten. Genauer gesagt hatte ich den Gelet ausbezahlt, von dem ich mir Geld geliehen hatte. Das hatte mich sechs Talente gekostet. Doch von meinen Schulden bei Devi befreit zu sein, hatte sich angefühlt, als wäre eine ungeheure Last von mir genommen. Nun aber spürte ich, wie mir eben diese Last wieder aufgeladen wurde. Wenn Manets Schätzung auch nur halbwegs zutraf, war ich sogar noch schlimmer dran, als ich angenommen hatte. Zum Glück wurden in diesem Augenblick die Lichter gedämpft, und im Saal wurde es wieder stiller, was mir ersparte, mich weiter zu rechtfertigen. Wir sahen hoch, und Stanchion geleitete Marie auf die Bühne. Er plauderte auf seine gewohnte Art mit einigen Leuten in den ersten Reihen, während sie ihre Geige stimmte, und dann wurde es allmählich ganz still im Saal. Ich mochte Marie. Sie war größer als die meisten Männer, stolz wie eine Katze, und sprach mindestens vier Sprachen. Viele Musiker in Imre gaben sich alle Mühe, der neuesten Mode zu folgen, um sich so zumindest äußerlich dem Adel anzugleichen. Marie aber trug Straßenkleidung, Hosen, die einen langen Arbeitstag vertrugen, und Stiefel, die auch für einen Zwanzig-Meilen-Marsch getaugt hätten. Ich will damit nicht sagen, dass sie schlicht gekleidet war, das wirklich nicht. Sie machte sich bloß nichts aus Mode und Flitterkram. Ihre Kleidung war offenkundig maßgeschneidert, sie saß perfekt und wirkte sehr vorteilhaft. An diesem Abend trug sie burgunderrot und braun, die Farben ihrer Schirmherrin Lady Yale. Wir vier sahen gebannt auf die Bühne. »Ich gebe zu«, sagte Willem leise, »dass ich Marie durchaus schon in Erwägung gezogen habe.« Manet lachte leise auf. »Diese Frau ist eine Wucht, eine Naturgewalt, mit der wäre jeder von uns gleich mehrfach überfordert.« So eine Aussage hätte uns drei bei anderer Gelegenheit wahrscheinlich zu großspurigem Widerspruch angestachelt, doch Manet konstatierte das einfach nur, ohne den mindesten Huhn, und daher ließen wir es durchgehen, zumal er wohl Recht damit hatte. »Nichts für mich«, sagte Simmon. »Sie sieht doch immer so aus, als würde sie sich gerade für einen Ringkampf bereit machen, oder dafür ein wildes Pferd zuzureiten.« »Stimmt«, sagte Manet und lachte erneut leise. »Wenn wir in besseren Zeiten lebten, hätte man einer Frau wie ihr längst einen Tempel errichtet.« Wir verstummten, denn Marie hatte ihre Geige fertig gestimmt und begann mit einem lieblichen Rundtanz, so sacht wie eine sanfte Frühlingsbrise. Ich hatte jetzt keine Zeit, es ihm zu sagen, aber Simmon hatte Recht. Im Zündstein hatte ich Marie einmal einen Mann verprügeln sehen, der sie als Fiedelschlampe mit großer Klappe bezeichnet hatte. Sie hatte ihn auch noch getreten, als er schon am Boden lag, aber nur einmal und nirgendwohin, wo er bleibende Schäden zurückbehalten hätte. Marie zog das Tempo ganz allmählich an, und die Melodie wurde so zu einer Weise, zu der man nur tanzen würde, wenn man außergewöhnlich leichtfüßig oder sehr betrunken war. Sie zog das Tempo weiter an, bis kein Mensch mehr dazu hätte tanzen können. Nun raste das Lied dahin wie schnellste Kinderfüße. Ich staunte, wie sauber sie trotz der fieberhaften Schnelligkeit spielte. Sie wurde noch schneller, so schnell wie ein von einem Hund gehetztes Reh. Ich begann nervös zu werden, denn mir war klar, dass es nur eine Frage der Zeit sein konnte, bis sie sich verspielte. Doch irgendwie gelang es, ihr weiterzumachen und jeden einzelnen Ton perfekt zu treffen. In hohen Bögen flogen ihre Finger über die Seiten, und ihre Bogenhand blieb trotz der aberwitzigen Geschwindigkeit ganz locker. Immer noch schneller. Ihr Gesicht wirkte konzentriert, ihren Arm, der den Bogen führte, sah man nur noch verschwommen. Noch einmal schneller. Sie hatte ihre langen Beine fest auf der Bühne aufgepflanzt und hielt die Geige unverwandt ruhig am Kinn. Jeder einzelne Ton erklang so klar wie frühmorgendlicher Vogelgesang. Schneller, immer schneller. Sie schloss stürmisch und verneigte sich schnell. Und das alles ohne einen einzigen Fehler. Ich war so nass geschwitzt wie ein forsch gerittenes Pferd, und mein Herz raste. Und es ging nicht nur mir so. Will und Sim stand ebenfalls der Schweiß auf der Stirn. Manet hatte die Tischkante gepackt, und seine Fingerknöchel waren weiß. »Grundgütiger Thilo«, sagte er atemlos. »Gibt es hier jeden Abend solche Musik?« Ich lächelte ihm zu. »Es ist noch früh.« Willem spendierte die nächste Runde, und unser Gespräch wandte sich dem universitären Klatsch und Tratsch zu. Da Manet schon länger dabei war als viele der Meister, kannte er mehr Skandalgeschichten als wir drei zusammen. Dann spielte ein graubärtiger Lautenist eine sehr zu Herzen gehende Version von »Entfernt Morrie«. Anschließend sangen zwei schöne Frauen, eine in den Vierzigern und die andere jung genug, um ihre Tochter sein zu können, ein Duett über Leniel wieder jung, das ich noch nie gehört hatte. Nun wurde wieder Marie auf die Bühne gerufen, und sie spielte eine schlichte Jig, einen Volkstanz, aber mit solcher Begeisterung, dass einige Leute aufsprangen und zwischen den Tischen tanzten. Beim letzten Refrain hielt es auch Manet nicht mehr auf dem Stuhl, und er verblüffte uns, indem er eine bemerkenswerte Leichtfüßigkeit an den Tag legte. Wir jubelten ihm zu, und als er sich schließlich widersetzte, war er rot im Gesicht und ganz außer Atem. Will beschaffte ihm etwas zu trinken, und Simmon wandte sich mit aufgekratztem Blick zu mir um. »Nein«, sagte ich, »das spiele ich nicht. Das habe ich dir doch schon gesagt.« Simm sank so tief enttäuscht in sich zusammen, dass ich einfach lachen musste. »Ich sag dir was. Ich mache jetzt mal eine Runde durch den Saal, und falls ich Thrappy treffe, schlage ich ihm vor, dass er es singen soll.« Langsam bahnte ich mir einen Weg durch die Menschenmenge, und während ich nach Thrappy Ausschau hielt, suchte ich doch in Wirklichkeit nach Denner. Ich hatte sie nicht durch den Haupteingang hereinkommen sehen, doch bei all der Musik, dem Kartenspiel und dem allgemeinen Gedränge konnte es durchaus sein, dass ich sie schlicht und einfach übersehen hatte. Ich brauchte eine Viertelstunde, mich durchs Erdgeschoss hindurchzuarbeiten, allen Anwesenden ins Gesicht zu sehen und zwischendurch kurz zu verweilen und mit ein paar Musikern zu plaudern. Ich stieg gerade zum ersten Rang hinauf, als die Lichter wieder gedämpft wurden. So blieb ich am Treppengeländer stehen und sah einem ölischen Flötisten zu, der eine traurige Weise zum Besten gab. Als die Lichter wieder angingen, suchte ich das erste Obergeschoss des Eolien ab. Ein breiter, halbmondförmiger Rang. Meine Suche hatte etwas von einem sinnlosen Ritual, denn nach Denner zu suchen, war per se ein ebenso aussichtsloses Unterfangen, als würde man um gutes Wetter beten. Doch dieser Abend erwies sich als Ausnahme von der Regel. Während ich über den ersten Rang schlenderte, entdeckte ich sie, wie sie neben einem großen, dunkelhaarigen Mann einherging. Ich änderte meinen Kurs zwischen den Tischen hindurch so, dass ich den beiden wie zufällig begegnen würde. Denner entdeckte mich eine halbe Minute, nachdem ich sie entdeckt hatte. Sie lächelte, nahm die Hand vom Arm des Mannes und winkte mich herbei. Der Mann an ihrer Seite wirkte stolz wie ein Falke, sah blendend aus und hatte einen ausgesprochen kantigen Kiefer. Er trug ein Hemd aus blendend weißer Seide und eine blutrot gefärbte Wildliederjacke, Silberstickereien, silberne Gürtelschnalle und Manschettenknöpfe. Er sah von Kopf bis Fuß aus wie ein modeganischer Adliger. Von dem, was seine Kleidung gekostet hatte, von seinen Ringen ganz zu schweigen, hätte ich ein ganzes Jahr lang meine Studiengebühren bestreiten können. Denner spielte die Rolle seiner reizenden, attraktiven Begleiterin. Wenn ich sie zuvor gesehen hatte, war sie meist so ähnlich gekleidet gewesen wie ich selbst, schlichte Sachen, die etwas aushalten konnten und sich als Reisekleidung eigneten. An diesem Abend jedoch trug sie ein langes Kleid aus grüner Seide. Das dunkle Haar war ihren kunstvollen Locken ums Gesicht frisiert und fiel sanft über ihre Schultern. An einer Halskette trug sie einen tränenförmigen Smaragdanhänger, dessen Farbe so vollkommen der ihres Kleides entsprach, dass es kein Zufall sein konnte. Ich kam mir dagegen ein bisschen schäbig vor. Mehr als nur ein bisschen. Meine gesamte Garderobe bestand aus vier Hemden, zwei Hosen und diversem Kleinkram. Alles war aus zweiter Hand und mindestens halbwegs abgetragen. Ich hatte an diesem Abend meine besten Sachen an, aber selbst die waren, wie gesagt, nicht sonderlich vorzeigbar. Die einzige Ausnahme war der Umhang, den Fehler mir geschenkt hatte. Er war warm und wunderbar, eigens für mich aus grünem und schwarzem Stoff geschneidert und mit vielen kleinen Innentaschen versehen. Er war zwar keineswegs elegant, aber das Beste, was ich besaß. Als ich näher kam, trat Denner einen Schritt vor und hielt mir in einer selbstsicheren, fast schon arroganten Geste einer Hand zum Kuss entgegen. Ihr Gesichtsausdruck war gefasst, ihr Lächeln höflich. Einem flüchtigen Betrachter wäre sie wie eine vornehme Dame erschienen, die einem armen, jungen Musiker huldvoll gegenüber tritt. Wären da nicht ihre Augen gewesen. Sie waren dunkel und tief, Kaffee- oder Schokoladenfarben. Ihre Augen irrlichterten vor Belustigung, vor Gelächter. Ihr Begleiter, der nun hinter ihr stand, runzelte kaum merklich die Stirn, als sie mir ihre Hand darbot. Ich wusste nicht, was für ein Spiel Denner hier spielte, ahnte aber, worin meine Rolle darin bestehen sollte. Und so beugte ich mich über ihre Hand und küßte sie, derweil ich mich tief verneigte. Ich war schon in jungen Jahren in höfischen Umgangsformen unterwiesen worden und wusste also, was ich tat. Sich von der Hüfte abverbeugen, das kann jeder, eine schöne Verneigung aber, erfordert können. Und so verneigte ich mich elegant, und als meine Lippen ihren Handrücken berührten, raffte ich mit einer Bewegung quasi aus dem Handgelenk meinen Umhang auf einer Seite. Das war das Schwierigste dabei, und ich hatte stundenlang vor einem Badehausspiegel üben müssen, bis ich diese Bewegung mit der nötigen Beiläufigkeit hinbekam. Denner machte einen Knicks, so anmutig wie ein fallendes Blatt, und trat dann wieder einen Schritt zurück, neben den Adligen. Quoth, darf ich vorstellen? Kellen musterte mich von Kopf bis Fuß und hatte sich schneller eine abschließende Meinung über mich gebildet, als man hätte scharf einatmen können. Er setzte eine abweisende Mine auf und nickte mir zu. Geringschätzig behandelt zu werden war für mich nichts Neues, aber ich war erstaunt, wie sehr es mir in diesem Fall gegen den Strich ging. Zu Diensten, Milord. Ich verneigte mich höflich und verlagerte dabei mein Gewicht so, dass mir der Umhang von der Schulter rutschte und mein Abzeichen darunter zum Vorschein kam. Er war schon dabei, den Blick mit geübtem Desinteresse abzuwenden, als er das kleine Silberding bemerkte. Als Schmuckstück war es nichts Besonderes, doch an diesem Ort hatte es eine einzigartige Bedeutung. Willem hatte Recht. Im Aeolien gehörte ich zum Hofstaat. Und Kellen war das augenblicklich klar. Er stutzte und erwiderte meine Verneigung. Es war kaum mehr als ein Nicken, gerade tief genug, um noch höflich zu sein.« »Euch und den Euren«, sagte er in perfektem Arturisch. Seine Stimme war tiefer als meine. Ein warmer Bass, dem sein leichtmodeganischer Akzent etwas Melodisches verlieh. Denner neigte den Kopf in seine Richtung. Kellen hat mir das Hafenspiel nähergebracht. »Ich bin hier, um mein Abzeichen zu erringen«, sagte er voller Bestimmtheit. Und sobald er den Mund aufgetan hatte, fassten ihn die Frauen an den Tischen ringsumher mit Schlafzimmerblicken ins Auge. Auf mich hatte seine Stimme eine gegensätzliche Wirkung. Sowohl reich als auch gut aussehend zu sein war schon schlimm genug, dass er darüber hinaus auch noch eine Stimme wie Honig auf ofenwarmen Brot besaß, war schlicht und einfach unverzeihlich. Bei ihrem Klang fühlte ich mich wie eine Katze, die am Schwanz gepackt und mit nasser Hand gegen den Strich gerieben wurde. Ich sah mir seine Hände an. »Dann seid ihr also Hafenspieler?« »Harfenist«, korrigierte er steiflippig. »Ich spiele die Pendonhell, die Königin der Instrumente.« Ich wollte schon etwas sagen, hielt dann aber doch lieber die Klappe. Die große modeganische Harfe war fünfhundert Jahre zuvor die Königin der Instrumente gewesen. Heutzutage war sie weiter nichts als eine antike Kuriosität. Um Dennars Willen sagte ich nichts dazu. »Werdet ihr denn heute Abend euer Glück versuchen?«, fragte ich. Kellen kniff ein wenig die Augen zusammen. »Mit Glück wird es nichts zu tun haben, wenn ich hier auftrete. Aber nein, heute Abend genieße ich die Gesellschaft meiner lieben Dainael.« Er hob Dennars Hand an seinen Mund und küsste sie ganz beiläufig. Dann sah er sich auf besitzergreifende Weise im Publikum um, als wären alle diese Leute seine Leib eignen. Ich sah kurz zu Dennar hinüber, aber sie wich meinen Blick aus. Sie neigte den Kopf zur Seite und nestelte an einem Ohrring, der bis dahin unter ihrem Haar verborgen gewesen war, einem kleinen, tränenförmigen Smaragd, passend zu dem an ihrem Hals. Kellen musterte mich erneut, meine schlechtsitzenden Kleider, mein Haar zu kurz geschnitten, um der Mode zu entsprechen, und zu lang, um irgendetwas anderes als eine wilde Mähne zu sein. »Und du bist ein Flötenspieler?« Das kostengünstigste Instrument. »Flötist«, berichtigte ich ihn leicht hin. »Aber nein, mir ist die Laute lieber.« Seine Augenbrauen hoben sich. »Du spielst Hoflaute?« Mein Lächeln erstarrte ein wenig, obwohl ich mir alle Mühe gab. »Nein, die normale, siebenseitige.« »Ah«, sagte er und lachte, als wäre ihm mit einem Mal alles klar. »Volksmusik.« Ich ging auch darauf nicht ein, obwohl es mir noch schwerer fiel als zuvor. »Habt ihr schon Sitzplätze?« fragte ich frohgemut. »Ein paar Freunde und ich haben unten einen Tisch mit gutem Blick auf die Bühne. Ihr seid herzlich eingeladen, dort Platz zu nehmen. Die Dame und ich haben einen Tisch auf dem zweiten Rad.« Kellen wies mit einer Kopfbewegung auf Denner, und ich ziehe die Gesellschaft dort oben entschieden vor. Denner verdrehte die Augen, ohne dass er es sehen konnte. Ich ließ mir nichts anmerken und verneigte mich noch einmal höflich vor ihm. »Dann werde ich euch nicht weiter aufhalten.« »Ich wandte mich an Denner.« »Milady, durfte ich euch gelegentlich einmal besuchen kommen.« Sie seufzte und sah dabei durch und durch wie eine Dame der feinen Gesellschaft aus, die gerade genötigt wurde, sich unter ihr Niveau zu begeben. Bis auf ihre Augen, die immer noch über die lächerliche Förmlichkeit dieses Wortwechsels lachten. »Du verstehst sicherlich, Quoth, dass mein Zeitplan in den nächsten Tagen vollkommen ausgefüllt ist. Gegen Ende der Spanne könntest du mich besuchen kommen, wenn du magst. Ich bin im grauen Mann abgestiegen.« »Zu liebenswürdig«, sagte ich und verneigte mich viel tiefer vor ihr. Kellen bot ihr seinen Arm an und wandte mir mit der gleichen Bewegung die Schulter zu, und dann gingen die beiden davon. Wenn man sie so sah, wie sie sich anmutig durch die Menschenmenge bewegten, hätte man glauben können, dass ihnen dieses Lokal gehörte, oder sie mit dem Gedanken spielten, es zu kaufen, um es zu einer Sommerresidenz umbauen zu lassen. Nur alter Adel bewegt sich mit dieser Arroganz, die sich aus dem tief verinnerlichten Wissen speist, dass alles auf der Welt ausschließlich dazu da ist, dem eigenen Wohlergehen zu dienen. Denna täuschte dies mit fabelhaftem Können vor. Für Lord Kellen Kantkiefer aber war so selbstverständlich wie das Atmen. Ich sah ihnen nach, bis sie die Treppe zum zweiten Rang halb erklommen hatten. Dort blieb Denna stehen, hob eine Hand an den Kopf und sah sich mit besorgter Miene auf dem Boden um. Die beiden wechselten ein paar Worte, und sie deutete die Treppe hinauf. Kellen nickte, ging weiter nach oben und verschwand außer Sicht. Einer plötzlichen Eingebung folgend sah ich zu Boden und entdeckte dort, wo Denna in der Nähe des Geländers gestanden hatte, ein silbernes Schimmern. Ich ging hin und stellte mich darüber, wodurch ich zwei kealdische Kaufleute nötigte, einen Bogen um mich zu machen. Ich tat, als betrachtete ich die Menschenmenge unten im Saal, bis Denna mir von hinten auf die Schulter tippte. »Quoth«, sagte sie nervös, »tut mir leid, dich zu stören, aber ich habe offenbar einen Ohrring verloren. Bist du so lieb und hilfst mir suchen? Ich bin sicher, dass ich ihn gerade noch hatte.« Nun genossen wir einen Moment der ungestörten Zweisamkeit, während wir auf geziemende Weise den Dielenboden absuchten und dabei die Köpfe zusammensteckten. Dennas Kleid war glücklicherweise im modeganischen Stil geschnitten und hatte einen langen, weiten Rock. Wäre es nach der gegenwärtigen Mode des Commonwealth seitlich geschlitzt gewesen, so hätte sie, wie sie dort in die Hocke ging, einen skandalösen Anblick geboten. »Mein Gott«, murmelte ich, »wo hast du den denn aufgegabelt?« Denna kicherte leise. »Psch! Du hast doch gesagt, ich soll Harfe lernen, und Kellen ist ein ziemlich guter Lehrer.« »Eine modeganische Pedalharfe wiegt fünfmal so viel wie du«, sagte ich, »das ist ein Saloninstrument. So was könntest du doch niemals mit auf Reisen nehmen.« Sie hörte auf, so zu tun, als suchte sie nach ihrem Ohrring und bedachte mich mit einem strengen Blick. »Wer sagt denn, dass ich ab jetzt nicht immer einen Salon haben werde, in dem ich Harfe spielen kann?« Ich sah wieder zu Boden und rang mir ein Achselzucken ab. Als Lerninstrument ist es sicherlich ganz tauglich. »Wie gefällt es dir denn bislang?« »Es ist besser als eine Leier«, sagte sie, »das ist mir nun klar. Aber bisher kann ich gerade mal Eichhorn im Stroh spielen.« »Und er? Ist er gut?«, fragte ich mit verschmitztem Lächeln. »Hat er geschickte Finger?« Denner errötete ein wenig und guckte, als würde sie mir gleich eine Ohrfeige verpassen. Gerade noch rechtzeitig besann sie sich darauf, dass es galt, Haltung zu wahren, und begnügte sich damit, die Augen zusammenzukneifen. »Du bist wirklich schrecklich«, sagte sie. »Kellen hat sich mir gegenüber stets wie ein vollkommener Edelmann benommen.« »Elu bewahre uns vor solchen Edelmännern«, erwiderte ich. Sie schüttelte den Kopf. »Ich meinte, wie ein vollkommener Kavalier. Er ist bloß nie aus Modek herausgekommen, und deshalb wirkt er wie ein Kätzchen in einem Hühnerstall.« »Dann heißt du jetzt also Dainael?«, fragte ich. »Vorläufig. Und für ihn?«, sagte sie und sah mich mit einem belustigten Zucken um den Mund von der Seite an. »Von dir werde ich aber immer noch am liebsten Denner genannt.« »Das ist gut zu wissen«, sagte ich und hob meine Hand vom Fußboden. Darunter kam ein kleiner, tränenförmiger Smaragd-Ohrring zum Vorschein. Denner machte ein großes Spektakel daraus, als sie ihn entdeckte, und hielt ihn ans Licht empor. »Ach, da ist er ja!« Ich erhob mich und half ihr beim Aufstehen. Sie strich sich das Haar nach hinten und kam mir näher. »Ich hab zwei linke Hände bei sowas«, sagte sie. »Wärst du so nett?« Ich war ihr nun ganz nah. Sie gab mir den Ohrring. Sie duftete ein wenig nach Wildblumen. Darunter aber roch sie nach Herbstlaub, nach dem Dunkel ihres Haars, nach Straßenstaub und der Luft kurz vor einem Sommergewitter. »Und was ist er?«, fragte ich leise. »Der zweitälteste Sohn von jemandem?« Sie schüttelte kaum merklich den Kopf, und eine Haarsträhne fiel nach vorn und strich mir über den Handrücken. »Er ist als Lord sein eigener Herr.« »Skith Tenretavan«, fluchte ich, »schließt eure Söhne und Töchter weg.« Denner lachte wieder leise. Sie bebte am ganzen Leib vor zurückgehaltenem Gelächter. »Halt still«, sagte ich und ergriff sacht ihr Ohr. Denner atmete tief durch und nahm sich zusammen. Ich fädelte ihr den Ring durchs Ohrloch und trat einen Schritt zurück. Sie hob eine Hand und prüfte den Sitz, trat dann ebenfalls zurück und machte einen Knicks. »Herzlichen Dank für deine Hilfe.« Ich verneigte mich erneut vor ihr. Diese Verneigung war nicht so formvollendet wie die vorherige, aber aufrichtiger. »Stets zu Diensten, Milady.« Denner lächelte und wandte sich zum Gehen, und in ihren Augen irrlichtete es wieder. Der Formhalber suchte ich anschließend das erste Obergeschoss zu Ende ab, doch Thrappy schien nicht da zu sein. Da ich mir die Verlegenheit einer zweiten Begegnung mit Denner und ihrem kleinen Lord ersparen wollte, schenkte ich mir den zweiten Rang. Sim wirkte so angeregt wie stets nach der fünften Runde. Manet hing auf seinem Stuhl, die Augen halb geschlossen, und ließ seinen Krug auf der Wölbung seiner Plauze ruhen. Will sah aus wie eh und je, und seine dunklen Augen blickten unergründlich. »Thrappy ist nicht aufzutreiben,« sagte ich und setzte mich wieder. »Tut mir leid.« »Sehr schade,« sagte Sim. »Hat er eigentlich schon einen Schirmherrn für dich gefunden?« Ich schüttelte mit bitterer Miene den Kopf. »Ambrose hat sämtliche Adeligen im Umkreis von hundert Meilen bedroht oder bestochen. Von denen will keiner mehr was mit mir zu tun haben.« »Und wieso nimmt Thrappy dich nicht selbst unter seine Fittiche?«, fragte Willem. »Er schätzt dich doch sehr.« Ich schüttelte den Kopf. »Thrappy unterstützt schon vier andere Musiker. Zwei davon sind ein Ehepaar.« »Vier?«, sagte Sim entgeistert. »Da ist es ja ein Wunder, dass er sich noch was zu essen leisten kann.« Will neigte neugierig den Kopf, und Sim beugte sich vor und erläuterte. »Trappy ist ein Graf, aber seine Besitzungen sind wirklich nicht sehr umfangreich. Mit solchen Einkünften vier Musiker zu unterstützen, ist schon ein bisschen extravagant.« Will runzelte die Stirn. »Ein paar Getränke und ein paar neue Seiten, so teuer kann das doch wohl nicht sein.« »Ein Schirmherr ist für mehr als nur das verantwortlich.« Sim begann es an den Fingern abzuzählen. »Da ist zum einen die Schirmherrschaftsurkunde selbst. Dann hat er für Kost und Logis zu sorgen. Darüber hinaus zahlt er eine jährliche Appanage. Er stellt jedem eine Kleidergarnitur in den Familienfarben zur Verfügung.« »Drei Garnituren, traditionellerweise«, schaltete ich mich ein. »Und zwar jedes Jahr neu. Als Kind hatte ich die Livreen, die Lord Greyfellow unserer Truppe zur Verfügung stellte, nie zu schätzen gewusst. Heutzutage jedoch kam ich um den Gedanken, wie enorm meine Garderobe mit zwei neuen Kleidergarnituren aufgebessert wäre, nicht herum.« Simmon grinste, als ein Kellner an unseren Tisch kam und ließ damit keinen Zweifel aufkommen, wem die vier Gläser Brombeerbrand zu verdanken waren, die nun vor uns abgestellt wurden. Sim erhob sein Glas und trank einen ordentlichen Schluck. Ich erhob mein Glas ebenfalls, Willem ebenso, auch wenn es ihm offensichtlich widerstrebte. Manet verharrte reglos, und mir kam der Verdacht, dass er eingeschlafen war. »Das lohnt sich doch alles nicht«, sagte Willem und stellte sein Glas wieder hin. »Das Einzige, was der Schirmherr davon hat, sind leere Taschen.« »Der Schirmherr tut damit was für sein Renommee«, erklärte ich. »Deshalb tragen die Musiker seine Livreen. Darüber hinaus steht ihm ständig ein Musikensemble zur Verfügung, für Gesellschaften, Tanzvergnügen, Festumzüge. Und bei Bedarf schreiben sie ihm manchmal sogar eigene Lieder oder Singspiele.« Will blieb skeptisch. Es kommt mir aber immer noch so vor, als würde der Schirmherr dabei viel schlechter wegkommen als die Musiker. »Weil du eben nur die eine Seite der Medaille siehst«, sagte Manet und richtete sich auf seinem Stuhl auf. »Du bist ein Großstadtkind. Du hast keine Ahnung, wie es ist, in einem kleinen Ort aufzuwachsen, wo alles Land ringsherum nur einem einzigen Mann gehört.« Manet malte mit etwas vergossenem Bier einen Kreis auf die Tischmitte. »Das hier sind Lords Ponsingtons Ländereien«, sagte er, »und darin lebst du wie der brave kleine Bürger, der du bist.« Manet nahm Simmonds leeres Glas und stellte es in den Kreis. »Eines Tages kommt ein Mann, der Lord Ponsingtons Farben trägt durch den Ort.« Manet nahm sein volles Schnapsglas, tat so, als trabte das Glas über den Tisch und stellte es schließlich neben Sims leeres Glas in den Kreis. »Dieser Mann spielt in dem Wirtshaus dort unentgeltlich Musik für jedermann.« Manet goß ein wenig von dem Brombeerbrand in Sims Glas. Simm ließ sich nicht zweimal bitten, grinste und trank. Manet trabte mit seinem Glas wieder auf dem Tisch herum und stellte es erneut in den Kreis. »Im nächsten Monat kommen ein paar andere Leute durch den Ort, die ebenfalls die Farben des Lords tragen und ein Marionettentheater aufführen.« Er goss Simmonds einen weiteren Schluck Brombeerbrand ein und der kippte den Schnaps. »Im Monat darauf gibt es sogar ein richtiges Theaterstück.« Das Spielchen wiederholte sich. Jetzt nahm Manet seinen Holzkrug und polterte damit über den Tisch und in den Kreis hinein. »Dann kommt der Steuereintreiber und auch der trägt die gleichen Farben.« Manet pochte mit seinem leeren Krug ungeduldig auf den Tisch. Simm guckte verdutzt und goss Manet aus seinem eigenen Krug etwas Bier hinein. Manet starrte ihn an und pochte noch einmal nachdrücklich mit dem Krug. Simm goss auch sein restliches Bier in Manets Krug und lachte. »Brombeerbrand mag ich sowieso lieber.« »Und Lord Ponsington mag seine Steuern lieber«, sagte Manet. »Und die Leute mögen es, wenn sie unterhalten werden.« »Und der Steuereintreiber mag nicht vergiftet und hinter der alten Mühle verscharrt werden.« Er trank einen Schluck Bier. »Und so haben alle was davon.« Will hatte das Ganze mit ernstem Blick verfolgt. »Das ergibt schon eher einen Sinn.« »Es geht dabei aber nicht immer nur ums Geld«, sagte ich. »Thrappy will den Musikern wirklich helfen, ihr Können zu vervollkommenen.« »Andere Adlige hingegen behandeln ihre Musiker nicht groß anders als die Pferde in ihren Stallungen«, seufzte ich. »Doch selbst das wäre besser als das, was ich gegenwärtig habe, nämlich nichts.« »Du solltest dich aber auch nicht unter Wert verkaufen«, sagte Sim. »Hab Geduld. Es wird sich schon ein guter Schirmherr für dich finden. Du hast es verdient. Du bist so gut wie die besten Musiker hier.« Ich schwieg, zu stolz, um ihnen die Wahrheit zu sagen. Ich war auf eine Art und Weise arm, wie sie es kaum verstehen konnten. Sim war ein arturischer Adliger, und Wills Familie waren Wollhändler aus Ralien. Arm zu sein bedeutete für sie, nicht genug Geld zu haben, um so oft wie man wollte, einen Heben zu gehen. Angesichts der dreuenden Studiengebühren wagte ich nicht, auch nur einen Penny auszugeben. Ich konnte mir weder Kerzen noch Tinte noch Papier kaufen. Ich besaß keinen Schmuck, den ich hätte verpfänden können, bekam keinen Unterhalt und hatte keine Eltern mehr, die ich brieflich um Geld hätte bitten können. Kein auch nur halbwegs seriöser Geldverleiher gab mir auch nur ein müdes Schärflein. Und das war auch nicht weiter verwunderlich, denn schließlich war ich ein entwurzelter und verwaister Edelmaru, dessen gesamte Habe in einen Leinensack gepasst hätte, und zwar in einen eher kleinen. Bevor das Gespräch eine noch unangenehmere Wendung nehmen konnte, stand ich auf. »Jetzt wird's aber Zeit, dass ich ein bisschen Musik mache.« Ich nahm meinen lauten Kasten und ging zu Stentchen, der am Bogen des Tresens saß. »Was hast du denn heute Abend Schönes für uns?«, fragte er, und strich sich über den Bart. »Eine Überraschung.« Stentchen hielt beim Absteigen vom Hocker inne. »Die Art von Überraschung, die einen Tumult auslöst oder die Leute dazu bringt, mir den Laden in Brand zu setzen?«, fragte er. Ich lächelte und schüttelte den Kopf. »Gut.« Er lächelte ebenfalls und brach mit mir zur Bühne auf. »Wenn dem so ist, weiß ich Überraschungen durchaus zu schätzen.« Liebe Die Kasten waren mittlerweile rissig und steif und der Kasten selbst an einigen Stellen so abgenutzt, dass sie fast schon löchrig waren. Von den Originalverschlüssen war nur noch ein einziger übrig, ein zartes Ding aus Silber. Die anderen hatte ich mit welchen ersetzt, die sich gerade so auftreiben ließen, und so kam es, dass der Kasten nun ganz unterschiedlich aussehende Verschlüsse aus glänzendem Messing und stumpfem Eisen besaß. Im Kasten jedoch sah es ganz anders aus. Dort befand sich der Grund dafür, dass mein Geld nicht für die Studiengebühren reichte. Ich hatte erbittert darum gefeilscht, und dennoch hatte es mich mehr Geld gekostet, als ich je zuvor in meinem Leben für etwas ausgegeben hatte. So viel Geld, dass ich mir dazu keinen passenden Kasten mehr leisten konnte und mich damit behelfen musste, meinen alten, lauten Kasten mit Lumpen auszupolstern. Das Holz hatte die Farbe von dunklen Kaffeebohnen. Die Rundung des Korpus war so perfekt wie ein Frauenpo. Sie war gedämpfter Widerhall und helles Zupfen und Klingen. Meine Laute. Meine greifbare Seele. Ich habe gehört, was Dichter über Frauen geschrieben haben. Sie reimen und schwärmen und lügen. Ich habe gesehen, wie Seeleute stumm vom Gestade aus auf das wogende Meer hinaus starrten. Ich habe auch alte Haudegen gesehen, die bei der im Winde flatternden Fahne ihres Königs feuchte Augen bekamen. Glaubt mir, diese Männer wussten nicht, was Liebe ist. Liebe findet man nicht in den Worten der Dichter oder den sehnsuchtsvollen Blicken der Matrosen. Wenn ihr wissen wollt, was Liebe ist, dann seht euch die Hände eines fahrenden Musikers an, während er musiziert. Ein fahrender Musiker weiß, was Liebe ist. Ich sah ins Auditorium, wo allmählich Stille einkehrte. Simmon winkte mir begeistert zu und ich lächelte zurück. Nun erblickte ich oben auf dem zweiten Rang Graf Thrappys weißen Haarschopf. Er sprach mit einem gut gekleideten Paar und wies dabei in meine Richtung. Immer noch setzte er sich für mich ein, obwohl wir beide wussten, dass es aussichtslos war. Ich hob die Laute aus dem schäbigen Kasten und begann sie zu stimmen. Es war nicht die beste Laute im Eolien, bei weitem nicht. Der Hals war ein klein wenig verzogen und einer der Wirbel saß nicht ganz fest. Ich griff einen Akkord und neigte mein Ohr zu den Seiten hin. Als ich wieder hochblickte, sah ich Dennas Gesicht, so klar und deutlich wie den Mond am Himmel. Sie lächelte mir aufgeregt zu und winkte sogar unter dem Tisch, sodass ihr Edelmann es nicht sehen konnte. Ich berührte behutsam den ein wenig losen Wirbel und fuhr dann mit beiden Händen über das warme Holz der Laute. Der Lack war an einigen Stellen angekratzt und abgewetzt. Sie war früher nicht immer gut behandelt worden, doch das machte sie nicht weniger liebenswert. Also ja, sie hatte ihre Macken, aber was macht das schon, wenn es um Herzensdinge geht? Wir lieben, was wir lieben. Vernunft hat damit nichts zu tun. Die törichte Liebe ist in vieler Hinsicht die einzig wahre Liebe. Etwas aus Gründen zu lieben, das kann jeder. Das ist so einfach wie einen Penny einzustecken. Doch etwas trotzdem zu lieben, die Fehler zu kennen und auch sie zu lieben, das ist selten. Rein und vollkommen. Stentien deutete mit einer ausladenden Geste auf mich. Dem folgte kurzer Applaus und aufmerksames Schweigen. Ich zupfte zwei Töne und spürte, wie sich das Publikum zu mir vorbeugte. Eine Seite stimmte ich noch ein klein wenig nach und begann dann zu spielen. Und noch bevor eine Handvoll Töne erklungen waren, hatten alle das Lied erkannt. Es war Leithammel. Ein Lied, das Hirten seit zehntausend Jahren pfiffen. Eine der allereinfachsten Melodien. Ein Lied, das sich jeder merken kann, wirklich jeder. Es war schlicht gesagt Volksmusik. Zur Melodie von Leithammel waren schon hunderte Lieder geschrieben worden. Liebes- und Kriegslieder, Lieder voller Humor, Tragik oder Sinnenlust. Ich jedoch hielt mich mit keinem davon auf. Ohne Worte. Nur die Musik. Nur die Melodie. Ich blickte hoch und sah, wie sich Lord Kant-Kiefer zu Denner hinüberbeugte und eine abschätzige Geste machte. Ich lächelte, während ich weiter den Seiten meiner Laute dieses Lied entlockte. Doch nur allzu bald bekam mein Lächeln etwas Gezwungenes. Schweißperlen traten mir auf die Stirn. Ich beugte mich über die Laute und konzentrierte mich darauf, was meine Hände taten. Meine Finger huschten, tanzten, flogen. Ich spielte so hart wie ein Hagelschauer, wie ein auf Messing einschlagender Hammer. Ich spielte so sanft wie der Sonnenschein auf einem wogenden Weizenfeld, so zart wie ein trudelndes Blatt. Bald schon begann mir von der Anstrengung, der Atem zu stocken, und ich kniff die Lippen zu einem blutleeren Strich zusammen. Als ich mich durch den mittleren Refrain kämpfte, schüttelte ich den Kopf, um die Haare aus den Augen zu bekommen. Schweißperlen flogen in hohem Bogen und prasselten auf die Bühne hernieder. Ich atmete schwer. Meine Brust pumpte wie ein Blasebalg. Das Lied erklang weiter, jeder einzelne Ton kristallklar. An einer Stelle hätte ich mich fast verhaspelt. Der Rhythmus wäre um ein Haar ins Stocken geraten. Doch dann fing ich mich irgendwie wieder und kämpfte mich hindurch und schaffte es bis zum Schluss und zupfte die Töne ganz leicht und zack. Eben da es nicht mehr zu übersehen war, dass ich keinen Augenblick mehr so weitermachen konnte, scholl der letzte Akkord in den Saal hinaus und ich sank erschöpft auf meinem Stuhl zusammen. Das Publikum brach in einen Beifallssturm aus. Doch nicht das ganze Publikum. Über den Saal verstreut brachen einige Dutzend Leute stattdessen in Gelächter aus. Einige schlugen sogar vor Belustigung mit den Händen auf die Tische oder trampelten auf den Boden. Der Beifall geriet fast sofort ins Stocken und er starb. Männer wie Frauen hielten mitten im Applaus inne und starrten die Lachenden an. Manche wirkten verärgert, andere verwirrt. Viele waren einfach gekränkt um meinetwillen und wütendes Gemurmel begann, sich im Saal zu erheben. Doch bevor ernsthafter Zank ausbrechen konnte, spielte ich einen einzelnen hohen Ton und hob eine Hand, wodurch ich die allgemeine Aufmerksamkeit wieder auf mich lenkte. Ich war noch nicht fertig, noch nicht einmal halb. Ich setzte mich wieder richtig hin und ließ die Schultern ein wenig kreisen. Dann spielte ich einen Akkord, berührte kurz den losen Wirbel und begann ganz mühelos mit meinem zweiten Stück. Es war von Ilien. Tintatatornin. Ihr habt vermutlich nie davon gehört. Verglichen mit Iliens anderen Werken ist es eine ziemliche Kuriosität. Zum einen hat es keinen Text und zum anderen ist es zwar ein schönes Lied, aber längst nicht so eingängig oder bewegend wie viele seiner bekannteren Melodien. Vor allem aber ist es unglaublich schwierig zu spielen. Mein Vater nannte es immer das schönste Lied, das je für fünfzehn Finger geschrieben wurde. Er ließ es mich spielen, wenn er mich allzu eingebildet fand und mich Demut lehren wollte. Es genügt wohl, wenn ich sage, dass ich es regelmäßig übte, zeitweise, mehrmals täglich. Ich spielte also Tintatatornin. Ich lehnte mich auf dem Stuhl zurück und schlug ganz entspannt die Füße übereinander. Meine Finger schlenderten über die Seiten. Nach dem ersten Refrain atmete ich tief ein und seufzte wie ein kleiner Junge, der an einem sonnigen Tag nicht zum Spielen nach draußen darf. Mein Blick begann ziellos und gelangweilt durch den Saal zu schweifen. Während ich weiterspielte, rutschte ich auf dem Stuhl hin und her und suchte nach einer bequemeren Sitzposition aber vergebens. Ich runzelte die Stirn, stand auf und sah den Stuhl an, als wäre er irgendwie schuld daran. Dann ließ ich mich wieder darauf nieder, einen unbehaglichen Ausdruck auf dem Gesicht. Und die ganze Zeit tanzten und tollten die zehntausend Töne von Tintatatornin. Zwischen zwei Akkorden nahm ich mir sogar die Zeit, mich gedankenverloren hinterm Ohr zu kratzen. Ich war so in mein Kabinettstückchen vertieft, dass ich tatsächlich ein Gähnen in mir aufsteigen spürte. Ich ließ es raus und gähnte so herzhaft, dass die Leute in der ersten Reihe meine Zähne hätten zählen können. Ich schüttelte den Kopf wie um ihn wieder klar zu bekommen und tupfte mir mit dem Ärmel die tränenden Augen ab. Und die ganze Zeit erklang Tintatatornin, irrsinnig verzwickte Harmonien und Kontrapunkte, fehlerfrei vorgetragen. Und in meinen Händen erschien das alles so leicht wie ein Atemzug. Als ich schließlich am Ende angelangt war und im Finale noch ganz nebenbei ein Dutzend musikalische Fäden miteinander verknüpft hatte, machte ich keine große Geste. Ich hörte einfach auf zu spielen und riet mir ein wenig die Augen. Kein Crescendo, keine Verbeugung, nichts. Ich ließ einfach nur die Finger knacken, beugte mich vor und legte meine Laute in ihren Kasten zurück. Diesmal erklang das Gelächter zuerst. Dieselben Leute wie zuvor, und nun johlten sie und schlugen noch lauter auf die Tische. Es waren meine Kollegen, die Musiker. Ich legte den gelangweilten Gesichtsausdruck ab und grinste ihnen mit wissender Miene zu. Der Beifall folgte ein paar Herzschläge später, war aber vereinzelt und verwirrt. Noch bevor das Licht im Saal wieder anging, hatte er sich in Dutzende leise Diskussionen aufgelöst. Marie eilte herbei, als ich die Bühnentreppe herabkam. Sie lachte, schüttelte mir die Hand und klopfte mir auf den Rücken. Sie war die erste von vielen, und alle waren es Musiker. Bevor ich in diesem Pulk stecken bleiben konnte, hakte sich Marie bei mir unter und brachte mich an meinen Tisch zurück. Meine Güte, sagte Mané, du wirst ja behandelt wie ein richtiger kleiner König. Das ist nicht mal halb so viel Aufmerksamkeit, wie er normalerweise kriegt, sagte Willem. Normalerweise jubeln sie immer noch, wenn er schon wieder an seinem Tisch angelangt ist. Scharen junger Frauen zwinkern ihm zu und streuen ihm Blumen auf den Weg. Sim sah sich neugierig im Saal um. Diese Reaktion erschien mir aber... Es liegt daran, dass unser junger Sechsseitiger hier cleverer ist, als ihm gut tut, sagte Stanchion, der an unseren Tisch gekommen war. Habt ihr das auch schon bemerkt? sagte Mané. Pssst, sagte Marie. Es war brillant. Stanchion seufzte und schüttelte den Kopf. Ich für meinen Teil, sagte Willem, wüsste gern, worüber hier überhaupt gesprochen wird. Quoth hat das einfachste Lied der Welt gespielt und es so aussehen lassen, als würde er Flachs zu Gold spinnen, sagte Marie. Und anschließend hat er ein überaus schwieriges Stück gespielt, das nur eine Handvoll Leute hier im Saal überhaupt meistern könnten, und hat es so leicht aussehen lassen, als könnte das auch ein kleines Kind auf einer Blechflöte hinbekommen. Ich will gar nicht bestreiten, dass das clever gemacht war, sagte Stanchion. Das Problem ist die Art und Weise. Alle, die nach dem ersten Lied aufgesprungen sind und applaudiert haben, kommen sich jetzt wie Idioten vor. Sie kommen sich vor, als hätte man einen Scherz mit ihnen getrieben. So ist es ja auch, sagte Marie. Aber ein Künstler manipuliert stets sein Publikum. Auf die eine oder andere Weise. Die Leute mögen es aber nicht, wenn Scherze mit ihnen getrieben werden, erwiderte Stanchion. Ja, sie können es nicht ausstehen. Nun meldete sich Manet zu Wort. Es geht also darum, dass das Publikum zwei geteilt ist, sagte er. Der eine Teil versteht genug von Musik, um den Scherz zu verstehen, und dem anderen Teil müsste man den Scherz erstmal erklären. Marie zeigte mit triumphierender Geste auf Manet. Genau das ist es, sagte sie zu Stanchion. Wenn man hierherkommt und nicht genug Ahnung von Musik hat, um diesen Scherz zu verstehen, hat man es verdient, dass man ein bisschen an der Nase herumgeführt wird. Bloß, dass die meisten dieser Leute zur Oberschicht gehören, sagte Stanchion, und unser Schlauberger hier immer noch keinen Schirmherrn hat. »Wie bitte?«, sagte Marie. »Threppy hat das doch schon vor Monaten kundgetan. Wieso hat dich denn immer noch niemand unter seine Fittiche genommen?« »Wegen Ormbrose Jackies«, erklärte ich. Der Name schien ihr nichts zu sagen. »Ist das ein Musiker?« »Der Sohn eines Barons«, sagte Willem. Sie runzelte die Stirn. »Und wieso kann der verhindern, dass du einen Schirmherrn bekommst?« »Er hat viel Zeit zur Verfügung und alles Geld der Welt«, erwiderte ich. »Sein Vater ist einer der mächtigsten Männer von Winters«, fügte Mané hinzu und wandte sich dann an Simmon. »Wo steht er noch mal in der Thronfolge? Platz 16? 13«, erwiderte Simmon mürrisch. »Die Familie Suthen ist doch vor zwei Monaten auf See ums Leben gekommen. Ambrose redet ständig davon, dass sein Vater nun kaum mehr als ein Dutzend Schritte vom Königsthron entfernt ist.« Mané wandte sich an Marie. »Kurz gesagt, dieser Baronssohn hat allerlei Einfluss und scheut sich nicht, ihn auch gelten zu machen.« »Fairerweise sollte erwähnt werden«, sagte Stanchion, »dass der junge Quoth nicht unbedingt der glänzendste Gesellschafter des ganzen Commonwealth ist.« Er räusperte sich, was sein Auftritt heute Abend wieder einmal gezeigt hat. »Ich kann es nicht ausstehen, der junge Quoth genannt zu werden«, bemerkte ich nebenbei zu Sim, der mir darauf einen mitfühlenden Blick schenkte. »Ich bleibe dabei, es war brillant«, sagte Marie, wandte sich zu Stanchion um und richtete sich zu voller Größe auf. »Das war das Cleverste, was hier seit vielen Spannen jemand gemacht hat, und das weißt du ganz genau.« Ich legte Marie eine Hand auf den Arm. »Ihr hat recht«, sagte ich. »Es war eine Dummheit.« Unschlüssig zuckte ich die Achseln. Oder wäre es zumindest gewesen, wenn ich noch die leiseste Hoffnung hätte, jemals einen Schirmherrn für mich gewinnen zu können. Ich sah Stanchion an. »Aber das habe ich nicht. Wir wissen doch beide, dass Ambrose diesen Brunnen für mich vergiftet hat.« »Brunnen bleiben aber nicht für alle Ewigkeit vergiftet«, sagte Stanchion. Ich zuckte die Achseln. »Dann lass es mich mal so sagen. Lieber spiele ich Lieder, die meine Freunde amüsieren, als Leuten entgegenzukommen, die mich nur aufgrund von irgendwelchem Gerede ablehnen.« Stanchion atmete tief durch. »Na gut«, sagte er und lächelte ein wenig. In die nun folgende kurze Gesprächspause hinein räusperte sich Manet vielsagend und schoss Blicke am Tisch hin und her. Ich verstand den Wink und machte sie miteinander bekannt. »Stanchion, meine Kommilitonen Will und Sim hast du ja schon kennengelernt. Das ist Manet, ebenfalls Student und auch mein Mentor an der Universität. Und euch darf ich Stanchion vorstellen, Inhaber, Wirt und Herr über die Bühne hier im Aeolien.« »Freut mich sehr«, sagte Stanchion und nickte höflich, ehe er sich wieder beflissen im Saal umsah. »Apropos, ich sollte mich mal wieder meinen Geschäften widmen.« Er klopfte mir zum Abschied auf den Rücken. »Und ich werde mal zusehen, ob ich nicht ein paar Wogen glätten kann.« Ich lächelte ihm dankbar zu und machte dann eine schwungvolle Geste. »Leute, das ist Marie.« »Wie ihr bereits mit eigenen Ohren feststellen durftet, die beste Geigerin des Aeolien. Und wie ihr nun mit eigenen Augen seht, die schönste Frau im Umkreis von tausend Meilen. Und wie ihr bald bemerken werdet, die klügste«, grinsend verpasste sie mir einen Klaps. »Wenn ich nur halb so klug wäre, wie ich groß bin, würde ich nicht für dich in die Bresche springen«, sagte sie. »Hat der arme Thrappy tatsächlich die ganze Zeit vergebens für dich geworben?« Ich nickte. »Ich habe ihm gesagt, dass es aussichtslos ist.« »Das bleibt es auch, wenn du die Leute weiter so vor den Kopf stößt«, sagte sie. »Ich bin wirklich noch nie jemandem begegnet, der ein solches Geschick hat, gegen gesellschaftliche Konventionen zu verstoßen. Wenn du nicht von Natur aus so reizend wärst, hätte dich bestimmt längst jemand erdolcht.« »Das ist anmaßend«, murmelte ich. »Marie wandte sich an meine Freunde.« »Es war mir ein Vergnügen, euch alle kennenzulernen.« Will nickte und Sim lächelte. Manet jedoch erhob sich und streckte ihr in einer fließenden Bewegung eine Hand entgegen. Marie ergriff sie, und Manet schloss herzlich auch noch die andere Hand darum. »Marie«, sagte er, »du faszinierst mich. Bestünde irgendwie die Möglichkeit, dass ich dich heute Abend noch auf ein Gläschen einladen und ein bisschen mit dir plaudern durfte.« Ich war so verblüfft, dass ich ihn nur anstarrte. Wie die beiden da standen, bildeten sie einen krassen Kontrast. Marie war fast einen Kopf größer als Manet, und ihre Stiefel ließen ihre langen Beine noch länger erscheinen. Manet hingegen sah aus, wie er immer aussah, grauhaarig und ungepflegt und noch dazu mindestens zehn Jahre älter als Marie. Marie blinzelte und neigte den Kopf ein wenig zur Seite, als würde sie es sich überlegen. »Ich bin mit ein paar Freunden hier«, sagte sie. »Es könnte spät werden, bis ich mich von ihnen verabschiede.« »Das macht mir gar nichts«, erwiderte Manet leicht hin. »Ich verzichte gern auf etwas Schlaf. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal einer Frau begegnet bin, die ohne zu zögern und klipp und klar sagt, was sie denkt. Solche Frauen findet man heutzutage wirklich nur sehr selten.« Marie musterte ihn noch einmal. Manet sah ihr in die Augen und ließ ein Lächeln aufblitzen, das so selbstsicher und reizend wirkte, dass es durchaus bühnenreif war. »Ich will dich keinesfalls deinen Freunden abspenstig machen«, sagte er, »aber du bist die erste Geigerin seit zehn Jahren, die mich zum Tanzen gebracht hat. Da scheint es mir das Mindeste zu sein, dass ich dich zum Dank zu einem Gläschen einlade.« Marie erwiderte sein Lächeln, halb belustigt, halb gequält. »Ich bin auf dem zweiten Rang«, sagte sie und wies zur Treppe. »Aber in, sagen wir mal, zwei Stunden wäre ich frei.« »Äußerst liebenswürdig von dir«, sagte er. »Soll ich zu dir kommen?« »Ja, das sollst du«, sagte sie und bedachte ihn, ehe sie sich zum Gehen wandte, mit einem nachdenklichen Blick. Manet nahm wieder Platz und trank einen Schluck. Simmon sah ebenso baff aus, wie wir anderen es waren. »Was war das denn?«, fragte er. Manet kicherte in seinen Bart hinein, lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und hielt sich seinen Krug vor die Brust. »Das«, sagte er in suffisantem Ton, »ist nur eins von den vielen Dingen, von denen ich im Gegensatz zu euch Jungspunden etwas verstehe.« Wenn Adlige einem Musiker ihre Anerkennung bezeugen wollten, schenkten sie ihm Geld. Als ich im Aeolien aufzutreten begann, hatte ich einige derartige Geldgeschenke erhalten, und eine Zeit lang hatten sie mir sehr geholfen, meine Studiengebühren aufzubringen und mich allgemein über Wasser zu halten, wenn auch nur gerade mal so. Ambrose hatte jedoch bei seiner Kampagne gegen mich eine solche Hartnäckigkeit an den Tag gelegt, dass es nun schon Monate her war, dass ich irgendetwas bekommen hatte. Die Musikerkollegen verfügten natürlich nicht über so große Geldmittel wie der Adel. Wenn ihnen ein Auftritt besonders gefallen hatte, luden sie einen zu einem Getränk ein. Das war der eigentliche Grund, weshalb ich an diesem Abend im Aeolien war. Manet ging zum Tresen, einen Lappen holen, damit wir unseren Tisch abwischen und weiter Corners spielen konnten. Währenddessen kam ein junger, kealdischer Flötist und fragte, ob er uns eine Runde spendieren durfte. Und siehe da, er durfte. Er erhaschte das Augenmerk einer Kellnerin, und jeder von uns bestellte, was er am liebsten mochte. Und für Manet orderten wir noch ein Bier. Wir tranken, spielten Karten und lauschten der Musik. Manet und ich hatten eine Pechsträhne und verloren drei Runden nacheinander. Das verdarb mir ein wenig die gute Laune, aber längst nicht so sehr wie der leise Verdacht, dass Denshien mit seiner Einschätzung ins Schwarze getroffen hatte. Ein reicher Schirmherr hätte viele meiner Probleme aus der Welt geschafft. Selbst ein nicht ganz so reicher Schirmherr hätte mir ein wenig finanziellen Spielraum verschafft. Dann hätte ich wenigstens jemanden gehabt, von dem ich mir bei einem Engpass Geld hätte pumpen können, statt gezwungen zu sein, mich mit gefährlichen Leuten einzulassen. Von derlei Gedanken abgelenkt spielte ich schlecht, und wir verloren die vierte Partie in Folge. Manet funkelte mich an, während er die Karten zum Mischen zusammenraffte. Er ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf deine Zulassungsprüfung. Er hob eine Hand und streckte drei Finger aus. Sagen wir mal, du hast drei Pieckkarten auf der Hand, und fünf Pieckkarten wurden schon ausgespielt. Er hob die andere Hand, alle Finger gespreizt. Wie viele Pieckkarten macht das zusammen? Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Er ist immer noch ganz durcheinander, seit er gesehen hat, dass Marie tatsächlich willens ist, mit dir was zu trinken, bemerkte Willem trocken. Uns allen geht es so. Mir nicht, warf Simmon ein. Ich wusste immer, was in dir steckt. Wir wurden davon unterbrochen, dass Lily, eine der Stammkellnerinnen des Aeolien, an unseren Tisch kam. Lily, sagte Simmon, wenn ich dich einladen würde, ein Gläschen mit mir zu trinken, würdest du das in Erwägung ziehen? Ja, sagte sie leicht hin, aber nicht sehr lange. Sie legte ihm eine Hand auf die Schulter. Ihr habt Glück. Ein anonymer Bewunderer guter Musik hat angeboten, diesem Tisch eine Runde zu spendieren. Für mich ein Scutton, sagte Willem. Mede, sagte Simmon und grinste. Ich nimm einen Sounden, sagte ich. Manet hob eine Augenbraue. Sounden, fragte er und sah mich an. Dann nehm ich auch einen. Er schenkte der Kellnerin einen wissenden Blick und nickte in meine Richtung. Geht natürlich auf seinen Deckel. Echt, sagte Lily und zuckte die Achseln. Kommt sofort. Nachdem du nun alle so mächtig beeindruckt hast, kannst du dir aber auch ein bisschen Vergnügen gönnen, findest du nicht? Sagte Simmon. Wie war das noch mit dem Esel? Zum letzten Mal nein, sagte ich. Mit Ambrose bin ich fertig. Es kommt nichts dabei heraus, ihn noch weiter gegen mich aufzubringen. Du hast ihm den Arm gebrochen, sagte Will. Noch mehr aufbringen geht ja wohl auch kaum. Er hatte meine Laute kaputt gemacht, erwiderte ich. Jetzt sind wir quitt und ich bin bereit zu vergessen und zu verzeihen. Von wegen, sagte Sim. Du hast ihm doch einen Pfund ranzige Butter in den Schornstein gekippt. Du hast seinen Sattelgurt gelockert. Halt die Klappe verdammt nochmal, sagte ich und sah mich um. Das ist schon fast einen Monat her und außer euch beiden weiß niemand, dass ich das war. Jetzt weiß es auch Mané. Und jeder, der das gerade mit angehört hat. Sim wurde rot und das Gespräch verebte, bis Lilly mit unseren Getränken kam. Wills Gatten wurde in dem traditionellen Steingutkelch serviert und Sims Meht leuchtete Goldfarben in einem hohen Glas. Mané und ich bekamen Holzkrüge. Mané lächelte. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal einen Sounden bestellt habe, sagte er nachdenklich. Und ich glaube, ich habe noch nie einen für mich selbst bestellt. Und du bist der einzige sonst, den ich je einen trinken sah, sagte Sim. Quoth haut das Zeug ja weg wie nichts. Drei oder vier Krüge am Abend. Mané sah mich an und hob eine buschige Augenbraue. Sie wissen nicht Bescheid, fragte er. Ich schüttelte den Kopf und trank einen Schluck aus meinem Krug. Ich wusste nicht recht, ob ich mich nun amüsieren oder genieren sollte. Mané schob seinen Krug Sim hin und der probierte ein Schlückchen. Er runzelte die Stirn und trank noch einen Schluck. Wasser? Mané nickte. Das ist ein alter Hurentrick. Man schwatzt sie im Schankraum des Bordells voll und will ihnen zeigen, dass man nicht so ist wie die anderen Männer. Man ist ein kultivierter Mensch. Also lädt man sie zu einem Gläschen ein. Er langte über den Tisch und nahm Sim den Krug wieder weg. Aber sie sind ja bei der Arbeit. Sie wollen nichts trinken. Lieber wollen sie das Geld. Also bestellen sie sich einen Sounden, einen Peveret oder wie auch sonst immer sie es nennen. Du bezahlst die Getränke. Der Barmann schenkt ihr insgeheim Wasser aus und am Ende des Abends teilt sie sich die Zeche mit dem Haus. Wenn sie gut zuhören kann, kann ein Mädchen am Tresen genauso viel verdienen wie im Bett. Ich schaltete mich ein. Also wir teilen das durch drei. Ein Drittel fürs Haus, ein Drittel für den Barmann und ein Drittel für mich. Dann lässt du dich aber übers Ohr hauen, sagte Mané. Der Barmann sollte seinen Anteil vom Haus bekommen. Ich hab dich im Anchors noch nie einen Sounden bestellen sehen, sagte Sim. Da muss es Graysdale-Mate sein, sagte Will. Das bestellt er ständig. Aber ich hab da auch schon Graysdale bestellt, wandte Sim ein. Und das schmeckte wie eine Mischung aus Einmachwasser und Pisse. Und außerdem... Er verstummte. Er wies es sich als teurer, als du gedacht hattest, fragte Mané. Mané und grinste. Hätte ja wohl auch keinen Sinn für das, was ein kleines Bier kostet, so einen Aufwand zu treiben, nicht wahr? Im Anchors wissen sie, was ich meine, wenn ich ein Graysdale bestelle, sagte ich. Und wenn ich irgendwas bestellen würde, das es gar nicht gibt, wäre das ja auch ziemlich leicht zu durchschauen. Und wieso weißt du über sowas Bescheid? fragte Sim Mané. Mané kicherte. Einem alten Hund wie mir kannst du nichts mehr vormachen, sagte er. Von da an zerfaserte der Abend zusehends. Mané brach zu neuen Weidegründen auf, derweil Will, Sim und ich unser Bestes gaben, den Gläserandrang auf unserem Tisch zu bewältigen, den Musikerkollegen auslösten, indem sie uns eine Runde nach der anderen spendierten. Eine geradezu obszöne Anzahl von Getränken kam da zusammen, viel mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte. Ich trank meist Zaunten, da ich ja an diesem Abend vor allem deshalb ins Eolien gekommen war, um Geld für meine Studiengebühren aufzutreiben. Nachdem Will und Sim den Trick nun kannten, bestellten sie ebenfalls ein paar Runden davon. Ich war ihnen doppelt dankbar dafür, denn andernfalls hätte ich sie vermutlich auf einer Schubkarre nach Hause schaffen müssen. Irgendwann hatten wir drei dann aber doch genug, von der Musik und dem Geschwätz und in Sims' Fall auch den gänzlich vergeblichen Flirtversuchen mit allen möglichen Kellnerinnen. Bevor wir gingen, brachte ich dem Barmann gegenüber noch auf diskrete Weise die Differenz zwischen einem Drittel und einer Hälfte zur Sprache. Nach Abschluss dieser Verhandlungen kassierte ich ein Talent und sechs Juts. Das Allermeiste davon verdankte sich den Getränken, die mir meine Musikerkollegen an diesem Abend spendiert hatten. Ich tat die Münzen in meinen Geldbeutel. Glatte drei Talente. Bei den Verhandlungen sprangen außerdem noch zwei dunkelbraune Flaschen für mich heraus. »Was ist das denn?«, fragte Sim, als ich sie in meinem Lautenkasten verstaute. »Breeden-Bier«, ich arrangierte die Lumpen, mit denen ich meine Laute polsterte so, dass die Flaschen sie nicht berühren konnten. »Breeden«, sagte Will verächtlich. »Das ist ja eher Brot als Bier.« Sim nickte und verzog das Gesicht. »Ich mag's nicht, wenn ich beim Trinken auch noch kauen muss.« »Es ist gar nicht so schlecht«, erwiderte ich. »In den kleinen Königreichen trinken die Frauen es während der Schwangerschaft. Arwyl hat das mal in einer Vorlesung erwähnt. Beim Brauen werden Blütenpollen, Fischöl und Kirschkerne zugesetzt. Es enthält alle möglichen Spurenelemente.« »Quoth, wir urteilen nicht über dich«, sagte Willem, legte mir eine Hand auf die Schulter und blickte besorgt. »Sim und mich stört es nicht, dass du jetzt eine schwangere Öllerin bist.« Simmon prustete und lachte dann darüber, dass er gepustet hatte. Dann gingen wir drei langsam zur Universität zurück und überquerten dabei den hohen Bogen der Steinbrücke. Und da uns niemand hören konnte, sang ich für Sim »Esel, dummer Esel«. Will und Sim wankten zu ihren Zimmern im Muse. Ich aber war noch nicht bettreif und schlenderte weiter durch die menschenleeren Straßen der Universität und atmete tief die kühle Nachtluft ein. Ich ging an den dunklen Fassaden der Apotheken, Glasbläsereien und Buchbindereien vorüber. Dann nahm ich eine Abkürzung über eine gepflegte Rasenfläche und genoss den Geruch von Herbstlaub und Gras. Die meisten Wirtshäuser und Schenken hatten schon geschlossen. In den Bordellen aber brannte noch Licht. Die grauen Mauern des Meistergebäudes wirkten im Mondschein silbern. Drinnen brannte eine einzelne schummrige Leuchte und schien durch das bemalte Fenster, das Tecum in seiner klassischen Pose zeigte. Barfuß stand er am Eingang seiner Höhle und sprach zu einer Gruppe Studenten. Ich ging am Alchemiekomplex vorbei, dessen zahllose Schlote dunkel in den mondhellen Nachthimmel ragten. Auch nachts, wenn sie größtenteils nicht in Betrieb waren, roch es hier nach Ammoniak, Säuren, Alkohol und abertausenden anderen Aromen, die sich im Laufe der Jahrhunderte in den Mauern des Gebäudes festgesetzt hatten. Zuletzt kam die Bibliothek. Fünf Geschosse hoch und ohne Fenster wirkte sie auf mich wie ein riesiger Graustein. Die schweren Türen waren geschlossen, doch durch die Fugen schimmerte der rötliche Schein der Sympathielampen. In der Prüfungszeit ließ Meister Loren die Bibliothek auch nachts geöffnet, damit alle Mitglieder des Arcanums dort büffeln konnten, solange sie wollten. Alle Mitglieder, bis auf eines natürlich. Ich ging zurück zum Ankers und fand das Wirtshaus dunkel und still vor. Ich hatte zwar einen Schlüssel für die Hintertür, doch statt dort durch die Dunkelheit zu tapern, ging ich lieber in die Gasse um die Ecke. Rechter Fuß auf die Regentonne, linker Fuß auf den Fenstersims, linke Hand ans Regenrohr. Leise schwang ich mich zu meinem Fenster im zweiten Obergeschoss hinauf, öffnete mit einem Stück Draht den Riegel und stieg hinein. Es war stockfinster und ich war zu müde, um mir unten am Kamin Feuer zu holen. Also berührte ich den Docht der Lampe neben meinem Bett und benetzte meine Finger dabei ein wenig mit Öl. Dann murmelte ich eine Bindung und spürte meinen Arm kalt werden, als alle Wärme aus ihm wich. Zunächst geschah nichts und ich konzentrierte mich, um die leichte Benommenheit von dem getrunkenen Alkohol zu überwinden. Die Kälte fuhr mir tiefer in den Arm und ließ mich erschauern und endlich flackerte am Docht eine Flamme auf. Jetzt froh ich und ich schloss das Fenster und ließ den Blick durch das kleine Zimmer schweifen mit seinen Dachschrägen und dem schmalen Bett. Zu meinem Erstaunen wurde mir bewusst, dass ich jetzt nirgends auf der Welt lieber gewesen wäre als hier. Ich fühlte mich fast wie zu Hause. Euch mag das nicht ungewöhnlich erscheinen. Ich aber fand es sehr seltsam. Während ich bei den Edemaru aufwuchs, war mein Zuhause nie ein bestimmter Ort gewesen. Mein Zuhause war eine Wagenkolonne und bestimmte Lieder am Lagerfeuer. Als meine Truppe ermordet wurde, verlor ich mehr als meine Eltern und Kindheitsfreunde. Es war, als wäre meine ganze Welt bis auf die Grundfesten niedergebrannt. Nach fast einem Jahr an der Universität bekam ich nun allmählich das Gefühl, dort hinzugehören. Es war ein sonderbares Gefühl, diese Zuneigung zu einem bestimmten Ort. In mancher Hinsicht war es tröstlich, doch der Edemaru in mir blieb rastlos und sträubte sich gegen den Gedanken, irgendwo Wurzeln zu schlagen. Und als ich einschlief, fragte ich mich, wie ich mich in der Lage war. Zulassungsprüfungen Am nächsten Morgen klatschte ich mir etwas Wasser ins Gesicht und stapfte nach unten. Der Schankraum des Ankers füllte sich gerade mit Leuten, die ein frühes Mittagessen zu sich nehmen wollten, und einige besonders verzweifelte Studenten fingen hier auch schon so früh zu trinken an. Benommen von zu wenig Schlaf ließ ich mich an meinem üblichen Ecktisch nieder und begann mir wegen des bevorstehenden Prüfungsgesprächs den Kopf zu zerbrechen. Kilwin und Elxadal bereiteten mir keine Sorgen. Für deren Fragen war ich gewappnet. Gleiches galt größtenteils auch für Arwyl. Die übrigen Meister aber waren mir in unterschiedlichem Maße ein Rätsel. Jeder Meister stellte jedes Trimester im Lesesaal der Bibliothek eine Reihe von Büchern auf ein besonderes Bord. Darunter waren grundlegende Werke für die Elie und weiterführende Lektüren für die Rela und Elthe. Diese Bücher zeigten an, welches Wissen die Meister für besonders wertvoll erachteten. Das waren die Bücher, die ein cleverer Student vor der Zulassungsprüfung durchackerte. Ich jedoch konnte nicht wie jedermann sonst einfach so in den Lesesaal spazieren. Seit über zehn Jahren war ich der erste Student, der in der Bibliothek Hausverbot erhalten hatte, und jeder wusste davon. Der Lesesaal war der einzige hell erleuchtete Raum im ganzen Gebäude. Und während der Zulassungsprüfungen hielten sich dort rund um die Uhr Studenten auf und lasen. Ich war daher gezwungen, Exemplare der empfohlenen Werke im Magazin der Bibliothek aufzustöbern. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele unterschiedliche Ausgaben ein und desselben Buches es geben kann. Wenn ich Glück hatte, entsprach der Band, den ich fand, genau dem, den der jeweilige Meister im Lesesaal ausgestellt hatte. Häufiger jedoch waren die Ausgaben, die ich fand, entweder veraltet, zensiert oder miserabel übersetzt. In den vergangenen Nächten hatte ich so viel gelesen, wie ich nur konnte, aber es kostete wertvolle Zeit, die richtigen Bücher aufzutreiben, und daher war ich immer noch jämmerlich schlecht vorbereitet. In derlei sorgenvolle Gedanken war ich versunken, als ich Enka sagen hörte, Quoth sitzt übrigens gleich da drüben. Ich hob den Blick und sah eine Frau am Tresen sitzen. Sie war nicht wie eine Studentin gekleidet, sondern trug ein kunstvoll geschneidertes, burgunderrotes Kleid mit langem Rock und schmaler Taille und dazu passende burgunderrote Handschuhe, die ihr bis zu den Ellenbogen reichten. Sie stieg mit bedächtigen Bewegungen von ihrem Hocker und kam an meinen Tisch. Ihr blondes Haar war kunstvoll in Locken gelegt und ihre Lippen tiefrot geschminkt. Unwillkürlich fragte ich mich, was sie an einem Ort wie dem Ankers verloren hatte. »Bist du derjenige, der diesem Flegel-Armbrows-Juckies einen Arm gebrochen hat?« fragte sie. Sie sprach aturisch mit einem kräftigen und melodischen modeganischen Akzent. Das erschwerte zwar ein klein wenig die Verständigung, aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich es nicht attraktiv fand. So ein modeganischer Akzent trieft geradezu vor Sinnlichkeit. »Ja, der bin ich«, sagte ich. »Es war zwar nicht direkt Absicht, aber ich habe es getan.« »Dann muss ich dich unbedingt zu einem Gläschen einladen«, sagte sie im Tonfall einer Frau, die generell bekommt, was sie will. Ich lächelte ihr zu und wäre gern schon länger als zehn Minuten wach gewesen und nicht mehr ganz so benebelt. »Du wärst nicht die Erste, die mich deshalb einlädt«, sagte ich freimütig. »Wenn du darauf bestehst, nehme ich einen Greysdale mit.« Ich sah zu, wie sie zum Tresen zurückging. Wenn sie eine Studentin war, war sie neu. Wäre sie schon länger als einige wenige Tage hier gewesen, so hätte ich durch Sim davon erfahren. Er behielt die schönsten Mädchen der Stadt stets im Auge und machte ihnen mit stümperhaftem Eifer den Hof. Die Modeganerin kam wieder, setzte sich mir gegenüber und schob mir einen Holzkrug über den Tisch. Anker musste ihn gerade erst gespült haben, denn wo sie mit ihrem roten Handschuh den Griff berührt hatte, waren ihre Finger feucht. Sie hob ihr Glas, das mit Rotwein gefüllt war. »Auf, Ambrose Jackis«, sagte sie mit plötzlicher Heftigkeit, »möge er in einen Brunnenschacht fallen und verrecken.« Ich nahm meinen Krug und trank einen Schluck und fragte mich, ob es im Umkreis von fünfzig Meilen um die Universität auch nur eine einzige Frau gab, der Ambrose noch nicht übel mitgespielt hatte. Diskret wischte ich mir die Hand an der Hose trocken. Die Frau trank einen tiefen Schluck Wein und stellte dann unsanft ihr Glas ab. Ihre Pupillen waren geweitet. Trotz der frühen Stunde musste sie schon einiges Intus haben. Mit einem Mal nahm ich Muskat und Pflaumengeruch wahr. Ich roch an meinem Krug und sah mir dann die Tischplatte an, weil ich dachte, jemand hätte etwas von einem Getränk vergossen. Doch da war nichts. Die Frau mir gegenüber brach urplötzlich in Tränen aus. Und das war kein dezentes Schluchzen, sondern wirkte, als hätte jemand einen Hahn aufgedreht. Sie sah auf ihre behandschuhten Hände hinab und schüttelte den Kopf. Dann zog sie sich den feucht gewordenen Handschuh aus, sah mich an und presste ein Dutzend Worte modeganisch hervor. »Tut mir leid«, sagte ich hilflos, »aber ich spreche keinen«, doch da war sie schon aufgesprungen. Sie wischte sich mit der Hand übers Gesicht und lief zum Ausgang. Anker, der hinterm Tresen stand, und alle anderen im Raum starrten mich an. »Das ist nicht meine Schuld«, sagte ich und wies in Richtung Tür. »Sie ist ganz von allein plötzlich durchgedreht.« Ich wäre ihr nachgelaufen und hätte versucht, die Sache aufzuklären, aber sie war bereits draußen, und mein Prüfungsgespräch begann in nicht mal einer Stunde. Und außerdem hätte ich, wenn ich sämtlichen Frauen hätte beistehen wollen, die unter Ambrose gelitten hatten, keine Zeit mehr zum Schlafen oder Essen gefunden. Das Gute dabei war, dass mir diese sonderbare Begegnung einen klaren Kopf verschafft hatte und ich den Schlafmangel nicht mehr spürte.« Auf dem Weg zum Hollos kaufte ich mir an einem Karren eine goldbraune Fleischpastete. Mir war klar, dass ich jeden Penny für die Studiengebühren brauchte, aber das Geld für eine halbwegs anständige Mahlzeit machte da auch keinen Unterschied mehr. Die Pastete war schön warm und enthielt Hühnerfleisch, Möhren und Salbei. Ich aß sie im Gehen und genoß die kleine Freiheit, mir etwas nach meinem Geschmack zu leisten, statt mich mit dem zu begnügen, was Enker übrig hatte. Als ich gerade den letzten Rest Kruste verputzte, roch ich Honigmandeln. Ich kaufte mir eine große Portion in einem Beutel aus getrockneten Maisblättern. Das kostete vier Deut, aber ich hatte seit Jahren keine Honigmandeln mehr gegessen, und ein bisschen zusätzlicher Zucker im Blut konnte mir beim Beantworten der Prüfungsfragen nicht schaden. Die Schlange der Prüflinge erstreckte sich quer über den Hof. Das war nicht ungewöhnlich, ärgerte mich aber dennoch. Ich entdeckte ein Gesicht, das ich aus dem Handwerkszentrum kannte, und gesellte mich zu der jungen, grünäugigen Frau, die ebenfalls für die Prüfung anstand. »Hallo«, sagte ich, »du heißt Amlia, nicht wahr?« Sie lächelte nervös und nickte. »Ich bin Koth«, sagte ich mit einer angedeuteten Verbeugung. »Ich weiß, wer du bist«, sagte sie, »ich habe dich schon im Handwerkszentrum gesehen.« »Ich hielt ihr meinen Beutel hin. »Magst du eine Honigmandel?« Amlia schüttelte den Kopf. »Die sind aber wirklich lecker«, sagte ich, und rüttelte die Mandeln verlockend in dem Beutel hin und her. Sie griff zögernd zu und nahm sich eine. »Ist das hier die Schlange für zwölf Uhr mittags?«, fragte ich. Sie schüttelte den Kopf. »Wir müssen noch ein paar Minuten warten, bis wir uns überhaupt anstellen können.« »Es ist doch lächerlich, dass Sie uns so herumstehen lassen«, sagte ich. »Wie Schafe auf einer Koppel. Das ganze Prozedere ist doch für alle Beteiligten die reine Zeitverschwendung. Und noch dazu eine Unverschämtheit.« Ich sah eine gewisse Besorgnis auf Amlias Gesicht. »Was ist denn?«, fragte ich. »Du redest ein bisschen zu laut«, sagte sie und blickte sich um. »Ich habe halt bloß keine Angst, das auszusprechen, was alle denken«, erwiderte ich. »Das ganze Prozedere der Zulassungsprüfungen ist absoluter Murks. Hochgradiger Schwachsinn. »Meister Kilwin weiß, was ich kann. El Xadal ebenso. Brandeur könnte mich ohnehin nicht von einem Loch im Boden unterscheiden. Wieso sollte der gleiches Mitspracherecht haben, was meine Studiengebühren angeht?« Amlia zuckte die Achseln und wich meinem Blick aus. Ich biss auf eine weitere Mandel und spuckte sie sofort aufs Kopfsteinpflaster. »Bäh!« Ich hielt ihr den Beutel hin. »Schmecken die für dich auch so nach Pflaum?« Sie guckte vage angewidert und richtete den Blick dann hinter mich. Ich drehte mich um und sah Ambrose über den Hof auf uns zukommen. Er machte wie stets eine gute Figur, war in weißes Leinen, Samt und Brokat gekleidet. Er trug einen Hut mit einer großen weißen Feder, und dieser Anblick weckte in mir einen ganz übertriebenen Groll. Wie es sonst gar nicht seine Art war, kam er allein und war nicht von seiner üblichen Entourage aus Speichelleckern umgeben. »Na wunderbar«, sagte ich, sobald er in Hörweite war. »Aumbrose, deine Gegenwart ist gewissermaßen das Sahnehäubchen aus Scheiße auf dem Riesenhaufen Scheiße, den dieses ganze Prüfungsverfahren darstellt.« Erstaunlicherweise reagierte Ambrose darauf mit einem Lächeln. »Ah, Quoth, freut mich auch, dich zu sehen.« »Ich bin vorhin einer Ex von dir begegnet«, sagte ich. »Sie litt an einer schweren seelischen Erschütterung, und ich nehme an, das kommt daher, dass sie dich nackt gesehen hat.« Da wurde sein Blick dann doch ein wenig säuerlich, und ich beugte mich zu Amlia hinüber und flüsterte ihr weithin hörbar zu, »Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Ambrose nicht nur einen absoluten Windspimmel hat, sondern den auch nur hochkriegt, wenn er entweder einen toten Hund oder ein Gemälde des Herzogs von Gibea oder einen barbrüstigen Galeerentrommler vor sich hat.« Amlias Gesichtszüge erstarrten. Ambrose sah sie an. »Du solltest jetzt besser gehen«, sagte er in freundlichem Ton. »Sowas musst du dir nicht anhören.« Amlia nahm Reiß aus. »Eins muss ich dir lassen«, sagte ich und sah ihr nach. »Niemand schlägt die Frauen so schnell in die Flucht wie du.« Ich tippte mir an meinen nicht vorhandenen Hut. »Das könntest du unterrichten. Da könntest du Kurse geben.« Ambrose stand einfach nur da, nickte zufrieden und sah mich auf seltsam besitzergreifende Weise an. »Mit diesem Hut siehst du aus, als würdest du auf kleine Jungs stehen«, fügte ich hinzu. »Und ich hätte nicht übel Lust, ihn dir vom Kopf zu schlagen, wenn du dich nicht auf der Stelle verpisst.« Ich sah ihn an. »Apropos, wie geht's denn dem Arm?« »Im Moment schon sehr viel besser«, sagte er freundlich und rieb ihn sich Gedanken verloren, während er dort stand und lächelte. Ich warf mir noch eine Honigmandel in den Mund, verzog das Gesicht und spuckte sie wieder aus. »Was ist denn?«, fragte Ambrose. »Magst du keinen Pflaumengeschmack?« Ohne eine Antwort abzuwarten, machte er kehrt und ging davon. Und dabei lächelte er. Es besagt einiges über meine Geistesverfassung, dass ich ihm einfach nur verwirrt nachsah. Ich hob den Beutel unter meine Nase und roch daran. Es roch nach Maisblättern, Honig und Zimt. Nicht im Mindesten roch es nach Pflaumen oder Muskatnuss. Wie konnte Ambrose das wissen? Dann ging mir ein Licht auf. Und im gleichen Moment schlug es zwölf Uhr, und alle, die das gleiche Terminplättchen erhalten hatten wie ich, stellten sich in einer langen, gewundenen Schlange auf dem Hof an. Die Zeit war nicht mehr, sondern ich war nicht mehr, sondern ich war nicht mehr. Ich pochte wie wild an die Tür, außer Atem, nachdem ich ins zweite Obergeschoss des Muse hinaufgerannt war. »Simmen!«, rief ich. »Mach auf, ich muss mit dir sprechen!« Auf dem ganzen Flur gingen Türen auf, und Studenten spähten heraus, um zu sehen, was das für ein Lärm war. Einer der Studenten war Simmon. »Quoth?«, sagte er. »Was machst du da? Das ist doch gar nicht meine Tür.« Ich lief hinüber, drängte ihn zurück ins Zimmer und schloss die Tür hinter uns. »Simmen! Ambrose hat mich unter irgendwelche Drogen gesetzt. Mit meinem Kopf stimmt irgendwas nicht. Aber ich weiß nicht, was es ist!« Simmon grinste. »Das habe ich mir schon gedacht. Hey, was machst du da? Spuck hier nicht auf den Fußboden!« »Ich habe so einen seltsamen Geschmack im Mund«, erklärte ich. »Na und?«, sagte er verärgert und verwirrt. »Was ist los mit dir? Hat dir deine Mutter keine Manieren beigebracht? Bist du in einer Scheune geboren?« Ich verpasste ihm eine kräftige Ohrfeige, die ihn an die Wand warf. »Ja! Ich bin tatsächlich in einer Scheune geboren!«, sagte ich grimmig. »Passt dir daran was nicht?« Sim stand da, stützte sich mit einer Hand an der Wand ab und hielt sich mit der anderen die gerötete Wange. Sein Blick war ein Bild des Erstaunens. »Um Gottes Willen, was hast du denn?« »Ich habe gar nichts«, erwiderte ich. »Aber du solltest mal besser aufpassen, was für einen Ton du mir gegenüber anschlägst.« »Ich mag dich, aber dass ich keine reichen Eltern habe, bedeutet nicht, dass du auch nur einen Deut besser bist als ich.« Ich runzelte die Stirn und spuckte erneut aus. »Gott, ist das widerlich! Ich hasse Muskatnuss! Habe ich schon als Kind gehasst!« Mit einem Mal guckte Sim, als hätte er etwas kapiert. »Dieser seltsamer Geschmack in seinem Mund«, sagte er. »Ist das Pflaumenaroma und irgendwelche Gewürze?« Ich nickte. »Es ist abscheulich! Bei Gottes grauer Asche«, stieß Sim in bitterem Ernst hervor. »Also gut, du hast recht. Du wurdest unter Drogen gesetzt. Ich weiß, was es ist«, er verstummte, als ich kehrtmachte und die Tür öffnete. »Was machst du?« »Jetzt bringe ich Ambrose um«, sagte ich, »weil er mich vergiftet hat. Das ist kein Gift! Es ist«, er hielt inne und fuhr mit ruhiger Stimme fort. »Wo hast du denn das Messer hier?« »Das trage ich immer am Bein festgeschnallt, unter der Hose«, sagte ich. »Für Notfälle«. Sim atmete tief durch. »Gibst du mir bitte kurz die Gelegenheit, das zu erklären, bevor du losläufst und Ambrose umbringst?« Ich zuckte die Achseln. »Also gut. Würde es dir etwas ausmachen, dich hinzusetzen, während wir uns unterhalten?« Er zeigte auf einen Stuhl. Ich seufzte und setzte mich. »Aber mach schnell. Meine Prüfung fängt bald an.« Sim nickte ganz ruhig und ließ sich mir gegenüber auf der Bettkante nieder. »Kennst du das? Wenn jemand betrunken ist und sich in den Kopf setzt, irgendeinen Blödsinn anzustellen? Und man kann es ihm einfach nicht ausreden, obwohl es ganz offensichtlich eine schlechte Idee ist?« Ich lachte. »Wie damals, als du vor dem Aeolien diese Harfenistin anquatschen wolltest und stattdessen ihr Pferd vollgekotzt hast?« Er nickte. »Ja, genau. Es gibt etwas, das Alchemisten herstellen können und das die gleiche Wirkung hat. Bloß viel extremer.« Ich schüttelte den Kopf. »Aber ich fühle mich überhaupt nicht betrunken. Mein Kopf ist ganz klar.« Sim nickte erneut. »Es fühlt sich auch nicht so an, als ob man betrunken wäre«, sagte er. »Es betrifft nur diesen einen Aspekt. Man wird nicht benommen oder müde davon. Es macht es einem Menschen nur sehr viel leichter, Dummheiten zu begehen.« Ich überlegte kurz. »Ich glaube nicht, dass es das ist«, sagte ich. »Mir ist überhaupt nicht danach, Dummheiten zu begehen.« »Es gibt eine Möglichkeit, das festzustellen«, sagte Sim. »Kannst du jetzt im Moment an etwas denken, das dir als schlechte Idee erscheint?« Ich grübelte und tippte mir dabei mit der flachen Messerklinge an den Stiefel. »Es wäre eine schlechte Idee, wenn ich...« Ich verstummte und grübelte weiter. Sim sah mich erwartungsvoll an. »Jetzt vom Dach springen würde?« sagte ich so, dass es wie eine Frage klang. Sim sagte nichts darauf und sah mich weiter an. »Ich glaube, ich sehe das Problem«, sagte ich. »Ich scheine überhaupt keine Hemmungen mehr zu haben.« Sim lächelte erleichtert und nickte mir ermutigend zu. »Genau das ist es. Alle deine Hemmungen sind so säuberlich entfernt worden, dass du erst gar nicht merkst, dass sie weg sind. Alles andere bleibt dabei unverändert. Du bist nüchtern, redegewandt und vernünftig.« »Du schlägst schon wieder so einen herablassenden Ton an«, sagte ich und richtete das Messer auf ihn. »Tu's nicht!« Er blinzelte. »Ist ja gut. Fällt dir eine Lösung für dieses Problem ein?« »Natürlich. Ich brauche eine Art moralischen Prüfstein.« »Du musst mein moralischer Kompass sein, denn deine Hemmungen sind ja noch intakt.« »Das wollte ich dir auch gerade vorschlagen«, sagte er. »Also vertraust du mir?« Ich nickte. »Außer wenn es um Frauen geht. Was Frauen angeht, bist du ein Vollidiot.« Ich nahm mir ein Glas Wasser von einem Tisch, spülte mir damit den Mund aus und spuckte es auf den Boden. Sim lächelte zweifelnd. »Also gut. Erstens. Du darfst Ambrose nicht umbringen.« Ich zögerte. »Bist du sicher?« »Ja, ich bin sicher. So ziemlich alles, was du mit diesem Messer tun könntest, wäre eine schlechte Idee. Du solltest es mir geben.« Ich zuckte die Achseln und reichte es ihm mit dem Ledergriff voran. Sim wirkte erstaunt, ergriff aber das Messer. »Grundgütiger Telur«, sagte er mit tiefem Säufzer und legte das Messer aufs Bett. »Danke.« »War das ein Extremfall?«, fragte ich und spülte mir noch einmal den Mund aus. »Wir sollten wahrscheinlich so eine Art Rangliste einführen. Von eins bis zehn.« »Wasser auf meinen Boden spucken ist eine Eins«, erwiderte er. »Oh«, sagte ich. »Tschuldigung.« Ich stellte das Glas auf seinen Tisch zurück. »Macht nichts«, sagte er leicht hin. »Ist eins hoch oder niedrig?«, fragte ich. »Niedrig«, sagte er. »Ambrose umzubringen wäre eine Zehn.« Er zögerte. »Na ja, vielleicht auch nur eine Acht. Er rutschte ein wenig hin und her. Oder eine Sieben.« »Echt?«, sagte ich. »So hoch?« »Also gut.« »Dann nicht.« Ich beugte mich auf meinem Sitz vor. »Du musst mir ein paar Tipps für die Prüfung geben. Ich muss mich jetzt gleich wieder anstellen.« Simmons schüttelte nachdrücklich den Kopf. »Nein. Das wäre eine ganz schlechte Idee. Eine Acht.« »Wirklich?« »Ja, wirklich«, sagte er. »Das ist eine sehr heikle gesellschaftliche Situation. Da kann viel schiefgehen.« »Aber wenn ich«, Sim seufzte und strich sich das rotblonde Haar aus den Augen. »Bin ich nun dein Prüfstein oder nicht? Das wird sehr mühsam, wenn ich dir alles dreimal sagen muss, bis du mal auf mich hörst.« Ich überlegte kurz. »Du hast recht. Zumal, wenn ich kurz davor stehe, etwas zu tun, das möglicherweise gefährlich wäre.« Ich sah mich um. »Wie lange wird das andauern?« »Höchstens acht Stunden.« Er öffnete den Mund, um fortzufahren, und schloss ihn gleich wieder. »Was?« fragte ich. Sim seufzte. »Es könnte Nebenwirkungen geben. Die Substanz ist fettlöslich, wird also eine Zeit lang in deinem Körper verbleiben. Du könntest gelegentlich kleinere Rückfälle erleiden, hervorgerufen durch Stress, starke Gefühle, Anstrengungen.« Er sah mich bedauernd an. Das wäre wie ein Nachhall hiervon. »Darüber kann ich mir später Sorgen machen«, sagte ich und streckte eine Hand aus. »Gib mir dein Termin, Plättchen. Du kannst jetzt zur Prüfung gehen.« »Ich nehme dann deinen Termin.« Er breitete in einer hilflosen Geste die Hände aus. »Ich war doch schon zur Prüfung«, sagte er. »Telus Kretze und Gekröse«, fluchte ich. »Also gut. Hol Fehler her.« Er winkte mit beiden Händen ab. »Nein. Nein, nein, nein. Das wäre eine Zehn.« Ich lachte. »Nicht deswegen. Sie hat einen späten Termin am Sandling.« »Und du meinst, sie tauscht mit dir? Sie hat's mir schon angeboten.« Sim stand auf. »Ich gehe sie suchen.« »Und ich bleib hier«, sagte ich. Sim nickte und sah sich nervös im Zimmer um. »Es wäre wahrscheinlich am besten, wenn du gar nichts tun würdest, während ich weg bin«, sagte er und öffnete die Tür. Sim blieb nur fünf Minuten fort, und das war wahrscheinlich gut so. Es klopfte an der Tür. »Ich bin's«, drang Sims Stimme herein. »Ist alles in Ordnung da drin?« »Weißt du, was seltsam ist?« sagte ich durch die Tür hindurch. »Ich habe überlegt, was ich in deiner Abwesenheit Witziges anstellen könnte, aber mir ist nichts eingefallen.« Ich blickte mich im Zimmer um. »Ich glaube, das bedeutet, dass Humor auf gesellschaftlicher Grenzüberschreitung beruht. Ich kann aber keine Grenzen mehr überschreiten, weil mir nicht klar ist, was gesellschaftlich unzulässig wäre. Mir erscheint irgendwie alles zulässig.« »Da könntest du recht haben«, sagte er und fragte dann, »Hast du trotzdem irgendwas gemacht?« »Nein«, sagte ich. »Ich war ganz brav. Hast du Fehler gefunden?« »Ja, sie ist hier. Aber bevor wir reinkommen, musst du versprechen, dass du nichts tust, ohne mich vorher zu fragen.« »Abgemacht?« »Ich lachte.« »Abgemacht. Aber bring mich nicht dazu, vor Ihren Augen irgendwelchen Blödsinn zu tun.« »Versprochen«, sagte Sim. »Setz dich bitte hin. Nur für alle Fälle.« »Ich sitze bereits«, sagte ich. Sim öffnete die Tür. Ich sah Fehler über seine Schulterspähen. »Hallo, Fehler«, sagte ich. »Ich muss mit dir den Termin tauschen.« »Erst mal«, sagte Sim, »ziehst du dein Hemd wieder an. Das ist eine Zwei.« »Oh«, sagte ich. »Tschuldige. Er war so warm.« »Du hättest das Fenster aufmachen können.« »Ich hielt es für sicherer, meine Interaktionen mit äußeren Gegenständen strikt einzuschränken«, sagte ich. Sim hob eine Augenbraue. »Das ist eine ausgezeichnete Idee. Sie hat dich nur in diesem Fall in eine leicht falsche Richtung gelenkt.« »Wow«, hörte ich Fehlers Stimme draußen auf dem Flur. »Ist das sein Ernst?« »Absolut«, sagte Sim. »Und ehrlich gesagt glaube ich, dass es jetzt zu gefährlich für dich wäre, da reinzugehen.« Ich zog mir das Hemd wieder an. »Angezogen«, sagte ich. »Ich setze mich auch gern auf meine Hände, wenn dir das lieber ist.« »Ich tat es«, schob sie mir unter die Oberschenkel. Sim ließ Fehler herein und schloss hinter ihr die Tür. »Fehler, du bist einfach hinreißend«, sagte ich. »Ich würde dir alles Geld, das ich in meinem Beutel habe, dafür geben, wenn ich dich nur zwei Minuten nackt ansehen dürfte.« »Ich würde alles, was ich besitze, dafür geben. Nur nicht meine Laute.« Schwer zu sagen, wer von den beiden Röter wurde. »Ich glaube Sim.« »Das hätte ich nicht sagen sollen, nicht wahr?« »Nein«, sagte Sim, »das ist eine Fünf.« »Aber das ergibt doch keinen Sinn«, sagte ich. »Frauen sind auf Gemälden nackt. Und die Leute kaufen solche Gemälde, nicht wahr? Und die Frauen posieren dafür.« Sim nickte. »Ja, das stimmt. Aber dennoch. Sitz einfach einen Moment lang nur da, ohne irgendetwas zu sagen oder zu tun, ja?« Ich nickte. »Ich kann das kaum glauben«, sagte Fehler, und die Röte wich ihr aus den Wangen. »Ich habe den Verdacht, dass ihr mir einen ausgeklügelten Streich spielt.« »Schön wär's«, sagte Sim, »aber dieses Zeug ist wirklich äußerst gefährlich.« »Wie kann es sein, dass er sich an Aktgemälde erinnert, aber nicht daran, dass es sich gehört, in der Öffentlichkeit sein Hemd anzubehalten?« fragte sie Sim, ohne mich aus den Augen zu lassen. »Es erschien mir einfach nicht wichtig«, sagte ich. »Ich habe mein Hemd auch ausgezogen, als ich ausgepeitscht wurde. Und das war an der Öffentlichkeit. Es erscheint mir seltsam, dass man deshalb Ärger kriegen sollte.« »Weißt du, was passieren würde, wenn du versuchen würdest, Ambrose niederzustechen?«, fragte Sim. Ich überlegte. Es war, als wollte man sich daran erinnern, was man einen Monat zuvor zum Frühstück gegessen hatte. »Es würde wahrscheinlich zu einem Gerichtsverfahren kommen, nehme ich mal an«, sagte ich langsam. Fehler hätte fast losgelacht und hielt sich schnell eine Hand vor den Mund. »Oder nehmen wir mal folgende Frage«, sagte Sim zu mir. »Was ist schlimmer? Ein Stück Kuchen zu klauen oder Ambrose umzubringen?« Ich dachte einen ganzen Moment lang gründlich darüber nach. »Sandkuchen oder Obstkuchen?« »Wow«, sagte Fehler atemlos. »Das«, sie schüttelte den Kopf. »Da läuft's einem ja kalt den Rücken runter.« Simmen nickte. »Es ist ein beängstigendes Werk der Alchemie, eine Variante eines Sedativums, das man Pflaumenschlag nennt. Man muss es nicht mal schlucken. Es dringt einfach so durch die Haut.« Fehler sah ihn an. »Und woher weißt du so viel darüber?« Sim lächelte matt. »Mandrak hält in jedem Alchemie-Seminar, das er gibt, einen Vortrag darüber. Ich habe die Geschichte mittlerweile bestimmt schon ein Dutzend Mal gehört. Es ist sein Lieblingsbeispiel dafür, wie sich die Alchemie missbrauchen lässt. Ein Alchemist hat es mal vor gut fünfzig Jahren dazu genutzt, das Leben einiger aturischer Regierungsbeamter zu ruinieren. Es wurde nur aufgedeckt, weil eine Gräfin bei einer Hochzeitsfeier Amok lief.« »Ein Dutzend Menschen umbrachte und«, Sim hielt inne und schüttelte den Kopf. »Es war jedenfalls eine schlimme Sache. So schlimm, dass die Geliebte des Alchemisten ihn an die Polizei verraten hat.« »Ich hoffe, er hat seine gerechte Strafe erhalten.« »Durchaus«, sagte Sim grimmig. »Aber wichtig ist, dass es bei jedem Menschen ein wenig anders wirkt. Es senkt nicht einfach nur die Hemmschwelle. Es verstärkt auch die Emotionen. Es setzt verborgene Sehnsüchte frei und verursacht ein seltsam selektives Gedächtnis, fast wie eine Art moralische Amnesie.« »Ich fühle mich aber ganz und gar nicht schlecht«, sagte ich. »Ja, mir geht's sogar richtig gut. Ich mach mir bloß Sorgen wegen der Prüfung.« Sim wies in meine Richtung. »Siehst du? An die Prüfung erinnert er sich. Die ist ihm wichtig. Andere Dinge aber sind wie ausgelöscht.« »Ist das nicht heilbar?«, fragte Fela nervös. »Sollten wir ihn nicht in die Mediho bringen?« Simen wirkte nun ebenfalls nervös. »Nein, ich glaube nicht. Die würden es wahrscheinlich mit einem Purgativum versuchen. Aber es ist ja nicht so, dass er eine Droge intus hätte, die nun ihre Wirkung entfaltet. Nach diesem Schema funktioniert Alchemie nicht. Er steht unter dem Einfluss ungebundener Prinzipien. Das kann man nicht aus jemandem herausspülen, so wie man es bei Quecksilber oder Ophalum versuchen würde.« »Purgativum klingt nicht sonderlich spaßig«, sagte ich, »falls meine Meinung hier auch noch irgendwie zählt.« »Außerdem bestünde die Möglichkeit, dass Sie annehmen, er hätte unter dem Prüfungsstress einen Nervenzusammenbruch erlitten«, sagte Sim zu Fela. »Das ergeht jedes Trimester ein paar Studenten so. Sie würden ihn ins Refugium einweisen, bis sie ausschließen könnten, dass...« Ich sprang auf und ballte die Fäuste. »Lieber lass ich mich in der Hölle in Stücke hacken, als dass Sie mich ins Refugium kriegen«, sagte ich wütend. »Nicht mal für eine Stunde! Nicht mal für eine Minute!« Sim erbleichte, wich einen Schritt zurück und hob abwehrend die Hände. Seine Stimme aber blieb fest und ruhig. »Quoth, ich befehle dir, hör auf!« Ich hielt inne. Fela sah mich verängstigt an. Simmon fuhr mit Entschlossenheit fort. »Quoth, ich befehle dir! Setz dich!« Ich setzte mich. Fela, die hinter ihm stand, sah Simmon erstaunt an. »Danke«, sagte Simmon freundlich und ließ die Hände wieder sinken. »Ich stimme dem zu. Die Mediho ist jetzt nicht der richtige Ort für dich. Wir können das auch hier überstehen.« »Das klingt doch schon viel besser«, sagte ich. »Selbst wenn in der Mediho alles glatt laufen sollte«, fügte Simmon hinzu, »wärst du doch mehr als üblich geneigt, dich ungezügelt auszusprechen«. Er lächelte ein wenig schief. »Geheimnisse sind die Grundsteine der menschlichen Zivilisation, und ich weiß, dass du ein paar Geheimnisse mehr hast als die meisten anderen Leute.« »Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Geheimnisse habe«, sagte ich. Sim und Fela lachten gleichzeitig los. »Ich fürchte, du hast gerade bewiesen, dass seine Diagnose stimmt«, sagte Fela. »Ich weiß, dass du wenigstens ein paar Geheimnisse hast.« »Ich auch«, sagte Sim. »Du bist mein Prüfstein«, sagte ich mit einem Achselzucken. Dann lächelte ich Fela zu und zog meinen Geldbeutel hervor. Sim schüttelte den Kopf. »Nein, nein, nein!« »Das habe ich dir doch schon gesagt. Sie nackt zu sehen wäre jetzt das Schlimmste überhaupt.« Bei dieser Aussage kniff Fela ein wenig die Augen zusammen. »Was ist denn?«, fragte ich. »Befürchtest du, dass ich über sie herfalle?« Ich lachte. Sim sah mich an. »Würdest du das nicht tun?« »Natürlich nicht«, sagte ich. Er sah zu Fela hinüber, dann wieder zu mir. »Könntest du sagen, wieso nicht?«, fragte er neugierig. Ich überlegte. »Weil«, ich verstummte und schüttelte den Kopf.« »Weil ich es einfach nicht könnte. Ich weiß, dass ich keine Steine essen kann. Und ich weiß, dass ich nicht durch Wände gehen kann. Und so ist es auch damit.« Ich konzentrierte mich noch einmal auf die Frage und mir wurde schwindelig. Ich hielt mir eine Hand vor die Augen und versuchte, dieses plötzliche Schwindelgefühl nicht zu beachten. »Sagt mir bitte, dass ich Recht damit habe«, bat ich mit einem Mal ängstlich. »Ich kann keine Steine essen, nicht wahr?« »Ja, du hast Recht damit«, sagte Fela. »Das kannst du nicht«. Ich hörte auf, in meinem Hirn nach Antworten zu kramen, und schlagartig ließ das Schwindelgefühl nach. Sim beobachtete mich aufmerksam. »Wenn ich bloß wüsste, was das jetzt zu bedeuten hatte«, sagte er. »Ich glaube, ich weiß es«, sagte Fela sehr leise. Ich zog das Terminplättchen aus Elfenbein aus meinem Geldbeutel. »Ich wollte nur tauschen«, sagte ich. »Es sei denn, du wärst bereit, dich mir nackt zu zeigen.« Ich wog meinen Geldbeutel in der anderen Hand und sah Fela in die Augen. Sim sagt, das wäre schlimm, aber er ist, was Frauen angeht, ein absoluter Vollidiot. Ich mag ja im Augenblick nicht... Es dauerte vier Stunden, bis meine Hemmungen allmählich wiederkehrten, und dann noch einmal zwei Stunden, bis der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt war. Simmen blieb den ganzen Tag lang bei mir, bewies eine Engelsgeduld und sagte ständig Sachen wie »Nein, du solltest jetzt nicht eine Flasche Schnaps für uns kaufen gehen. Nein, du solltest nicht rausgehen und dem Hund, der unten auf der Straße kläfft, ein paar Tritte verpassen. Nein, du solltest nicht nach Imre gehen und nach Denner suchen. Nein, nein, dreimal nein!« Bei Sonnenuntergang war ich schließlich wieder ein halbwegs moralisch intakter Mensch. Simmen befragte mich ausführlich, ehe er mich zurück auf mein Zimmer im Enkers brachte. Dort ließ er mich bei der Milch meiner Mutter schwören, dass ich den Raum nicht vor dem Morgen verlassen würde. Und ich schwor es. Doch alles war noch nicht wieder in Ordnung mit mir. Meine Emotionen kochten immer noch bei der kleinsten Kleinigkeit hoch. Und was noch schlimmer war, mein Gedächtnis war nicht einfach nur zu seinem Normalzustand zurückgekehrt, sondern arbeitete auf einmal vollkommen unkontrolliert und auf Hochtouren. Solange ich bei Simmen gewesen war, war das noch nicht so ins Gewicht gefallen. Er hatte mich auf angenehme Weise abgelenkt. Doch ganz allein in meiner Dachkammer im Enkers war ich meinem Gedächtnis auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Es war, als wäre mein Geist wild entschlossen, alles, was ich an Schmerzlichem je gesehen hatte, wieder hervorzuholen und mir vor Augen zu führen. Man sollte ja glauben, dass meine schlimmsten Erinnerungen die an die Ermordung meiner Truppe waren, wie ich damals ins Lager zurückkam und dort alles in Flammen stand, die widernatürlichen Gestalten, welche die toten Körper meiner Eltern im Zwielicht abgaben, der Gestank von angesenkter Zeltleinwand, Blut und verbranntem Haar, die Erinnerungen an diejenigen, die sie ermordet hatten, an die Chandrian, an den Mann, der zu mir sprach und dabei die ganze Zeit grinste, die Erinnerungen an Cinder. Das waren tatsächlich schlimme Erinnerungen, aber ich hatte sie im Laufe der Jahre so oft hervorgeholt und von allen Seiten betrachtet, dass sie ihre brennende Schärfe fast verloren hatten. Ich erinnerte mich an den Klang von Heliaks Stimme so klar und deutlich wie an den Klang der Stimme meines Vaters. Cinders Gesicht vermochte ich mit Leichtigkeit vor meinem geistigen Auge erstehen zu lassen. Sein makelloses, grinsendes Gebiss, sein weißes, lockiges Haar, seine Augen schwarz wie Tintentropfen, seine Stimme voller Winterkälte, als er sagte, »Die Eltern von irgendwem haben die falschen Lieder gesungen.« Man sollte glauben, dass dies meine schlimmsten Erinnerungen waren. Doch da würde man sich irren. Nein, die schlimmsten Erinnerungen waren die aus meiner frühen Kindheit. Das gemächliche Dahinzockeln, wenn ich im Wagen mitfuhr und mein Vater die Zügel locker ließ. Seine starken Hände auf meinen Schultern, als er mir zeigte, wie ich auf der Bühne zu stehen hatte, damit mein Körper stolz, traurig oder schüchtern aussagte. Seine Finger, die meine, auf den Seiten seiner Laute zurechtrückten. Meine Mutter, wie sie mir durchs Haar strich, das Gefühl, wie sie mich in den Armen hielt, wie perfekt mein Kopf in ihre Halsbeuge passte, wie ich abends zusammengerollt auf ihrem Schoß am Lagerfeuer saß, schläfrig, glücklich und geborgen. Das waren die schlimmsten Erinnerungen. Sie waren kostbar und rein, und sie waren so scharf wie ein Mund voll Glassplitter. Ich lag im Bett, bebend und verkrampft, konnte nicht einschlafen, konnte an nichts anderes denken, konnte nicht aufhören, mich daran zu erinnern, und es nahm einfach kein Ende. Dann klopfte es ganz leise an mein Fenster, so leise, dass ich es erst bemerkte, als es wieder aufhörte. Dann hörte ich, wie das Fenster geöffnet wurde. »Quoth?« fragte Auri leise. Ich biß die Zähne zusammen, um mein Schluchzen zu unterdrücken, und lag so reglos da, wie ich nur konnte, in der Hoffnung, dass sie annahm, ich schliefe, und wieder verschwand. »Quoth!« sagte sie noch einmal. »Ich hab dir...« Sie verstummte, und nach kurzem Schweigen sagte sie, »Oh!« Ich hörte ein leises Geräusch hinter mir. Der Mondschein warf ihren schmalen Schatten auf die Wand, während sie durchs Fenster stieg. Ich spürte, wie sich das Bett bewegte, als sie sich darauf niederließ. Eine kleine, kühle Hand strich mir über die Wange. »Ist ja gut!« sagte sie leise. »Komm hier!« Ich hielt die Tränen nicht mehr zurück, und sie nahm meinen Kopf auf den Schoß. Sie murmelte, strich mir das Haar aus der Stirn und kühlte mit ihren Händen mein heißes Gesicht. »Ich weiß«, sagte sie mit trauriger Stimme, »manchmal ist es schlimm, nicht wahr?« Sie streichelte mir das Haar, und da weinte ich nur noch heftiger. Ich konnte mich nicht erinnern, wann mich jemand das letzte Mal liebevoll berührt hatte. »Ich weiß«, sagte sie, »du hast einen Stein im Herzen, und an manchen Tagen ist es so schwer, dass man es kaum ertragen kann. Aber deshalb musst du nicht alleine sein. Du hättest zu mir kommen sollen. Ich verstehe das.« Mein ganzer Körper krampfte sich zusammen, und mit einem Mal hatte ich wieder diesen Pflaumengeschmack im Mund. »Sie fehlt mir«, sagte ich, bevor mir klar wurde, dass ich überhaupt etwas sagte. Dann biss ich die Zähne zusammen, bevor ich noch etwas sagen konnte. Ich schüttelte heftig den Kopf wie ein Pferd, das sich gegen seine Zügel sträubt. »Du kannst es ruhig sagen«, sagte Auri ganz sanft. Ich schüttelte erneut den Kopf, schmeckte wieder Pflaumenaroma, und mit einem Mal strömten die Worte nur so aus mir heraus. »Sie hat gesagt, ich habe schon gesungen, bevor ich sprechen konnte. Sie hat gesagt, als ich noch ein Säugling war, hat sie mir immer etwas vorgesummt, wenn sie mich auf dem Arm hielt. Kein richtiges Lied, nur eine absteigende Terz. Einfach nur, um mich zu beruhigen. Und dann eines Tages ging sie mit mir im Lager umher, und da hörte sie, wie ich es wiederholte, zwei Oktaven höher, eine kleine piepsende Terz. Sie hat gesagt, das war mein erstes Lied. Wir haben es einander immer wieder vorgesungen. Jahrelang. Ich bekam kein weiteres Wort mehr heraus und biss die Zähne zusammen. »Du kannst es ruhig sagen«, sagte Auri sanft. »Ich werde sie nie wieder sehen«, presste ich hervor. Und dann brach ich richtig in Tränen aus. »Ist ja gut«, sagte Auri leise. Fragen Die nächsten Tage waren weder angenehm noch produktiv. Felas Prüfungstermin lag ganz am Ende der Spanne. Und daher bemühte ich mich, die zusätzliche Zeit zu nutzen. Ich versuchte, im Handwerkszentrum etwas Akkordarbeit zu leisten, kehrte aber bald schon auf mein Zimmer zurück, nachdem ich beim Gravieren eines Werkstücks plötzlichen Tränen ausgebrochen war. Es gelang mir einfach nicht, mich auf das nötige Alar zu besinnen, und ich wollte unbedingt vermeiden, dass jemand den Eindruck bekam, ich hätte unter dem Stress der Zulassungsprüfungen einen Zusammenbruch erlitten. Als ich später an diesem Abend durch den Felsgang ins Bibliotheksmagazin kriechen wollte, hatte ich mit einem Mal wieder den Pflaumengeschmack im Mund, und eine blinde Furcht vor diesem dunklen, engen Raum überwältigte mich. Zum Glück war ich erst einige wenige Meter weit vorgedrungen, aber dennoch handelte ich mir beim panischen Zurückkriechen aus dem Gang fast eine Gehirnerschütterung ein und schürfte mir die Handflächen auf. Und so stellte ich mich also die nächsten beiden Tage krank und blieb auf meinem Zimmer. Ich spielte laute, schlief unruhig und hegte finstere Gedanken zum Thema Ambrose. Anker machte gerade sauber, als ich die Treppe herunterkam. »Geht's dir besser?«, fragte er. »Ein bisschen«, sagte ich. Am vergangenen Tag hatte ich nur noch zwei Pflaumengeschmackrückfälle gehabt, und beide waren schnell vorübergegangen. Hinzu kam, dass ich die ganze Nacht durchgeschlafen hatte. Es schien, als hätte ich das Schlimmste überstanden. »Hast du Hunger?« Ich schüttelte den Kopf. »Ich hab heute meine Zulassungsprüfung.« Anker runzelte die Stirn. »Dann solltest du aber etwas essen. Wenigstens einen Apfel.« Er eilte hinterm Tresen hin und her und brachte mir dann einen Keramikbecher und einen großen Krug. »Trink auch etwas Milch. Die muss weg, sonst wird sie schlecht.« Der verdammte eislose Kühlkasten funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr richtig. Drei Talente hat mich das Ding gekostet. Herausgeschmissenes Geld, wo normales Eis hier doch so billig ist. Ich beugte mich über den Tresen und betrachtete den länglichen Holzkasten, der inmitten der Krüge und Flaschen stand. »Ich könnte mir das mal ansehen,« bot ich an. Anker hob eine Augenbraue. »Kannst du da was machen?« »Ich kann mal schauen,« sagte ich. »Und wenn es was Einfaches ist, kann ich es vielleicht reparieren.« Anker zuckte die Achseln. »Kaputt machen kannst du hier nicht. Das ist ja schon.« Er wischte sich die Hände an der Schürze ab und lud mich mit einer Handbewegung ein, hinter den Tresen zu kommen. »Ich hau dir währenddessen ein paar Eier in die Pfanne. Die müssen nämlich auch weg.« Er öffnete den Kasten, nahm einige Eier heraus und verschwand damit in der Küche. Ich ging hinter den Tresen und kniete mich vor den Apparat. Es war ein innen mit Steinplatten ausgekleideter Kasten von den Ausmaßen eines kleinen Schrankkoffers. Fernab der Universität hätte man so etwas für ein Wunderwerk und Luxus gut gehalten. Hier jedoch, wo sich derlei Dinge leicht beschaffen ließen, war es lediglich ein weiteres heidnisches Machwerk, das nicht richtig funktionierte. Es war ein ganz einfaches Handwerksstück. Es besaß keinerlei bewegliche Teile, sondern nur zwei flache, mit Sygaldrie bedeckte Zinnleisten, die als Wärmeableiter dienten. Ich beugte mich darüber und legte die Finger auf die Zinnleisten. Die rechte war warm, was bedeutete, dass die andere Hälfte auf der Innenseite kalt sein musste. Die linke jedoch hatte nur Zimmertemperatur. Ich reckte den Hals, um mir die Sygaldrie genauer anzusehen, und entdeckte einen tiefen Kratzer im Zinn, der sich über zwei Runen zog. Das war die Erklärung. Ein Stück Sygaldrie gleicht in vieler Hinsicht einem Satz. Wenn man ein paar Worte herausnimmt, geht der Sinn verloren. So ist es jedenfalls meistens. Manchmal jedoch kann ein beschädigtes Stück Sygaldrie auch äußerst unangenehme Wirkungen entfalten. Ich sah mit gerunzelter Stirn auf die betreffende Zinnleiste hinab. Das war der reine Pfusch. Die Runen hätten sich auf der Innenseite der Leiste befinden müssen, wo sie nicht beschädigt werden konnten. Ich suchte hinter dem Tresen herum, bis ich hinten in einer Schublade einen abgelegten Eishammer fand und klopfte damit vorsichtig die beiden beschädigten Runen in dem weichen Zinn platt. Dann konzentrierte ich mich und ritzte sie mit der Spitze eines Gravierstichels erneut in die Metallleiste ein. Anker kam aus der Küche zurück, einen Teller Rührei und Tomaten in der Hand. »Jetzt müsste es wieder funktionieren«, sagte ich. Ich aß aus Höflichkeit ein paar Bissen und merkte erst da, wie hungrig ich eigentlich war. Anker beäugte den Kasten und klappte den Deckel auf. »So einfach?« »Das ist wie mit allem«, sagte ich mit halbvollem Mund. »Wenn man sich damit auskennt, es ist einfach. Es müsste funktionieren. Warte mal bis morgen ab, ob er dann wieder kühlt.« Ich aß das Rührei und trank die Milch so schnell ich konnte, ohne unhöflich zu sein. »Ich muss heute meinen Deckel bei dir zu Geld machen«, sagte ich. »Meine Studiengebühren werden dieses Trimester richtig happig ausfallen.« Anker nickte und sah in einem Notizbuch nach, das er unter dem Tresen verwachte. Er zählte die Gläser Graysdale-Met zusammen, die ich in den vergangenen beiden Monaten vorgeblich getrunken hatte. Dann zog er seinen Geldbeutel hervor und zählte mir zehn Kupferjods auf den Tresen. »Ein ganzes Talent. Doppelt so viel, wie ich erwartet hatte.« Ich sah ihn verwirrt an. »Wenn Kilwin mir einen seiner Jungs geschickt hätte, hätte der mir fürs bloße Kommen und die Reparatur mindestens ein halbes Talent berechnet«, erklärte er und tippte mit der Stiefelspitze gegen den Kühlkasten. »Ich kann aber nicht mit Sicherheit sagen, dass«, er winkte ab. »Wenn du ihn wirklich nicht wieder hingekriegt hast, ziehe ich dir das halt nächsten Monat wieder ab«, sagte er. »Oder ich nutze es als Druckmittel, damit du ab jetzt auch am Reaving-Abend hier spielst«, sagte er und grinste. »Ich betrachte das also als Investition.« Ich war unterwegs zum Handwerkszentrum und wollte sehen, ob meine Leuchten endlich verkauft waren, als ich auf einem Hof eine Gestalt in einem dunklen Meistergewand und mit einem mir nur allzu bekannten Gesicht entdeckte. »Meister Elodin«, rief ich. Er steuerte gerade auf einen Nebeneingang des Meistergebäudes zu. Es war eines der wenigen Gebäude der Universität, das ich von innen nicht allzu gut kannte, denn dort befanden sich hauptsächlich die Wohnungen der Meister und Giller sowie Gästezimmer für zu Besuch weilende Arkanisten. Als er seinen Namen hörte, wandte er sich um. Doch als er mich erblickte, der auf ihn zugelaufen kam, verdrehte er nur die Augen und ging weiter auf den Eingang zu. »Meister Elodin«, sagte ich ein wenig aus der Puste, »kann ich euch schnell eine Frage stellen?« »Statistisch gesehen höchstwahrscheinlich schon«, sagte er und schloss mit einem großen Messingschlüssel die Tür auf. »Darf ich euch eine Frage stellen?« »Ich bezweifle, dass irgendeine der Menschheit bekannte Macht dich davon abhalten könnte.« Er öffnete die Tür und betrat das Gebäude. Ich war zwar nicht eingeladen, schlüpfte aber hintendrein. Elodin war stets schwierig aufzutreiben, und ich fürchtete, wenn ich diese Gelegenheit nicht nutzte, würde ich ihn womöglich eine Spanne lang nicht wiedersehen. Ich folgte ihm einen engen Korridor entlang. »Ich habe gerüchteweise gehört, dass ihr eine Gruppe von Studenten zusammenstellt, die bei euch Namenskunde studieren soll«, sagte ich vorsichtig. »Das ist keine Frage«, erwiderte Elodin und ging eine lange, schmale Treppe hinauf. Ich widerstand dem Drang, unfreundlich zu werden, und atmete stattdessen tief durch. »Ist es wahr, dass ihr ein solches Seminar geben werdet?« »Ja«, »Hattet ihr vor, mich daran zu beteiligen?« Elodin blieb auf der Treppe stehen und sah sich zu mir um. Das dunkle Meistergewand passte gar nicht zu seiner sonstigen Erscheinung. Sein Haar war zerzaust, und sein Gesicht wirkte fast jungenhaft. Er sah mich eine ganze Weile an. Dabei musterte er mich von Kopf bis Fuß, als wäre ich ein Pferd, auf das zu wetten er überlegte, oder eine Rinderhälfte, die er pfundweise verkaufen wollte. Doch richtig beunruhigend wurde es erst, als unsere Blicke sich trafen. Da kam es mir fast so vor, als würde im Treppenhaus das Licht gedämpft, oder als würde ich mit einem Mal unter Wasser gedrückt und bekäme keine Luft mehr. »Verdammt noch mal, du Schwachkopf«, hörte ich eine mir bekannte Stimme wie aus weiter Ferne sagen. »Wenn du schon wieder in Katatonie verfällst, dann sei doch wenigstens so anständig, das im Refugium zu erledigen, damit du uns die Mühe sparst, deinen mit Schaum besprenkelten Kadaver wieder dorthin karren zu müssen. Und wenn es das nicht ist, dann geh mir gefälligst aus dem Weg.« Elodin wandte den Blick von mir ab, und mit einem Schlag war alles wieder hell und klar. Fast hätte ich tief Luft eingesogen. Meister Hemme stürmte die Treppe herab und drängte Elodin mit der Schulter sehr unsanft beiseite. Als er mich sah, schnaubte er. »Natürlich, der zweite Schwachkopf ist auch zur Stelle. Darf ich dir mal ein Buch empfehlen zur angelegentlichen Lektüre? Flure und Treppenhäuser, ihre Form und Funktion, ein Leibfaden für geistig Behinderte.« Er warf mir einen finsteren Blick zu, und als ich nicht augenblicklich beiseite wich, bedachte er mich mit einem ausgesprochen unfreundlichen Lächeln. »Ah, aber du hast ja in der Bibliothek immer noch Hausverbot, nicht wahr? Soll ich dafür sorgen, dass die wichtigsten Informationen daraus auch in einer Form dargeboten werden, die für Leute deines Schlags eher zugänglich ist? Als Pantomime vielleicht? Oder als Marionettentheater?« Ich trat beiseite, und Hemme stürmte in sich hineingrummelnd an uns vorüber. Elodin durchbohrte den breiten Rücken des anderen Meisters mit Blicken. Erst nachdem Hemme hinter der nächsten Ecke verschwunden war, wandte er sich wieder mir zu. Er seufzte. »Vielleicht wäre es besser, wenn du dich auf andere Studienfächer konzentrieren würdest, Rela Quoth. Da schätze ich. Und Kilwin ebenso. Und bei ihnen scheinst du gute Fortschritte zu machen. Aber Sir«, sagte ich und bemühte mich, mir meine Bestürzung nicht anmerken zu lassen, »Ihr habt doch für mich gebürgt, als man mich zum Rela befördert hat.« Er wandte sich ab und ging weiter die Treppe hinauf. »Dann solltest du diesen klugen Ratschlag doch erst recht zu schätzen wissen, nicht wahr?« »Aber wenn ihr andere Studenten unterrichtet, warum dann nicht mich? Weil du zu übereifrig bist, um die nötige Geduld aufzubringen«, sagte er. »Du bist zu stolz, um richtig zuzuhören. Und du bist viel zu clever.« »Das ist das größte Problem.« »Mancher Meister mögen clevere Studenten«, murmelte ich, während wir einen breiteren Flur betraten. »Ja«, sagte Elodin. »Dal, Kilwin und Arvil mögen clevere Studenten. Studiere bei ihnen. Das würde dein und mein Leben erheblich erleichtern.« Aber Elodin blieb abrupt mitten auf dem Flur stehen. »Also gut«, sagte er, »beweise mir, dass du es wert bist, unterrichtet zu werden. Erschüttere meine Annahmen über dich bis in die Grundfesten.« Er tastete mit dramatischer Geste sein Gewand ab, als suche er nach etwas, das tief in irgendeiner Tasche vergraben war. »Zu meiner großen Bestürzung muss ich feststellen, dass mir die Mittel fehlen, hinter diese Tür zu gelangen.« Er klopfte an. »Hm.« Ich lächelte, obwohl ich aufgebracht war. Er hatte eine Aufgabe gewählt, die meinen Begabungen perfekt entsprach. Ich zog ein langes, dünnes Stück Federstahl aus einer Innentasche meines Umhangs, kniete mich vor die Tür und nahm das Schlüsselloch in Augenschein. Das Türschloss war solide Wertarbeit. Doch so einschüchternd große, schwere Schlösser auch aussehen, sind sie doch, wenn sie in gutem Zustand sind, meist einfacher zu knacken als kleine. Das hier war so eines. Es dauerte nur drei schnelle Atemzüge. Dann öffnete es sich mit einem befriedigenden, leisen »Tick«. Ich stand auf, klopfte mir die Knie ab und öffnete mit schwungvoller Geste die Tür. Elodin wirkte durchaus beeindruckt. Er hob die Augenbrauen, sagte »Kleber« und trat ein. Ich folgte ihm auf dem Fuße. Ich hatte nie darüber nachgedacht, wie Elodins Gemächer wohl aussahen. Und hätte ich es getan, so wäre ich nicht im Entferntesten auf das gekommen, was ich nun sah. Die Räume waren riesig und luxuriös, mit hohen Decken und üppigen Teppichen. Die Wände waren mit altem Holz getäfelt, und durch hohe Fenster strömte der Morgensonnenschein herein. Ich sah Ölgemälde und Antiquitäten. Die Einrichtung war auf geradezu bizarre Weise normal. Elodin ging schnellen Schritt durch den Eingangsbereich und ein geschmackvoll eingerichtetes Wohnzimmer in das Schlafzimmer. Ich sollte eher sagen »Schlafgemach«. Es war riesig, mit einem bombastisch großen Himmelbett. Elodin riss einen Kleiderschrank auf und nahm etliche dunkle Gewänder heraus, ähnlich dem, das er gerade trug. »Hier!« Elodin drückte mir so viele dieser Gewänder in die Arme, wie ich nur tragen konnte. Manche waren eher gewöhnlich, aus Baumwolle, andere aber aus edlem Leinen oder Sand. Er warf sich selbst auch noch ein halbes Dutzend davon über den Arm und ging damit zurück ins Wohnzimmer. Wir gingen an reich beladenen alten Bücherregalen vorüber und an einem riesigen, auf Hochglanz polierten Schreibtisch. Ein Kamin nahm fast eine ganze Wohnzimmerwand ein. Er war so groß, dass man darin ein ganzes Schwein am Spieß hätte braten können. Gegenwärtig glomm dort aber nur ein kleines Feuer gegen die leichte Herbstkälte. Elodin nahm eine Kristallkaraffe von einem Tisch und stellte sich vor den Kamin. Er warf mir die Gewänder, die er getragen hatte, über die Arme, sodass ich kaum noch über diesen Haufen hinwegsehen konnte. Dann zog er den Verschluss aus der Karaffe, probierte ein Schlückchen, blickte anerkennend und hielt die Karaffe ans Licht empor. Ich beschloss es noch einmal zu versuchen. »Meister Elodin, warum wollt ihr mich nicht in Namenskunde unterrichten?« »Das ist die falsche Frage«, erwiderte er und goss den Inhalt der Karaffe ins glimmende Kaminfeuer. Als sich die Flammen begierig über die Flüssigkeit hermachten, nahm er mir seine Gewänderladung wieder ab und verfütterte ein Samtgewand an das Feuer. Es geriet schnell in Brand, und als es loderte, warf er auch die anderen Gewänder in schneller Folge hinterher. Das Ergebnis war ein großer, schwelender Kleiderhaufen, aus dem dichter Rauch in den Schornstein stieg. »Versuch's noch mal!« Ich konnte es mir nicht verkneifen, die naheliegendste Frage zu stellen. »Wieso verbrennt ihr eure Gewänder?« »Nein, das kommt der richtigen Frage nicht mal nahe«, sagte er, nahm mir weitere Gewänder ab und warf sie in den Kamin. Dann ergriff Elodin den Hebel der Rauchabzugsklappe und legte ihn mit metallischem Scheppern um. Große Rauchschwaden begannen, in den Raum zu wabern. Elodin hustete, trat ein paar Schritte zurück und blickte sich mit zufriedener Miene um. Mit einem Mal wurde mir klar, was hier vor sich ging. »Oh Gott«, sagte ich, »wessen Gemächer sind denn das?« Elodin nickte anerkennend. »Sehr gut. Ich hätte auch akzeptiert, wieso habt ihr keinen Schlüssel für diese Gemächer? Oder was machen wir hier?« Er sah mich ernst an. Türen werden nicht ohne Grund abgeschlossen. »Und Leute, die keinen Schlüssel haben, sollen aus gutem Grund draußen bleiben.« Er stupste mit der Schuhspitze gegen den schwelenden Kleiderhaufen, wie um sich zu vergewissern, dass er nicht aus dem Kamin rutschen würde. »Du weißt, dass du clever bist. Das ist eine große Schwäche. Du gehst davon aus, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Aber da irrst du dich.« Elodin sah mich wieder an, und seine dunklen Augen blickten ernst. »Du glaubst, du könntest mir als Lehrer vertrauen«, sagte er. »Du glaubst, bei mir wärest du in Sicherheit. Aber das ist die schlimmste Art von Torheit.« »Wessen Gemächer sind das?«, fragte ich noch einmal, wie benommen. Er blickte mit einem plötzlichen Grinsen die Zähne. »Meister Hemmes?« »Und wieso verbrennt ihr Meister Hemmes Gewänder?«, fragte ich und versuchte nicht darauf zu achten, dass sich der Raum zusehends mit bitterem Rauch füllte. Elodin sah mich an, als wäre ich ein Vollidiot. »Weil ich ihn hasse wie die Pest.« Er nahm die Kristallkaraffe vom Kamin-Sims und schleuderte sie an die Rückwand der Feuerstätte, wo sie zerschellte. Von den Resten des Karaffeninhalts loderten die Flammen lichterloh auf. »Der Mann ist einfach nur eine dumme Sau. So redet man nicht mit mir.« Rauchschwaden waberten weiter in den Raum hinein. Nur dank der hohen Decken blieb noch etwas Luft zum Atmen. Wir gingen zum Ausgang, und als Elodin die Tür öffnete, drang Rauch auf den Flur hinaus. Wir blieben vor der Tür stehen und sahen einander an, während Rauchschwaden vorüberzogen. Ich beschloss, das Problem von einer anderen Seite aus anzugehen. »Ich verstehe eure Zurückhaltung, Meister Elodin«, sagte ich. »Manchmal denke ich bestimmte Dinge nicht zu Ende.« »Offensichtlich.« »Und ich gebe zu, es hat Zeiten gegeben, da war mein Verhalten manchmal...« Ich hielt inne und suchte nach einem demütiger klingenden Wort als unbedacht. »Von einer unfassbaren Dummheit geprägt«, schlug Elodin vor. Da loderte mein Groll auf, und alle Demut war wie weggeblasen. »Na Gott sei Dank bin ich der Einzige hier, der je in seinem Leben eine falsche Entscheidung getroffen hat«, sagte ich, konnte mich kaum zurückhalten, es zu brüllen. Ich sah ihm in die Augen. »Ich habe viele Geschichten über euch gehört. Man erzählt sich, ihr hättet damals auch ganz schön über die Stränge geschlagen, als ihr hier studiert habt.« Elodins belustigte Miene schwand ein wenig, und er sah fast aus, als wäre ihm etwas in der Kehle stecken geblieben. Ich fuhr fort. »Wenn ihr mich für zu leichtsinnig haltet, dann tut doch etwas dagegen. Führt mich auf den rechten Pfad. Formt meinen jugendlichen Verstand.« Ich hatte Rauch eingeatmet und begann zu husten, was mich zwang, meinen Appell abzukürzen. »Macht irgendwas, verdammt nochmal«, brachte ich hervor. »Lehrt mich!« Ich hatte gar nicht mehr geschrien, war aber dennoch außer Atem. Meine Wut schwand so schnell wieder, wie sie hochgekocht war, und ich fürchtete nun, zu weit gegangen zu sein. Doch Elodin sah mich nur an. »Wie kommst du darauf, dass ich dich nicht lehre?«, fragte er verwirrt. »Von dem Umstand mal abgesehen, dass du dich weigerst, etwas zu lernen.« Dann machte er kehrt und ging den Flur hinab. »An deiner Stelle würde ich schnell von hier verschwinden«, sagte er, sich noch einmal zu mir umsehend. »Die Leute werden wissen wollen, wer hinter dieser Sache steckt, und jeder weiß doch, dass Hemme und du nicht gut aufeinander zu sprechen seid.« Ich spürte, wie ich in panischem Schweiß ausbrach. »Was?« »Und vor der Prüfung würde ich mich auch noch einmal gründlich waschen«, sagte er. »Es würde keinen guten Eindruck machen, wenn du dort nach Rauch riechst.« »Ich wohne hier«, sagte Elodin, zog einen Schlüssel aus der Tasche und schloss damit eine Tür am anderen. Ein höflicher Ton Mein Haar war noch feucht, als ich über einen kurzen Korridor und eine Treppe die Bühne eines leeren Theatersaals betrat. Der Raum war wie stets abgedunkelt, und nur auf dem großen, halbmondförmigen Tisch fiel Licht. Ich trat an den Rand dieses Lichtkegels und wartete höflich ab. Als mich der Rektor herbeiwinkte, ging ich zur Tischmitte und gab ihm mein Terminplättchen. Dann trat ich wieder ein paar Schritte zurück und stellte mich zwischen die Hörner genannten Flanken des Tischs. Die neun Meister sahen zu mir herab. Ich würde gern behaupten, dass sie dramatisch aussahen, wie Raben auf einem Zaun oder so. Doch obwohl sie alle ihr Amtsgewand trugen, sahen sie viel zu unterschiedlich aus, als dass sie eine einheitliche Gruppe abgegeben hätten. Hinzu kam, dass ihnen die Müdigkeit anzusehen war. Erst da wurde mir klar, dass nicht nur die Studenten diese Prüfungen fürchteten, sondern dass sie auch für die Meister kein Zuckerschlecken waren. »Quoth, Sohn des Arliden«, sagte der Rektor in formellem Ton. »Rela«, er wies auf die rechte Seite des Tischs. »Meister der Heilkunde«, Arvil sah zu mir hinab, und sein Gesicht mit der runden Brille wirkte großväterlich. »Was sind die medizinischen Eigenschaften von Menka?«, fragte er. »Es ist ein starkes Anästhetikum«, sagte ich, »auch einsetzbar als Purgativum«. Ich zögerte. »Es hat sehr viele komplexe Nebenwirkungen. Soll ich sie alle aufzählen?« Arvil schüttelte den Kopf. »Ein Patient kommt in die Mediho. Er klagt über Gelenkschmerzen und Atembeschwerden. Er hat einen trockenen Mund und behauptet, einen süßlichen Geschmack wahrzunehmen. Er klagt über ein Kältegefühl, ist in Wirklichkeit aber schweißgebadet und hat Fieber. »Wie lautet deine Diagnose?« Ich atmete tief durch und zögerte. »Ich stelle in der Mediho keine Diagnosen, Meister Arvil. Ich würde in so einem Fall einen eurer Elfe herbeiholen.« Er lächelte und bekam dabei viele Fältchen um die Augen. »Das ist korrekt«, sagte er. »Aber rein theoretisch. Was meinst du, könnte die Ursache sein?« »Ist dieser Patient ein Student?« Arvil hob eine Augenbraue. »Was hat das damit zu tun?« »Wenn er zuvor im Handwerkszentrum gearbeitet hat, könnte es sich um Schmelzergrippe handeln«, sagte ich. Arvil sah mich fragend an und ich fügte hinzu. »Im Handwerkszentrum kann man sich alle möglichen Schwermetallvergiftungen holen. So etwas kommt nur selten vor, denn die Studenten sind ja gut geschult. Aber jeder, der mit heißer Bronze arbeitet, kann genug Dämpfe einatmen, um daran zu sterben, wenn er nicht sehr vorsichtig ist.« Ich sah Kilwin nicken und war froh, dass ich nicht eingestehen musste, dass ich das alles nur wusste, weil ich mir selbst einen Monat zuvor eine leichte Form davon eingehandelt hatte. Arvil räusperte sich nachdenklich und wies dann zur anderen Seite des Tisches. »Meister der Arithmetik?« Brandeur saß am linken Ende der Tafel. »Vorausgesetzt, ein Geldwechsler nimmt vier Prozent, wie viele Pennys erhält man dann für ein Talent?« Er stellte die Frage, ohne von den vor ihm liegenden Papieren hochzusehen. »Welche Art von Pennys, Meister Brandeur?« Er hob den Blick und runzelte die Stirn. »Wenn ich mich recht erinnere, sind wir hier immer noch im Commonwealth.« Ich rechnete es im Kopf durch und hielt mich dabei an die Zahlen aus den Büchern, die er in der Bibliothek ausgestellt hatte. Es waren nicht die realen Wechselkurse, die man bei einem Geldwechsler tatsächlich bekam, sondern die offiziellen Umrechnungskurse, die Regierungen und Financiers als gemeinsame Nenner nutzten, auf deren Grundlage sie sich gegenseitig über den Tisch ziehen konnten. »In Eisenpennys dreihundertfünfzig«, sagte ich. »Nein, dreihundertfünfzig«, verbesserte ich mich. »Und einen halben.« Ehe ich auch nur zu Ende gesprochen hatte, sah Brandeur schon wieder auf seine Papiere hinab. »Dein Kompass zeigt bei Gold zweihundertzwanzig Punkte, bei Platin einhundertzwölf und bei Kobalt zweihunddreißig. Wo befindest du dich?« Die Frage machte mich sprachlos. Die Lagebestimmung mit einem Trimetallkompass erforderte detaillierte Karten und präzise Triangulation. Sie wurde normalerweise nur von Schiffskapitänen auf hoher See und von Kartografen praktiziert, und die nutzten für ihre Berechnungen detaillierte Diagramme. Ich hatte so einen Trimetallkompass bisher nur zweimal mit eigenen Augen gesehen. Die Frage stammte entweder aus einem der Bücher, die Brandeur zur Vorbereitung empfohlen hatte, oder sie sollte dazu dienen, mich zu verunsichern. Da Brandeur mit Hemme befreundet war, ging ich von Letzterem aus. Ich schloss die Augen, stellte mir eine Weltkarte vor und riet auf gut Glück. »In Tarbin?«, sagte ich. »Oder vielleicht irgendwo in Ull?« Ich öffnete die Augen wieder. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Brandeur machte sich eine Notiz. »Meister der Namenskunde«, sagte er, ohne hochzusehen. Elodin schenkte mir ein wissendes Grinsen, und mit einem Mal wurde ich von der Furcht gepackt, er könnte meine Beteiligung an dem verraten, was er an diesem Morgen in Hemmes Gemächern angerichtet hatte. Doch stattdessen hob er mit dramatischer Geste drei Finger. »Du hast drei Pikkarten auf der Hand«, sagte er, »und fünf Pikkarten wurden bereits ausgespielt.« Er spreizte die Hand und sah mich mit ernstem Blick an. »Wie viele Pikkarten macht das?« »Acht«, sagte ich. Die anderen Meister wurden etwas unruhig. Arvil seufzte, Kilwin ließ die Schultern hängen, Hemme und Brandeur gingen so weit, einander anzusehen und die Augen zu verdrehen. Gemeinsam vermittelten sie den Eindruck einer schon lange anhaltenden Verzweiflung. Elodin sah sie finster an. »Was ist?«, fragte er. »Erwartet ihr wirklich, dass ich diesen Unfug ernst nehme? Soll ich ihm etwa Fragen stellen, die nur ein Namenskundler beantworten kann?« Die anderen Meister schwiegen, blickten beklommen und sahen ihn nicht an. Einzig Hemme funkelte zu ihm hinüber. »Also gut«, sagte Elodin und wandte sich wieder mir zu. Seine Augen blickten dunkel, und seine Stimme hatte einen seltsamen vollen Klang. Sie war nicht laut, doch als er sprach, schien sie den ganzen Saal zu füllen. »Wohin geht der Mond?«, fragte Elodin grimmig, »wenn er von unserem Himmel verschwindet.« Nun schien es im Saal wieder natürlich still zu sein, als hätte seine Stimme ein Loch in der Welt hinterlassen. Ich wartete ab, ob er noch etwas hinzufügen würde. Dann gestand ich, »Ich habe nicht die leiseste Ahnung.« Nach Elodins Stimme wirkte meine dünn und dürftig. Elodin zuckte die Achseln und wies mit Freunden. Elxadal war der Einzige, der sich in seiner Amtstracht wohlzufühlen schien. Wie stets erinnerte er mich mit seinem dunklen Bart und dem hageren Gesicht ein wenig an den typischen bösen Zauberer, der in so vielen schlechten arthurischen Theaterstücken vorkommt. Er bedachte mich mit einem leicht mitfühlenden Blick. »Wie ist die Bindung einer linearen galvanischen Anziehung?«, fragte er in beiläufigem Ton. Ich rasselte es auswendig herunter. Er nickte. »Wie groß ist bei Eisen die Unüberwindbarkeitsdistanz?« »Fünfeinhalb Meilen«, sagte ich und gab damit die lehrbuchmäßige Antwort, obwohl ich mich in diesem Zusammenhang am Begriff der Unüberwindbarkeit störte. Es traf zwar zu, dass es statistisch gesehen unmöglich war, eine bedeutende Energiemenge weiter als sechs Meilen zu übertragen, aber man konnte die Sympathie dazu nutzen, noch weit größere Entfernungen zu überbrücken. Wenn eine Unze Wasser zum Kochen gebracht wird, wie viel Hitze ist dann erforderlich, um das Wasser vollständig verkochen zu lassen? Ich kramte im Geiste zusammen, woran ich mich aus den Verdampfungstabellen, mit denen ich im Handwerkszentrum gearbeitet hatte, noch erinnerte. »180 Taum«, sagte ich mit größerer Gewissheit, als ich in Wirklichkeit verspürte. »Dankeschön«, sagte Dall. »Meister der Alchemie?« Mandrake winkte mit seiner fleckigen Hand ab. »Ich passe.« »Ihr könntet auch eine Kartenspielfrage stellen.« »Das beherrscht er«, schlug Elodin vor. Mandrake warf ihm einen missbilligenden Blick zu. »Meister der Bibliothek.« Lauren starrte zu mir herab, und sein langes Gesicht wirkte ungeduldig. »Wie lauten die Hausregeln der Bibliothek?« Ich wurde rot und sah zu Boden. »Bewege dich leise«, sagte ich. »Behandle die Bücher mit Respekt. Gehorche den Bibliothekaren. Kein Wasser. Keine Nahrungsmittel.« Ich schluckte. Kein offenes Feuer. Lauren nickte. Nichts an seinem Ton oder Gebaren deutete auf Missbilligung hin, aber das machte es irgendwie nur noch schlimmer. Er ließ den Blick über den Tisch schweifen. »Meister des Handwerks.« Ich fluchte innerlich. In der vergangenen Spanne hatte ich alle sechs Bücher gelesen, die Meister Lauren den Rehlaren zur Vorbereitung empfohlen hatte. Allein Feltemireis Untergang des Reichs hatte mich zehn Stunden gekostet. Ein regulärer Zugang zur Bibliothek zählte zu meinen sehnlichsten Wünschen, und ich hatte verzweifelt gehofft, Meister Lauren damit beeindrucken zu können, dass ich auf alle Fragen, die er mir stellen würde, die korrekte Antwort wusste. Doch das war nun nicht mehr zu ändern. Ich wandte mich Kilwin zu. »Galvanischer Durchsatz von Kupfer«, grummelte der an einen bärenerinnernde Meister in seinen Bart. Ich nannte den Wert bis auf die fünfte Stelle nach dem Komma. Ich hatte das bei meinen Berechnungen für die Decksleuchten gebraucht. »Konduktiver Koeffizient von Gallium«, »das hatte ich wissen müssen, um die Emitter der Leuchten fachgerecht dotieren zu können«, stellte mir Kilwin absichtlich einfache Fragen. Ich nannte den Wert. »Gut«, sagte Kilwin, »meister der Rhetorik.« Ich atmete tief durch, als ich mich nun Hemme zuwandte. Ich war so weit gegangen, drei seiner Bücher zu lesen. Obwohl ich für Rhetorik und sinnloses Philosophieren eigentlich nur Abscheu empfand. Dennoch konnte ich meinen Widerwillen zwei Minuten lang unterdrücken und in die Rolle des guten, bescheidenen Studenten schlüpfen. Ich bin ein Ruh. Das Schauspielern liegt mir im Blut. Hemme blickte mich mit seinem Mondgesicht finster an. »Hast du das Feuer in meinen Gemächern gelegt, du mieser kleiner Rabauke?« Diese unverholene Frage erwischte mich vollkommen unvorbereitet. Ich war auf äußerst schwierige Fragen eingestellt, auf Fangfragen oder Fragen, die er so drehen und wenden konnte, dass jede Antwort, die ich darauf gegeben hätte, falsch erschienen wäre. Diese urplötzliche Anschuldigung aber erwischte mich auf dem falschen Fuß. Und Rabauke ist ein Begriff, den ich überhaupt nicht ausstehen kann. Ein Sturm von Gefühlen brach in mir los. Und mit einem Mal hatte ich wieder etwas von dem Pflaumengeschmack im Mund. Während ein Teil von mir noch überlegte, wie ich möglichst höflich darauf reagieren konnte, stellte ich fest, dass ich längst etwas sagte. »Ich habe das Feuer in euren Gemächern nicht gelegt«, sagte ich aufrichtig. »Aber ich wünschte, ich hätte es getan. Und ich wünschte, ihr wäre dort gewesen und hätte tief und fest geschlafen.« Hemme blickte mich baff an. »Rela Quoth«, schnauzte der Rektor, »du wirst dich hier eines höflichen Tons befleißigen, oder ich persönlich werde dich des ungebührlichen Verhaltens beschuldigen.« Der Pflaumengeschmack verschwand so schnell, wie er gekommen war, und hinterließ ein leichtes Schwindelgefühl, und ich war schlagartig vor Angst und Verlegenheit in Schweiß gebadet. »Entschuldigt bitte, Meister Rektor«, sagte ich schnell und schlug den Blick nieder. Ich sprach im Zorn. »Rabauke ist ein Begriff, den mein Volk als ganz besonders beleidigend empfindet. Er wird gebraucht, um die systematische Ermordung tausender Ruh zu verharmlosen.« Zwischen den Augenbrauen des Rektors bildete sich eine wissbegierige Falte. »Ich gebe zu, dass mir dieser etymologische Aspekt bisher nicht bekannt war«, sagte er nachdenklich. »Dann stelle ich doch dazu gleich meine Frage.« »Moment mal«, unterbrach ihn Hemme, »ich bin noch nicht fertig.« »Doch, ihr seid fertig«, sagte der Rektor in strengem Ton. »Ihr seid ebenso schlimm wie dieser Junge, Jason, und habt viel weniger, das euch entschuldigen würde. Ihr habt nunmehr bewiesen, dass ihr nicht in der Lage seid, euch in einer Weise zu betragen, die eurem Amt gemäß wäre. Also haltet die Schnauze und schätzt euch glücklich, dass ich euch keinen offiziellen Verweis erteile.« Hemme wurde bleich vor Wut, erwiderte aber nichts darauf. Der Rektor wandte sich wieder an mich. »Meister der Sprachkunde«, nannte er seinen eigenen Titel. »Rela Quoth. Erkläre die Etymologie des Wortes Rabauke.« Es stammt aus den Säuberungsaktionen, die Kaiser Alcyon eingeleitet hat. Er gab eine Erklärung heraus, in der stand, »Die Reisenden Rabauken sollten ohne Gerichtsverfahren zu Geldstrafen, Kerkerhaft oder Ausweisung verurteilt werden.« Das hat sehr zur Verbreitung dieses Begriffs beigetragen. Der Rektor hob eine Augenbraue. »Tatsächlich?« »Ja«, sagte ich. Der Rektor nickte formell. »Danke, Rela Quoth.« Goldener Käfig Meine Studiengebühren wurden auf neun Talente, fünf Jots festgesetzt. Das war zwar weniger als die von Manet prophezeiten Zehntalente, aber mehr als ich besaß. Mir blieb es zum nächsten Tag um zwölf Uhr mittags Zeit beim Questor zu bezahlen, sonst war ich gezwungen, ein ganzes Trimester zu verpassen. Es wäre keine Tragödie gewesen, wenn ich mein Studium hätte unterbrechen müssen. Doch leider haben nur zugelassene Studenten Zugang zu allem, was die Universität zu bieten hat. Und das betrifft auch die Ausrüstung des Handwerkszentrums. Wenn ich also meine Studiengebühren nicht bezahlen konnte, konnte ich auch nicht mehr in Kilwins Werkstatt arbeiten. Und das war der einzige Arbeitsplatz, an dem ich hoffen konnte, genug Geld zu verdienen, um meine Studiengebühren bezahlen zu können. Ich sah in dem dortigen Lagerraum vorbei und Jaxim lächelte, als ich ans offene Fenster trat. »Gerade heute Morgen haben wir deine Leuchten verkauft«, sagte er. »Wir haben sogar ein bisschen mehr dafür rausschlagen können, weil es die letzten waren, die wir auf Lager hatten.« Er schlug in seinem Buch nach. »Dein Anteil von sechzig Prozent beläuft sich auf vier Talente, acht Jots. Nach Abzug aller Materialkosten bleiben dir davon«, »Jaxim«, er fuhr mit dem Finger die Seite hinab, »zwei Talente, drei Jots und acht Deut.« Jaxim machte einen Vermerk in seinem Buch und schrieb mir eine Quittung aus. Ich faltete sie sorgsam zusammen und steckte sie in meinen Geldbeutel. Sie hatte zwar nicht das beruhigende Gewicht von Münzen, erhöhte die Gesamtsumme aber auf über sechs Talente, sehr viel Geld, aber immer noch nicht genug. Wenn ich bei Hemme nicht die Beherrschung verloren hätte, wären meine Gebühren wahrscheinlich so niedrig ausgefallen, dass es nun gereicht hätte. Und wenn ich nicht fast zwei ganze Tage lang gezwungen gewesen wäre, mich wütend, weinend und mit Pflaumengeschmack im Mund auf meinem Zimmer zu verkriechen, hätte ich mich entweder besser vorbereiten oder mehr Geld verdienen können. Da kam mir eine Idee. »Dann fange ich doch gleich was Neues an«, sagte ich ganz beiläufig. »Ich brauche einen kleinen Schmelztiegel. Drei Unzen Zinn, zwei Unzen Bronze, vier Unzen Silber, eine Rolle feinen Golddraht, eine Kupfer, Moment mal«, unterbrach mich Jaxim. Er fuhr mit dem Finger in seinem Buch zu meinem Namen zurück. »Für Gold und Silber sehe ich bei dir keine Berechtigung.« Er sah mich an. »Ist das ein Fehler?« Ich zögerte, wollte ihn nicht anlügen. »Ich wusste nicht, dass man dafür eine spezielle Berechtigung braucht«, sagte ich. Jaxim grinste wissend. »Du bist nicht der Erste, der sowas probiert«, sagte er. »Hoe Studiengebühren?« Ich nickte. Er sah mich mitfühlend an. »Tut mir leid, aber Kilwin weiß, dass sich unser Lager ganz schnell in eine Geldverleiherbude verwandeln würde, wenn er nicht aufpasst.« Er schlug sein Buch zu. »Da wirst du wohl zu einem Pfandleiher gehen müssen, wie alle anderen auch.« Ich hob meine Hände und zeigte sie ihm von beiden Seiten, um anzudeuten, dass ich keinerlei Schmuck besaß. »Das ist bitter. Ich kenne einen anständigen Geldverleiher im Silberviertel, der nur zehn Prozent pro Monat nimmt. Das ist zwar immer noch ein Gefühl, als würden einem alle Zähne gezogen, aber günstiger als bei den meisten anderen.« Ich nickte und seufzte. Das Silberviertel war der Ort, an dem die Geldverleiher der Gilde ihre Niederlassungen hatten. Diese Leute würden mich keines Blickes würdigen. »Es ist auf jeden Fall gefährlich.« Ich dachte weiter darüber nach, während ich nach Imre ging, das vertraute Gewicht meiner Laute auf der Schulter. Ich steckte in einer Klemme, aber in keiner allzu schlimmen. Zwar würde kein Geldverleiher der Gilde einem verwaisten Edemaru, der keinerlei Sicherheiten vorweisen konnte, auch nur einen müden Penny anvertrauen, aber ich konnte mir das nötige Geld immer noch bei Deville ein. Dennoch wünschte ich, es wäre nicht so weit gekommen. Sie nahm nicht nur Wucherzinsen, sondern ich sorgte mich auch, welche Gefälligkeiten sie von mir verlangen würde, falls ich einmal nicht zahlen konnte. Ich bezweifelte nämlich, dass es nur kleine Gefälligkeiten sein würden, und ganz legale. Mit derlei Gedanken schlug ich mich also herum, als ich die große Steinbrücke überquerte. Ich machte kurz in einer Apotheke Halt und ging dann weiter zum grauen Mann. Als ich dort eintrat, sah ich, dass es sich um eine Pension handelte. Es gab dort keinen Gemeinschaftsraum, in dem die Gäste beisammensitzen und etwas trinken konnten. Vielmehr fand ich mich in einem nobel eingerichteten Vestibül wieder, in dem mir ein schick gekleideter Portier mit einer gewissen Missbilligung entgegensah. »Kann ich helfen, junger Mann?«, fragte er. »Ich möchte eine Dame besuchen,« sagte ich. »Sie heißt Dainael.« Er nickte. »Ich gehe so gleich nachsehen, ob die Dame im Hause ist.« »Nur keine Umstände,« sagte ich und ging in Richtung Treppe. »Sie erwartet mich.« Der Mann stellte sich mir in den Weg. »Ich fürchte, das geht so nicht,« sagte er. »Aber ich sehe, wie gesagt, gerne nach, ob die Dame im Hause ist.« Er streckte mir eine Hand entgegen. Ich sah ihn nur an. »Eine Visitenkarte?«, fragte er. »Etwas, das ich der Dame vorweisen könnte?« »Wieso das, wenn gar nicht klar ist, ob sie überhaupt da ist?«, fragte ich. Der Portier bedachte mich mit einem Lächeln, das gleichzeitig liebenswürdig und höflich und äußerst unfreundlich war. Ich prägte es mir ein. Ein solches Lächeln ist ein Kunstwerk. Als jemand, der buchstäblich auf der Bühne aufgewachsen ist, wusste ich es gleich in mehrfacher Hinsicht zu würdigen. Ein solches Lächeln konnte in bestimmten gesellschaftlichen Situationen geradezu als Messer dienen, und eines Tages würde ich es vielleicht einmal gebrauchen können. »Ah«, sagte der Portier, »die Dame ist durchaus da. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass sie auch für dich da ist. Du kannst ihr sagen, dass Quoth hier ist, um sie zu besuchen,« sagte ich eher belustigt als gekränkt. »Ich warte hier.« Es dauerte nicht lange. Der Portier kam mit gereizter Miene die Treppe wieder herab, als hätte er sich schon darauf gefreut, mich rausschmeißen zu dürfen. »Hier entlang, bitte«, sagte er. Ich folgte ihm die Treppe hinauf. Er öffnete eine Tür, und ich schob mich an ihm vorbei in den Raum, mit einem, wie ich hoffte, für ihn ärgerlichen Maß an Forschheit. Es war ein Wohnzimmer mit breiten Fenstern, die den nachmittäglichen Sonnenschein hereinließen. Der Raum war groß genug, um trotz einiger Sitzgruppen geräumig zu wirken. An der Rückwand stand ein großes Hackbrett, und eine Ecke des Raums wurde gänzlich von einer riesigen, modeganischen Harfe eingenommen. Denna stand mitten im Zimmer. Sie trug ein grünes Samtkleid. Ihr Haar war so frisiert, dass es ihren eleganten Hals, die tränenförmigen Smaragd-Ohrringe und die dazu passende Halskette bestens zur Geltung brachte. Sie sprach gerade mit einem jungen Mann, der ... Mir fällt nur das Wort hübsch ein, um ihn zu beschreiben. Er hatte ein schönes, glatt rasiertes Gesicht und große, dunkle Augen. Er wirkte wie ein junger Edelmann, den schon so lange das Glück im Stich gelassen hatte, dass es nicht mehr als vorübergehender Zustand gelten konnte. Seine Kleidung war teuer, aber zerknittert. Sein dunkles Haar war in einem Stil geschnitten, der offensichtlich verlangte, dass man es in Locken legte. Es schien aber in letzter Zeit nicht mehr frisiert worden zu sein. Denna streckte mir eine Hand entgegen. »Quoth«, sagte sie, »ich darf dir Joffrey vorstellen.« »Freut mich sehr, dich kennenzulernen, Quoth«, sagte er. »Dainail hat mir viel von dir erzählt. Du bist so eine Art, wie soll man sagen, Zauberer?« Sein Lächeln war freimütig und arglos. »Arkanist« ist das richtige Wort dafür, sagte ich so höflich ich nur konnte. »Bei Zauberer denken die Leute immer an allzu viel Blödsinn aus irgendwelchen Märchenbüchern. Dann erwarten sie von uns, dass wir dunkle Gewänder tragen und uns mit Vogeleingeweiden zu schaffen machen.« »Und du?« »Joffrey ist ein Dichter«, sagte Denna, »und zwar ein guter, auch wenn er das bestreiten würde.« »Das bestreite ich tatsächlich«, sagte er, und dann schwand sein Lächeln. »Ich muss jetzt los, ich bin mit Leuten verabredet, die man nicht warten lassen sollte.« Er küsste Denna auf die Wange, schüttelte mir herzlich die Hand und ging. Denna sah zu, wie er die Tür hinter sich schloss. »Er ist ein süßer Junge.« »Du sagst das, als würdest du es bedauern. Wenn er nicht ganz so süß wäre, wäre er vielleicht in der Lage, zwei Gedanken gleichzeitig im Kopf zu behalten. Sie würden sich vielleicht berühren. Und dabei würde ein Funke sprühen. Auch nur ein wenig Rauch wäre schön, denn dann würde es wenigstens so aussehen, als ob in seinem Kopf irgendetwas geschieht.« Sie seufzte. »Ist er wirklich so dumm?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, er ist nur vertrauensselig. Er hat keine einzige berechnende Faser im ganzen Leib und hat, seit er vor einem Monat hier angekommen ist, einen Fehler nach dem anderen gemacht.« Ich griff unter meinen Umhang und holte zwei kleine, in Stoff eingewickelte Päckchen hervor, ein blaues und ein weißes. »Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht.« Denner nahm die Päckchen und guckte ein wenig verwirrt. Was mir kurz zuvor noch als ausgezeichnete Idee erschienen war, kam mir nun reichlich töricht vor. »Das ist für deine Lunge«, sagte ich, plötzlich verlegen. »Ich weiß doch, dass du manchmal Schwierigkeiten damit hast.« Sie neigte den Kopf zur Seite. »Und woher weißt du das, bitteschön?« »Du hast es erwähnt, als wir in Treuben waren«, sagte ich. »Ich habe mich dazu mal schlau gemacht.« »Ich wies auf das eine Päckchen.« »Das kannst du als Tee aufbrühen.« »Federbiss, Taubnessel, Lohattem.« Ich deutete auf das andere. »Und diese Blätter übergießt man mit kochendem Wasser und inhaliert dann den Dampf.« Denner blickte zwischen den beiden Päckchen hin und her. »Ich habe die Gebrauchsanweisung auf kleine Zettel geschrieben und da reingesteckt.« sagte ich. »Das Blaue ist zum Inhalieren«, sagte ich. »Blau für blaues Wasser.« Sie sah mich an. »Macht man Tee nicht auch mit Wasser?« Ich zuckte zusammen, wurde rot und wollte etwas sagen, aber Denner lachte und schüttelte den Kopf. »Ich zieh dich doch nur auf«, sagte sie. »Vielen Dank.« »Das ist das Liebste, was jemand seit langer Zeit für mich getan hat.« Sie ging zu einer Kommode und verstaute die beiden Päckchen in einer reich verzierten Holzschatulle. »Du scheinst dich ja hier ganz gut zu stehen«, sagte ich und wies auf das bestens ausgestattete Zimmer. Denner zuckte die Achseln und sah sich mit gleichgültiger Miene um. »Kellen steht sich gut«, sagte sie. »Auf mich fällt nur ein Abglanz davon.« Ich nickte. »Und ich dachte, du hättest vielleicht endlich einen Schirmherrn gefunden.« »Nein, so formell ist es nicht. Kellen und ich gehen ein Stück des Wegs zusammen, wie man in Modek sagt, und er bringt mir ein bisschen das Haarverspiel bei.« Sie nickte in Richtung des in der Ecke stehenden Instruments. »Magst du mir zeigen, was du schon gelernt hast?« Denner schüttelte verlegen den Kopf und dabei glitt ihr das Haar über die Schultern. »Ich bin noch nicht besonders gut.« »Ich würde meinen natürlichen Drang zu zischen und zu buhen nach Kräften unterdrücken«, erwiderte ich, Denner lachte. »Also gut. Aber nur ganz kurz.« Sie trat hinter die Harfe und zog einen Hocker zum Anlehnen herbei. Dann legte sie die Finger auf die Seiten, hielt einen Moment lang inne und begann zu spielen. Die Melodie war eine Variante von Leithammel. Ich musste lächeln. Sie spielte langsam, fast getragen. Viel zu viele Leute meinen, einen guten Musiker könnte man an der Schnelligkeit seines Vortrags erkennen. Es ist nachvollziehbar, woher diese Auffassung stammt. Was Marie im Aeolien getan hatte, war umwerfend gewesen. Doch wie schnell man Töne hervorbringen kann, ist nur ein kleiner Aspekt beim Musizieren. Das Entscheidende dabei ist das Gefühl für das Tempo. Das ist wie beim Witze erzählen. An den Wortlaut eines Witzes kann sich jeder erinnern, und jeder kann ihn wiederholen. Doch jemand zum Lachen zu bringen, erfordert mehr als das. Wenn man einen Witz schneller erzählt, wird er nicht lustiger. Wie bei vielen Dingen ist es besser, sich Zeit zu lassen, als zu übereilen. Das ist der Grund, weshalb es nur so wenige wahre Musiker gibt. Gut singen oder Geige spielen können viele, und auch eine Spieluhr spult ein Lied immer wieder fehlerlos ab. Doch es genügt nicht, die Töne zu kennen. Man muss auch wissen, wie man sie zu spielen hat. Schnelligkeit kommt mit der Zeit und mit der Übung. Mit dem Gefühl für das Tempo aber muss man geboren sein. Das hat man entweder, oder man hat es nicht. Denna hatte es. Sie spielte langsam, aber sie schleppte sich nicht dahin. Sie spielte das Lied so langsam, als wäre es ein köstlicher Kuss. Nicht, dass ich zu jener Zeit in meinem Leben irgendetwas vom Küssen verstanden hätte. Doch als sie da so stand, die Arme um die Harfe geschlungen, die Augen vor Konzentration halb geschlossen, die Lippen leicht geschürzt, wusste ich, dass ich eines Tages so geküsst werden wollte, wie sie dieses Lied spielte. Außerdem war sie schön. Es überrascht wahrscheinlich nicht, dass ich ein besonderes Fäbel für Frauen habe, denen die Musik im Blut liegt. Doch als sie dort Harfe spielte, sah ich sie an diesem Tag zum ersten Mal richtig an. Bis dahin war ich von ihrer Frisur und ihrem Kleid abgelenkt gewesen. Doch als sie spielte, trat all das in den Hintergrund. Aber ich gerate ins Schwafeln. Sagen wir einfach nur, dass ich beeindruckt war, obwohl sie offenkundig noch ganz am Anfang stand. Sie griff ein paar Mal daneben, ließ sich davon aber nicht beirren. Wie man so sagt, der Juwelier erkennt den Ruhm. Über Eichhorn im Stroh bist du aber schon weit hinaus, sagte ich leise, nachdem sie zu Ende gespielt hatte. Sie tat dieses Kompliment mit einem Achselzucken ab und wich meinem Blick aus. Außer üben habe ich ja auch nicht viel zu tun, sagte sie. Kellen meint übrigens auch, ich sei begabt. Wie lange übst du denn schon? fragte ich. Drei Spannen. Sie blickte nachdenklich und nickte dann. Ja, nicht ganz drei Spannen. Mutter Gottes, sagte ich und schüttelte den Kopf. Erzähl bloß keinem, wie schnell du das gelernt hast. Andere Musiker würden dich dafür hassen. Meine Finger sind noch nicht daran gewöhnt, sagte sie und sah auf sie hinab. Ich kann noch längst nicht so lange üben, wie ich gerne würde. Ich nahm ihre Hand und sah mir ihre Fingerspitzen an. Ich sah verheilende Blasen. Du hast... Ich hob den Blick und bemerkte, wie nah sie mir stand. Ihre Hand lag kühl in meiner. Sie sah mich aus ihren großen, dunklen Augen an, eine Augenbraue neugierig erhoben. Mit einem Mal hatte ich ein sehr seltsames Gefühl im Bauch. Was habe ich? Fragte sie. Mir wurde klar, dass ich nicht mehr wusste, was ich gerade sagen wollte. Ich überlegte zu sagen, ich weiß nicht mehr, was ich gerade sagen wollte, doch das hätte dumm geklungen. Also sagte ich gar nichts. Der Narr senkte den Blick, nahm meine Hand und drehte sie um. Deine Hände sind weich, sagte sie und berührte meine Fingerspitzen. Ich dachte, die Schwielen wären hart, aber das sind sie gar nicht. Sie sind weich. Als sie mir nun nicht mehr in die Augen sah, kehrte meine Geistesgegenwart wenigstens teilweise zurück. Das kommt mit der Zeit, sagte ich. Der Narr sah wieder hoch und lächelte mich scheu an. Mein Hirn war mit einem Schlag so leer wie ein weißes Blatt Papier. Dann ließ sie meine Hand los und ging an mir vorbei in die Mitte des Zimmers. Darf ich dir etwas zu trinken anbieten? fragte sie und ließ sich anmutig auf einem Sessel nieder. Ja, gern, sagte ich reflexartig. Ich bemerkte, dass meine Hand törichterweise immer noch mitten in der Luft hing und ließ sie sinken. Sie lud mich mit einer Handbewegung ein, auf einem Sessel ihr gegenüber Platz zu nehmen. Und das tat ich. Pass auf. Sie nahm ein silbernes Glöckchen von einem Tisch und klingelte damit. Dann hob sie eine Hand, alle fünf Finger ausgestreckt. Sie zog den Daumen ein, dann den Zeigefinger und zählte so weiter rückwärts. Bevor sie beim kleinen Finger angelangt war, klopfte es an der Tür. Herein, rief Denner, und der fein gekleidete Portier öffnete die Tür. Ich hätte gern eine Trinkschokolade, sagte sie. Und Quoth? Sie sah mich fragend an. Trinkschokolade klingt wunderbar, sagte ich. Der Portier nickte und schloss die Tür wieder hinter sich. Manchmal mache ich das nur, damit er angelaufen kommt. Gestand Denner leicht verlegen und betrachtete das Glöckchen. Ich verstehe nicht, wie er das hören kann. Eine Zeit lang war ich überzeugt, er stünde immer auf dem Flur mit dem Ohr an meiner Tür. Darf ich mal sehen? Sie gab mir das Glöckchen. Es wirkte auf den ersten Blick ganz normal. Doch als ich es umdrehte, entdeckte ich auf der Innenseite winzige Sugaldrie. Magie. Nein, er lauscht nicht, sagte ich und gab ihr das Glöckchen zurück. Er hat unten eine zweite Klingel, die losgeht, wenn du die hier betätigst. Wie das? Fragte sie und beantwortete es dann selbst. Magie? Man könnte es so nennen. Sind das die Dinge, die du da drüben treibst? Fragte sie und nickte in die Richtung des Flusses und der Universität. Das kommt mir aber ein bisschen billig vor. Das ist die unseriöseste Anwendung der Sugaldrie, die mir je untergekommen ist, sagte ich. Denner lachte. Das klingt ja richtig gekränkt, sagte sie. Und dann... Sugaldrie heißt das? Sugaldrie ist die Kunst, Runen so zu schreiben oder zu gravieren, dass sie bestimmte Dinge bewirken. Denners Augen leuchteten auf. Das ist also eine Form der Magie, bei der man etwas aufschreibt? Fragte sie und beugte sich auf ihrem Sessel vor. Wie funktioniert das? Ich zögerte. Nicht nur, weil das eine sehr große Frage war, sondern auch, weil die Universität sehr strikte Regeln hat, was die Weitergabe von Geheimnissen des Arcanums angeht. Na, das ist ziemlich kompliziert, sagte ich. Zum Glück klopfte es in diesem Augenblick an der Tür und unsere Getränke kamen. Beim Duft der Schokolade lief mir das Wasser im Munde zusammen. Der Portier stellte das Tablett mit den beiden Tassen auf einem Tisch ab und ging wortlos wieder hinaus. Ich trank einen kleinen Schluck und lächelte auf der cremigen Süße. Es ist Jahre her, dass ich das letzte Mal Schokolade getrunken habe, sagte ich. Denner hob ihre Tasse und sah sich im Zimmer um. Eine seltsame Vorstellung, dass manche Leute ihr ganzes Leben in solcher Umgebung verbringen, sagte sie. Gefällt es dir nicht? fragte ich erstaunt. Mir gefällt die Schokolade und die Harfe, sagte sie. Aber auf diese Klingel und dieses Wohnzimmer könnte ich gut verzichten. Und ich hasse den Gedanken, dass jemand den Auftrag hat, auf mich aufzupassen, als wäre ich ein Schatz, den jemand versuchen könnte, zu stehlen. Du willst also nicht wie ein Schatz behandelt werden? Sie kniff über den Rand der Tasse hinweg die Augen ein wenig zusammen, als wüsste sie nicht, wie ernst ich das meinte. Ich mag es nicht, hinter Schloss und Riegel verwahrt zu werden. Er läuterte sie in leicht grimmigem Ton. Ich habe nichts dagegen, wenn man mir Gemächer zur Verfügung stellt. Aber wenn ich nicht nach Belieben kommen und gehen kann, sind das ja eigentlich gar nicht meine Gemächer. Ich hob eine Augenbraue. Doch bevor ich etwas darauf sagen konnte, tat sie das alles mit einer Handbewegung ab. So ist es ja gar nicht, sagte sie seufzend. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Kellen über mein Kommen und Gehen auf dem Laufenden gehalten wird. Und ich weiß, dass der Portier ihm verrät, wer mich besuchen kommt. Es geht mir nur ein bisschen gegen den Strich. Weite nichts. Sie lächelte schief. Das klingt wahrscheinlich schrecklich undankbar, nicht wahr? Ganz und gar nicht, sagte ich. Als ich ein kleiner Junge war, ist meine Truppe überall umhergereist. Aber jedes Jahr verbrachten wir ein paar Spannen auf dem Gut unseres Schirmherrn und traten vor seiner Familie und seinen Gästen auf. Ich schüttelte angesichts dieser Erinnerung in den Kopf. Baron Grafellow war ein überaus großzügiger Gastgeber. Wir aßen an seiner Tafel. Er machte uns Geschenke. Dabei musste ich an das ganze Regiment Zinnsoldaten denken, das er mir einmal geschenkt hatte. Ich schüttelte den Kopf, um mich von diesen Gedanken zu befreien. Aber mein Vater hat es gehasst. Er ist die Wände hochgegangen. Er konnte das Gefühl nicht ertragen, jemandem auf Abruf zur Verfügung stehen zu müssen. »Ja«, sagte Denner, »genau das ist es. Wenn Kellyn sagt, dass er mich an dem und dem Abend eventuell besuchen kommt, komme ich mir vor, als wäre ich mit den Füßen am Boden festgenagelt. Wenn ich trotzdem ausgehe, ist das unhöflich und widerspenstig von mir. Bleibe ich aber da, komme ich mir vor wie ein Hund, der brav vor der Tür wartet.« Wir schwiegen einen Moment lang. Denner drehte gedankenverloren einen Ring an ihrem Finger hin und her, und der Sonnenschein fing sich in dem hellblauen Stein. »Aber trotzdem«, sagte ich und sah mich um, »sind das schöne Gemächer.« Etliche Stunden später stieg ich hinter einer Metzgerei eine schmale Treppe empor. Aus der Gasse drunten stank es nach ranzigem Fett, und doch lächelte ich. Ein ganzer Nachmittag allein mit Denner war ein seltenes Vergnügen, und für jemanden, der drauf und dran war, sich auf Geschäfte mit einer Dämonin einzulassen, schritt ich erstaunlich leichtfüßig einher. Ich klopfte an die schwere Holztür am oberen Treppenabsatz und wartete. Kein Geldverleiher der Gilde hätte mir auch nur einen müden Penny anvertraut. Aber es gibt ja immer noch andere Leute, die willens sind, Geld zu verleihen. Man nennt sie Gählitz. Es sind gefährliche Menschen, und wer klug ist, macht einen großen Bogen um sie. Die Tür öffnete sich erst einen Spalt breit und dann zur Gänze, und vor mir stand eine junge Frau mit koboldhaftem Gesicht und rotblondem Haar. »Crowth«, rief Davy aus, »ich hatte schon befürchtet, dass ich dich dieses Trimester gar nicht zu Gesicht bekomme.« Ich trat ein, und Davy verriegelte die Tür hinter mir. In dem großen, fensterlosen Raum duftete es nach Zinnasfrucht und Honig, was nach dem Gestank auf der Gasse eine willkommene Abwechslung war. Eine Seite des Raums wurde von einem großen Himmelbett beherrscht, dessen dunkle Vorhänge zugezogen waren. Auf der anderen Seite befand sich ein Kamin, ein großer Schreibtisch und ein zu drei Vierteln gefülltes Bücherregal. Ich schlenderte hinüber, um einen Blick auf die Titel zu werfen. »Hast du diese Malkaf-Ausgabe neu?« fragte ich. »Ja«, sagte sie und gesellte sich zu mir. »Ein junger Alchemist, der seine Schulden nicht begleichen konnte, hat mich dafür einiges aus seiner Bibliothek aussuchen lassen.« Davy zog den Band vorsichtig hervor und zeigte mir den vorderen Einbanddeckel, auf dem mit Blattgold der Titel aufgeprägt war. »Vision und Revision«. Sie sah mich mit verschmitztem Lächeln an. »Hast du das schon gelesen?« »Nein«, sagte ich. »Ich hatte es für die Zulassungsprüfung durcharbeiten wollen, hatte im Bibliotheksmagazin aber kein Exemplar davon gefunden. Ich habe nur davon gehört.« Davy sah mich einen Moment lang nachdenklich an und drückte mir das Buch dann in die Hände. »Wenn du es durch hast, kommst du wieder und wir sprechen darüber. Mir mangelt es in letzter Zeit leider sehr an interessanten Gesprächspartnern. Wenn sich eine gute Diskussion darüber ergibt, gleicht dir vielleicht wieder öfter mal was.« Als sich das Buch in Händen hielt, tippte sie vorsichtig mit einem Finger auf den Einband. »Dieses Buch ist mehr wert als du«, sagte sie ganz und gar nicht neckisch. »Wenn du es beschädigt wiederbringst, musst du dafür gerade stehen.« »Ich passe gut darauf auf«, sagte ich. Davy nickte und ging an ihren Schreibtisch. »Also dann zum Geschäftlichen«, sie nahm Platz. »Du kommst aber auf den letzten Drücker, nicht wahr?«, fragte sie. »Die Studiengebühren müssen doch bis morgen Mittag bezahlt sein.« »Ich führe ein gefährliches und aufregendes Leben«, sagte ich und nahm vor ihrem Schreibtisch Platz. »Und so sehr ich mich auch immer freue, dich zu sehen, hatte ich doch gehofft, deine Dienste dieses Trimester nicht in Anspruch nehmen zu müssen.« »Wie schmecken dir denn die Studiengebühren jetzt, als Rela?«, fragte sie mit wissender Miene. »Wie hart haben sie dich herangenommen?« »Das ist eine ziemlich persönliche Frage«, sagte ich. Davy sah mich offenherzig an. »Und wir sind dabei, eine ziemlich persönliche Vereinbarung zu treffen«, erwiderte sie. »Von daher habe ich nicht das Gefühl, dass ich dir zu nahe trete.« »Neuneinhalb«, antwortete ich. Sie schnaubte. »Und ich dachte, du wärst so ein kleines Genie. Von mir haben sie nie mehr als sieben verlangt, als ich noch Rela war. »Du hattest auch Zugang zur Bibliothek«, bemerkte ich. »Mir standen ganze Wissensschätze offen«, erwiderte sie sachlich. »Und außerdem bin ich zuckersüß.« Sie lächelte, was die Grübchen in ihren Wangen zur Geltung brachte. »Absolut hinreißend«, gestand ich. »Kein Mann könnte dir widerstehen. Und auch manche Frau hätte da Schwierigkeiten«, sagte sie. Ihr Lächeln, das eben noch verschmitzt gewesen war, war nun eindeutig lüstern. Da ich nicht die leiseste Ahnung hatte, wie ich darauf reagieren sollte, leitete ich das Gespräch in sichereres Fahrwasser. »Ich fürchte, ich muss mir vier Talente leihen«, sagte ich. »Ah«, sagte Davy und faltete mit einem Mal ganz geschäftsmäßig die Hände auf dem Tisch. »Und ich fürchte, ich habe kürzlich einige Änderungen an meinen Geschäftsbedingungen vorgenommen«, sagte sie. »Gegenwärtig vergebe ich nur Darlehen ab einem Mindestbetrag von sechs Talenten.« Ich versuchte gar nicht erst, meine Bestürzung zu verbergen. »Sechs Talente? Davy, diese zusätzlichen Schulden werden mir wie ein Mühlstein am Halse hängen.« Sie gab einen Seufzer von sich, der wenigstens ansatzweise bedauernd klang. »Wenn ich ein Darlehen vergebe, gehe ich damit gewisse Risiken ein. Ich riskiere, die investierte Summe zu verlieren, wenn mein Schuldner stirbt oder sich aus dem Staub zu machen versucht. Ich riskiere, dass man versucht, mich anzuzeigen. Ich riskiere, nach dem eisernen Gesetz oder schlimmer noch von der Gilde der Geldverleiher vor Gericht gestellt zu werden.« »Aber du weißt doch, dass ich sowas nie machen würde, Davy.« »Dennoch bleibt die Tatsache bestehen«, fuhr sie fort, »dass ich das gleiche Risiko eingehe, ganz egal, ob der Darlehensbetrag nun groß oder klein ist. Und wieso sollte ich mir das für ein kleines Darlehen antun?« »Klein«, entgegnete ich, »von vier Talenten könnte ich ein ganzes Jahr lang leben.« Sie pochte mit einem Finger auf den Tisch und verzog den Mund. »Sicherheiten?« »Hm, das Übliche«, sagte ich und schenkte ihr mein schönstes Lächeln, mein unermesslicher Charme. Davy schnaubte undamenhaft. »Für unermesslichen Charme und drei Tropfen Blut kann ich dir sechs Talente leihen. Zu den üblichen Konditionen. Fünfzig Prozent Zinsen bei einer Laufzeit von zwei Monaten.« »Devi«, sagte ich in einschmeichelndem Ton, »was soll ich denn mit dem zusätzlichen Geld anfangen?« »Gib ein Fest«, schlug sie vor, »oder verbring einen ganzen Tag im Puff, oder setz es beim Faro.« »Faro«, sagte ich, »ist nichts weiter als eine Steuer für Leute, die keine Wahrscheinlichkeiten berechnen können.« »Dann sei die Bank und kassiere du die Steuern«, sagte sie, »kauf dir was Schönes zum Anziehen und trage es, wenn du mich das nächste Mal besuchen kommst.« Sie musterte mich. »Vielleicht bin ich dann bereit, dir eine Extrawurst zu braten.« »Wie wär's mit sechs Talenten für einen Monat zu fünfundzwanzig Prozent?«, fragte ich. Davy schüttelte den Kopf. »Quoth, ich respektiere den Impuls zu falschen. Aber du hast mir einfach nichts anzubieten. Du bist hier, weil du in der Klemme steckst. Ich bin hier, um aus dieser Situation Kapital zu schlagen.« Sie breitete in einer Geste der Hilflosigkeit die Hände. »Damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Dass du ein hübsches Gesicht hast, spielt dabei keine Rolle. Umgekehrt, wenn du von irgendeinem Geldverleiher der Gilde mehr bekommen würdest als nur einen feuchten Händedruck, würde ich nicht von dir erwarten, dass du zu mir kommst, einfach nur, weil ich so hübsch bin und dir die Farbe meines Haars so gut gefällt.« »Es ist eine wunderschöne Farbe«, sagte ich. »Wir Rotschöpfe sollten zusammenhalten.« »Ja, das sollten wir«, erwiderte sie. »Und zwar zu fünfzig Prozent Zinsen über zwei Monate Laufzeit.« »Also gut«, sagte ich. Davy ließ ein liebreizendes Lächeln aufscheinen, das wieder ihre Grübchen zur Geltung brachte. »Gewinnen könnte ich nur, wenn wir vorher überhaupt gespielt hätten.« Sie öffnete eine Schreibtischschublade und holte ein kleines Fläschchen und eine lange Nadel daraus hervor. Doch statt sie mir über den Tisch zu schieben, hielt sie mit einem Mal nachdenklich inne. »Mir fällt dann noch eine andere Möglichkeit ein.« »Ich bin ein großer Freund anderer Möglichkeiten«, sagte ich. »Als wir das letzte Mal miteinander sprachen«, sagte Davy, »Hast du angedeutet, dass du möglicherweise einen geheimen Zugang zur Bibliothek kennst?« Ich zögerte. »Ja, das habe ich angedeutet.« »Diese Information wäre mir einiges wert«, sagte sie betont beiläufig. Obwohl sie sich Mühe gab, es zu verbergen, sah ich die nackte Gier in ihren Augen. Ich blickte auf meine Hände hinab und erwiderte nichts darauf. »Ich würde dir jetzt auf der Stelle zehn Talente dafür zahlen«, sagte Davy. »Nicht als Darlehen. Ich würde diese Information von dir erwerben. Und falls sie mich im Magazin ertappen würden, hätte ich sie keinesfalls von dir.« Ich dachte daran, was ich mit zehn Talenten alles machen konnte. Neue Kleider, ein neuer Lautenkasten, Papier, Handschuhe für den nahen Winter. Ich seufzte und schüttelte den Kopf. »Zwanzig Talente«, sagte Davy, »und den Zinssatz der Gilde für sämtliche künftige Darlehen.« »Mit zwanzig Talenten hätte ich mir ein halbes Jahr lang keine Sorgen mehr in puncto Studiengebühren machen müssen. Ich hätte im Handwerkszentrum meine eigenen Projekte verfolgen können, statt mich mit Decksleuchten abzuplagen. Ich hätte mir maßgeschneiderte Kleidung leisten können, frisches Obst. Ich hätte meine Sachen in die Wäscherei geben können, statt mich selbst damit abzumühen.« Ich atmete zögernd ein. »Ich...« »Vierzig Talente«, sagte Davy gierig. »Und gilden Konditionen. Und ich gehe mit dir ins Bett.« Für vierzig Talente hätte ich Denner eine eigene kleine Harfe kaufen können. Ich hätte...« Ich hob den Blick. Davy starrte mich über den Tisch hinweg an. Ihre Lippen waren feucht, ihre hellblauen Augen blickten gespannt. Sie bewegte ganz langsam die Schultern hin und her, wie eine sprungbereite Katze. Ich dachte an Auri, sicher und glücklich in ihrem Unterding. Was würde sie tun, wenn eine Fremde in ihr kleines Königreich eindrang? »Es tut mir leid«, sagte ich. »Aber das geht nicht. Da reinzukommen ist... schwierig. Daran ist auch noch eine Freundin beteiligt, und ich glaube nicht, dass sie damit einverstanden wäre.« Den anderen Teil ihres Angebots beschloss ich zu ignorieren, da ich nicht die leiseste Ahnung hatte, was ich dazu sagen sollte. Es folgte ein langer Moment der Anspannung. »Verdammt«, sagte Davy schließlich. »Das hört sich an, als würdest du die Wahrheit sagen.« »Ja, so ist es«, sagte ich. »Tut mir leid.« »Verdammt!« Sie sah mich finster an und schob mir nun doch das Fläschchen und die Nadel über den Tisch. Ich piekste mir mit der Nadel in den Handrücken und sah zu, wie das Blut hervorquoll, an meiner Hand hinabran und in das Fläschchen tropfte. Nach drei Tropfen stellte ich die Nadel in das Fläschchen. Davy benetzte den Stöpsel mit Klebstoff und drückte ihn wütend drauf. Dann nahm sie einen Griffel mit Diamantnadel zur Hand. »Vertraust du mir?«, fragte sie und ritzte eine Nummer in das Glas. »Oder willst du, dass es versiegelt wird?« »Ich vertraue dir«, sagte ich. »Und ich will, dass es versiegelt wird.« Sie ließ etwas Siegelwachs schmelzen und auf den Verschluss des Fläschchens rinnen. Ich drückte mein Abzeichen aus dem Aeolien hinein und hinterließ einen gut sichtbaren Abdruck. Dann holte Davy aus einer anderen Schreibtischschublade sechs Talente hervor und ließ sie auf den Tisch klimpern. Die Bewegung hätte einfach nur gespielt trotzig wirken können, hätten ihre Augen nicht so wütend geblickt. »Ich komme da rein. So oder so«, sagte sie und ihre Stimme klang kalt. »Sprich mal mit deiner Freundin.« Refugium Ich kehrte guter Laune zur Universität zurück, trotz der Bürde meiner neuen Schulden. Ich machte ein paar Einkäufe, schnappte mir meine Laute und stieg auf die Dächer hinauf. Im Innern glich das Hauptgebäude einem Labyrinth aus absurd verschlungenen Fluren und nirgendwo hinführenden Treppen. Sich über die zusammengestückelten Dächer zu bewegen, war jedoch kinderleicht. Ich ging zu dem kleinen Hof, den man im Laufe der Erweiterungen irgendwann von jedem Zugang abgeschlossen hatte und der daher nun eine gewisse Ähnlichkeit mit einer in Bernstein eingeschlossenen Fliege besaß. Auri erwartete mich nicht, aber dies war der Ort, an dem ich ihr zum ersten Mal begegnet war. Und in klaren Nächten kam sie manchmal hier herauf, um den Sternenhimmel zu betrachten. Ich sah nach, dass in den Seminarräumen, deren Fenster auf den Hof gingen, kein Licht mehr brannte und sich dort auch niemand mehr aufhielt, und dann packte ich meine Laute aus und begann sie zu stimmen. Ich hatte schon fast eine Stunde lang gespielt, als ich drunten in dem zugewucherten Hof etwas rascheln hörte. Dann tauchte Auri auf. Er klomm in Windeseile den Apfelbaum und stieg zu mir aufs Dach. Sie kam herbeigelaufen. »Ich habe dich gehört«, sagte sie. »Bis in die Hopse habe ich dich gehört.« »Mir war so«, sagte ich, »als wollte ich heute für irgendjemanden Musik spielen.« »Für mich«, sie drückte sich beide Hände vor die Brust und lächelte. Dabei hüpfte sie tänzelnd vor Ungeduld von einem Fuß auf den anderen. »Spiel für mich! Ich war so geduldig wie zwei Steine zusammen. Du kommst gerade recht. So geduldig wie drei Steine, das hätte ich nicht geschafft.« »Na ja«, sagte ich zögernd, »ich denke mal, es hängt davon ab, was du mir mitgebracht hast.« Sie lachte und stellte sich auf die Fußballen, die Hände immer noch vor dem Herzen. »Was hast du mir denn mitgebracht?« Ich kniete mich hin und schnürte mein Bündel auf. »Ich habe dir drei Dinge mitgebracht«, sagte ich. »Wie traditionsbewusst«, sagte sie und grinste. »Du bist ja heute Abend ein richtiger kleiner Gentleman.« »Ja, das bin ich.« Ich hielt eine dunkle Flasche empor. Sie nahm sie mit beiden Händen entgegen. »Wer hat das gemacht?« »Bienen«, sagte ich. »Und eine Brauerei in Breeden.« Auri lächelte. »Drei B also«, sagte sie und stellte die Flasche zu ihren Füßen ab. Als nächstes holte ich einen ofenfrischen, runden Leib Gerstenbrot hervor. Auri berührte ihn mit einer Fingerspitze und nickte anerkennend. Als letztes kam ein ganzer Räucherlachs zum Vorschein. Der hatte mich vier Deut gekostet, aber ich machte mir Sorgen, dass Auri bei dem, was sie in meiner Abwesenheit irgendwo abstaubte, nicht genug Fleisch zu essen bekam. Es würde ihr guttun. Sie sah sich den Lachs neugierig an und neigte den Kopf, um in sein glotzendes Auge zu blicken. »Hallo, Fisch«, sagte sie. Dann sah sie wieder zu mir hoch. »Hat er ein Geheimnis?« Ich nickte. »Er hat statt einem Herz eine Harfe.« »Kein Wunder, dass er so erstaunt guckt.« Auri nahm mir den Fisch aus den Händen und legte ihn vorsichtig aufs Dach. »Steh jetzt auf. Ich habe auch drei Dinge für dich, wie sich das gehört.« Ich erhob mich und sie hielt mir etwas entgegen, das in ein Stück Stoff eingewickelt war. Es war eine dicke Kerze, die nach Lavendel roch. »Was ist da drin?« fragte ich. »Schöne Träume«, antwortete sie. »Die habe ich extra für dich da reingetan.« Ich drehte die Kerze hin und her, und mir kam ein Verdacht. »Hast du die etwa selbst gemacht?« Sie nickte und lächelte begeistert. »Ja, hab ich. Ich bin nämlich unglaublich geschickt.« Ich steckte die Kerze vorsichtig in eine Tasche meines Umhangs. »Vielen Dank, Auri.« Sie wurde wieder ernst. »Und jetzt mach die Augen zu und bück dich, damit ich dir dein zweites Geschenk geben kann.« Verblüfft schloss ich die Augen und beugte mich vor, fragte mich, ob sie mir auch einen Hut gebastelt hatte. Ich spürte ihre Hände auf meinen Wangen, und dann hauchte sie mir einen zarten Kuss mitten auf die Stirn. Erstaunt schlug ich die Augen auf, doch da war sie schon einige Schritte weit zurückgewichen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Auri trat wieder einen Schritt vor. »Du bist jemand ganz Besonderes für mich,« sagte sie in ernstem Ton und mit ernstem Gesichtsausdruck. »Und du sollst wissen, dass ich mich immer um dich kümmern werde.« Sie streckte vorsichtig eine Hand aus und strich mir über die Wange. »Das ist dein drittes Geschenk. Wenn es dir mal schlecht geht, kannst du immer zu mir ins Unterding kommen und da bleiben. Es ist schön da. Und da bist du in Sicherheit.« »Danke, Auri«, sagte ich, sobald ich wieder ein Wort herausbekam. »Du bist auch jemand ganz Besonderes für mich.« »Natürlich bin ich das,« sagte sie ganz sachlich. »Ich bin so schön wie der Mond.« Ich sammelte mich wieder, und Auri hüpfte derweil zu einem Stück Metall, das aus einem Schornstein ragte, und nutzte es als Öffner für die Bierflasche. Dann kam sie wieder und hielt die Flasche vorsichtig in beiden Händen. »Auri«, sagte ich, »hast du gar keine kalten Füße?« Sie sah hinab. »Der Teer ist noch warm vom Sonnenschein,« sagte sie und bewegte die Zehen. »Hättest du nicht gern ein paar Schuhe?« »Was wäre da drin?«, fragte sie. »Deine Füße,« sagte ich. »Es wird bald Winter.« Sie zuckte die Achseln. »Dann wirst du kalte Füße haben.« »Im Winter komme ich nicht nach oben,« sagte sie. »Da ist es hier nicht.« Bevor ich etwas darauf erwidern konnte, trat Eludin hinter einem großen Schornstein hervor, so beiläufig, als würde er gerade einen Spaziergang unternehmen. Einen Moment lang starten wir drei einander an, jeder auf seine Weise verblüfft. Im Augenwinkel sah ich, dass Auri reglos verharrte, wie ein Reh, kurz davor Reiß auszunehmen. »Meister Eludin«, sagte ich freundlich, in der verzweifelten Hoffnung, dass er nichts unternehmen würde, was Auri in die Flucht schlagen könnte. Als sie das letzte Mal in ihr unterirdisches Versteck geflohen war, hatte es eine ganze Spanne gedauert, bis sie wieder zum Vorschein kam. »Wie schön, euch zu sehen.« »Hallo zusammen«, sagte Eludin und nahm meinen beiläufigen Tonfall auf, als wäre überhaupt nichts Ungewöhnliches drin. »Meister Eludin«, Auri stellte einen nackten Fuß hinter den anderen, ergriff den Saum ihres zerlumpten Kleids und machte einen Knicks. Eludin verharrte im Schatten des großen Schornsteins. Er antwortete mit einer eigentümlich formellen Verbeugung. Ich konnte sein Gesicht nicht genau erkennen, stellte mir aber vor, wie er das barfüßige, verwahrlost wirkende Mädchen mit der Haarwolke neugierig betrachtete. »Was treibt euch denn an diesem schönen Abend hier herauf?«, fragte er. Ich erstarrte. Auri Fragen zu stellen war gefährlich. Doch glücklicherweise schien es sie in diesem Fall nicht zu stören. »Quoth hat mir schöne Dinge mitgebracht«, sagte sie. »Er hat mir Bienenbier geschenkt und Brot und einen geräucherten Fisch, der eine Harfe hat, wo sein Herz sein sollte.« »Ah«, sagte Eludin und trat nun aus dem Schatten des Schornsteins hervor. Er tastete sein Gewand ab, bis er etwas in einer Tasche fand, und hielt es ihr hin. »Ich fürchte, ich habe dir nur eine Sinnersfrucht mitgebracht.« Auri wich einen kleinen Tanzschritt zurück und machte keine Anstalten, das Obst entgegenzunehmen. »Habt ihr Quoth auch etwas mitgebracht?« Das erwischte Eludin offenbar auf dem falschen Fuß. Er stand einen Moment lang unschlüssig da, einen Arm immer noch ausgestreckt. »Ich fürchte nein«, sagte er, »aber Quoth hat ja vermutlich auch nichts für mich mitgebracht.« Auri runzelte ein wenig die Stirn. »Quoth hat Musik mitgebracht«, sagte sie streng. »Und die Musik ist für alle da.« Eludin hielt erneut inne, und ich muss gestehen, dass ich es genoss zu sehen, wie er dieses eine Mal von jemand anderem in Verlegenheit gebracht wurde. Er wandte sich um und deutete in meine Richtung eine Verbeugung an. »Ich bitte vielmals um Entschuldigung«, sagte er. »Ich machte eine gnädige Geste. Nicht der Rede wert.« Eludin wandte sich wieder Auri zu und streckte erneut die Hand aus. Nun trat sie zwei kleine Schritte vor, zögerte und näherte sich ihm dann noch zwei kleine Schritte weit. Sie streckte langsam eine Hand aus, ergriff die kleine Frucht, huschte mehrere Schritte zurück und hielt sich dabei beide Hände vors Herz. »Vielen, vielen Dank«, sagte sie und machte erneut einen Knicks. »Jetzt dürft ihr euch zu uns gesellen, wenn ihr mögt. Und wenn ihr euch gut benehmt, dürft ihr anschließend bleiben und Quoth spielen hören.« Sie neigte den Kopf ein wenig und verwandelte es so in eine Frage. Eludin zögerte kurz und nickte dann. Auri huschte zur anderen Seite des Dachs und dann die kahlen Äste des Apfelbaums hinab in den Hof. Eludin sah ihr nach. Als er den Kopf bewegte, erhellte der Mondschein sein Gesicht so weit, dass ich seine nachdenkliche Mine erkennen konnte. Mit einem Mal schnürte mir eine große Besorgnis den Magen zusammen. »Meister Eludin?« Er sah sich zu mir um. »Hm?« »Ich wusste aus Erfahrung, dass Auri nur drei oder vier Minuten brauchen würde, bis sie mit dem, was sie nun aus dem Unterding hervorholte, wieder auf dem Dach auftauchen würde. Ich musste mich kurz fassen und mich beeilen. »Ich weiß, dass es seltsam wirkt«, sagte ich, »aber ihr müsst vorsichtig sein. Sie ist sehr ängstlich, versucht nicht, sie zu berühren, und macht bitte keine plötzlichen Bewegungen. Das würde sie verscheuchen.« Eludins Gesicht war nun wieder im Schatten verborgen. »Tatsächlich?« sagte er. »Auch keine lauten Geräusche, nicht einmal lautes Gelächter, und ihr dürft ihr keine Fragen stellen, die auch nur ansatzweise etwas Persönliches berühren, sonst rennt sie einfach weg.« Ich atmete tief durch. Mein Hirn raste. Ich bin ein redegewandter Mensch, und wenn ich genug Zeit habe, kann ich so ziemlich jeden von so ziemlich allem überzeugen. Eludin aber war einfach zu unberechenbar, als dass ich ihn hätte manipulieren können. »Ihr dürft auch niemandem erzählen, dass sie hier ist.« Es klang eindringlicher als beabsichtigt, und augenblicklich bereute ich meine Wortwahl. Es stand mir nicht zu, einem Meister Anweisungen zu geben, selbst wenn dieser Meister mehr als nur halb wahnsinnig war. »Ich meine damit«, fügte ich schnell hinzu, »dass ihr mir einen großen Gefallen tun würdet, wenn ihr sie niemandem gegenüber erwähnt.« Eludin sah mich forschend an. »Und wieso das?« Bei seinem kühlbelustigten Tonfall brach mir der Schweiß aus. »Sie würden sie nur ins Refugium stecken«, sagte ich, »und ihr wisst doch selber am besten, was...« Ich verstummte mit trockener Kehle. Eludin starrte mich an, sein Gesicht kaum mehr als ein Schatten, aber ich spürte seinen finsteren Blick. »Was soll das heißen, Rela Quoth? Gehst du etwa davon aus, du wüsstest, wie ich zum Refugium stehe?« Mein kunstvoll komponierter Appell fiel mir als Scherbenhaufen vor die Füße. Mit einem Mal kam ich mir vor, als wäre ich wieder auf den Straßen von Tarbin unterwegs, mein Magen vor Hunger zusammengekrampft, meine Brust von verzweifelter Hoffnungslosigkeit erfüllt, während ich Seeleute und Händler an den Ärmeln zupfte und sie um Pennies, Halbpennies, Schärflein anbettelte. »Bitte«, sagte ich, »bitte, Meister Eludin, wenn man Jagd auf sie macht, wird sie sich verstecken, und ich werde nicht in der Lage sein, sie zu finden. Sie ist zwar nicht ganz richtig im Kopf, aber sie ist glücklich hier, und ich kann mich um sie kümmern, nicht ständig, aber doch ein bisschen. Wenn man sie einfangen würde, würde das alles nur noch schlimmer machen. Das Refugium wäre ihr sicherer Tod, bitte, Meister Eludin. Ich mache alles, was ihr verlangt, nur bitte sagt niemandem etwas davon.« »Psch, sch«, erwiderte Eludin. »Sie kommt.« Er ergriff meine Schulter, und da erhellte der Mondschein sein Gesicht, und er blickte ganz und gar nicht böse oder streng, sondern nur verwirrt und besorgt. »Gütiger Himmel, du zitterst ja. Atme tief durch und setz dein Bühnengesicht auf. Du machst dir ja Angst, wenn sie dich so sieht.« Ich atmete tief durch und versuchte krampfhaft, mich zu entspannen. Eludins besorgter Ausdruck schwand, und er ließ meine Schulter los und trat wieder einen Schritt zurück. Auri kam mit vollen Armen über das Dach zu uns gehuscht. Sie blieb in einiger Entfernung stehen, beäugte uns beide und legte dann auch die restliche Strecke zurück, die Schritte so sorgfältig setzend wie eine Tänzerin. Dann ließ sie sich im Schneidersitz auf dem Dach nieder. Eludin und ich nahmen ebenfalls Platz, wenn auch längst nicht so anmutig. Auri entfaltete ein Tuch, breitete es zwischen uns aus und stellte einen großen Holzteller in die Mitte. Dann holte sie die Sinasfrucht hervor und roch daran. »Was ist da drin?«, fragte sie Eludin. »Sonnenschein«, sagte er leicht hin, als hätte er diese Frage erwartet. Genauer gesagt, frühmorgendlicher Sonnenschein. Die beiden kannten sich. »Natürlich. Deshalb war sie nicht weggelaufen, als er aufgetaucht war. Ich spürte, wie sich meine Anspannung ein wenig löste. Auri roch noch einmal an der Frucht und blickte einen Moment lang nachdenklich. »Sie ist schön«, sagte sie, »aber Quoth's Sachen sind schöner.« »Das leuchtet ein«, sagte Eludin. »Quoth ist schön.« Auri kredenzte uns ein Nachtmahl, brach das Brot und teilte den Fisch unter uns auf. Sie holte auch ein Tongefäß mit eingelegten Oliven hervor. Ich war froh zu sehen, dass sie offenbar auch ohne mich für sich sorgen konnte. Auri schenkte mir Bier in meine vertraute Teetasse aus Porzellan. Eludin bekam ein Gefäß, das nach einem Marmeladenglas aussah. Sie goss ihm etwas bei der ersten Runde ein, nicht aber bei der zweiten. Ich fragte mich, ob sie damit Missfallen zum Ausdruck bringen wollte. Wir aßen ohne etwas zu sagen. Auri nahm winzige Bissen und saß kerzengerade. Eludin guckte immer wieder kurz zu mir herüber, als wüsste er nicht recht, wie er sich verhalten sollte. Ich schloss daraus, dass er bisher noch nicht mit ihr gegessen hatte. Als wir alles andere verspeist hatten, holte Auri ein Messerchen hervor und schnitt die Sinnersfrucht in drei Teile. Sobald sie die Schale der Frucht aufschnitt, roch ich den süßen, markanten Duft und mir lief das Wasser im Munde zusammen. Sinnersfrüchte kamen von weit her und waren viel zu teuer für Leute wie mich. Sie hielt mir mein Stück hin und ich nahm es. Herzlichen Dank, Auri. Herzlich gern, Quoth. Eludin sah zwischen uns beiden hin und her. Auri? Ich wartete darauf, dass er die Frage zu Ende formulierte. Auri verstand schneller als ich, was er damit meinte. »Das ist mein Name«, sagte sie und lächelte stolz. »Tatsächlich?« erwiderte Eludin neugierig. Auri nickte. »Den habe ich von Quoth bekommen.« Sie strahlte zu mir herüber. »Ist er nicht wunderbar?« Eludin nickte. »Ein sehr schöner Name«, sagte er. »Und er passt perfekt zu dir.« »Ja, das tut er«, sagte sie. »Es ist, als hätte ich eine Blume im Herzen.« Mit ernstem Blick sah sie Eludin an. »Wenn euch euer Name einmal zu schwer wird, solltet ihr euch von Quoth einen neuen geben lassen.« Eludin nickte und biss von seinem Stück Sinnersfrucht ab. Und während er kaute, wandte er sich zu mir um und sah mich an. Im Mondschein sah ich seine Augen. Sie blickten kühl und... Nach dem Nachtmahl sang ich ein paar Lieder, und dann verabschiedeten wir uns voneinander. Eludin und ich gingen gemeinsam fort. Ich kannte mindestens ein halbes Dutzend Stellen, an denen man vom Dach des Hauptgebäudes herabsteigen konnte, ließ ihm aber den Vortritt. Wir gingen an der runden Sternwarte vorüber, die aus dem Dach ragte, und gelangten dann auf eine größere Fläche aus einigermaßen ebenem Zinnblech. »Wie lange besuchst du sie schon?« fragte Eludin. Ich überlegte. »Ein halbes Jahr?« »Je nachdem, wie man es zählt.« Ich hatte schon ein paar Spannen lang dort oben gespielt, als ich sie zum ersten Mal sah. Und dann hat es noch mal eine ganze Zeit lang gedauert, bis sie mir so weit vertraut hat, dass sie mit mir sprach. »Dann hast du da mehr Glück gehabt als ich,« sagte er. »Bei mir hat es Jahre gedauert. Und heute hat sie mich zum ersten Mal näher als zehn Schritte an sich herangelassen. Und bisher haben wir bestenfalls mal ein Dutzend Worte gewechselt.« Wir stiegen über einen breiten, flachen Schornstein und kamen auf eine leicht abschüssige Fläche aus Teerpappe. Und während wir so gingen, wuchs meine Sorge. Wieso hatte er versucht, ihr nahe zu kommen? Ich dachte an den Tag zurück, als ich mit Eludin ins Refugium gegangen war, um seinen Gilla Alder Winn zu besuchen. Ich stellte mir Auri dort vor. Die zarte Auri, mit dicken Lederriemen auf einem Bett festgeschnallt, damit sie sich nicht verletzen und nicht um sich schlagen konnte, während sie zwangsweise ernährt wurde. Ich blieb stehen. Eludin ging noch ein paar Schritte weiter und sah sich dann zu mir um. »Sie ist meine Freundin,« sagte ich. Er nickte. »Offensichtlich.« »Und ich habe nicht so viele Freunde, dass ich es ertragen könnte, auch nur einen von ihnen zu verlieren,« sagte ich. »Und schon gar nicht sie. Versprecht mir, dass ihr niemandem von ihr erzählen werdet und dass ihr sie auch nicht ins Refugium schaffen lasst. Das ist kein Ort für sie.« Ich schluckte gegen die Trockenheit in meiner Kehle an. »Das müsst ihr mir versprechen.« Eludin neigte den Kopf zur Seite. »Ich höre da ein »Sonst«,« sagte er in belustigtem Ton. »Auch wenn du es nicht aussprichst?« »Ich soll dir das versprechen, sonst?« Ein Mundwinkel hob sich zur Andeutung eines Lächelns. Und als er so lächelte, empfand ich schlagartig Wut, vermengt mit Unsicherheit und Furcht. Und plötzlich hatte ich wieder den Geschmack von Pflaumen und Muskatnuss im Mund und war mir des Messers nur allzu bewusst, dass ich unter der Hose an den Oberschenkel geschnallt trug. Ich spürte meine Hand langsam in meine Hosentasche gleiten. Da sah ich die Dachkante zwei Meter hinter Eludin und spürte, wie sich meine Füße bereit machten, loszulaufen und mich auf ihn zu stürzen. Und dann wären wir zusammen vom Dach gestürzt und unten im Hof auf das Kopfsteinpflaster geknallt. Mir brach am ganzen Körper kalter Schweiß aus. Und ich schloss die Augen. Ich atmete langsam tief durch und der Geschmack verschwand. Dann öffnete ich die Augen wieder. Ihr müsst mir das versprechen, sagte ich, sonst werde ich wahrscheinlich eine unfassbare Dummheit begehen. Ich schluckte, und wir beide werden darunter zu leiden haben. Eludin sah mich an. Eine bemerkenswert offenherzige Drohung, sagte er. Normalerweise klingt so etwas viel knurriger und knorpeliger. Knorpeliger? fragte ich verwirrt. Ja, meist heißt es dann doch, ich brech dir die Knie, ich brech dir das Genick. Er zuckte die Achseln. Und dabei denke ich immer an Knorpel, wie wenn man ein Hähnchen entbeint. Ah, sagte ich, ich verstehe. Wir sahen einander einen Moment lang schweigend an. Ich werde niemanden nach ihr ausschicken, sagte er schließlich. Manche Leute sind im Refugium gut aufgehoben. Für viele von ihnen ist es der einzige Ort, der ihnen noch bleibt. Aber wenn es eine bessere Möglichkeit gibt, würde ich nicht mal einem tollwütigen Hund wünschen, dort eingesperrt zu sein. Er wandte sich wieder um und ging weiter. Als ich ihm nicht folgte, blieb er wieder stehen. Das reicht mir nicht, sagte ich. Ihr müsst es mir versprechen. Ich schwöre es bei der Milch meiner Mutter, sagte Elodin. Ich schwöre es bei meinem Namen und meiner Macht. Ich schwöre es bei dem ewig wandernden Mond. Da setzten wir unseren Weg fort. Sie braucht wärmere Kleider, sagte ich, und Strümpfe und Schuhe und eine Decke. Und das alles muss neu sein, nicht aus zweiter Hand. Auri zieht nichts an, was schon jemand getragen hat. Das habe ich schon probiert. Von mir würde sie das nicht annehmen, sagte Elodin. Ich habe schon Dinge für sie hinterlegt. Sie hat sie nicht angerührt. Er sah mich an. Wenn ich dir die Sachen gebe, gibst du sie an sie weiter? Ich nickte. Sie braucht übrigens auch zwanzig Talente, einen großen Rubin und einen neuen Satz Gravierwerkzeuge. Elodin kicherte. Braucht sie auch neue Lautenseiten? Wieso Auri? fragte Elodin. Weil sie sonst niemanden hat, sagte ich. Und weil auch ich sonst niemanden habe. Wenn wir nicht aufeinander aufpassen, wer dann? Er schüttelte den Kopf. Nein, ich meinte. Wieso hast du diesen Namen für sie ausgesucht? Ach so, sagte ich verlegen. Weil sie immer so heiter und munter ist, obwohl sie eigentlich gar keinen Grund dazu hat. Auri bedeutet sonnig. In welcher Sprache? Ich zögerte. Siarou, glaube ich. Elodin schüttelte den Kopf. Auf Siarou heißt sonnig Leviriet. Ich überlegte, wo ich das Wort her hatte. War ich in einem Buch in der Unibibliothek darauf gestoßen? Doch bevor es mir wieder einfiel, wechselte Elodin das Thema. Ich werde übrigens ein Seminar geben, sagte er ganz beiläufig, für Studenten, die sich für Namenskunde interessieren. Er sah mich von der Seite an. Und mir scheint, das wäre für dich nicht nur reine Zeitverschwendung. Klingt interessant, sagte ich vorsichtig. Er nickte. Du solltest zur Vorbereitung Tecims Prinzipien studieren. Es ist kein dickes Buch, aber sehr gehaltvoll. Wenn ihr mir ein Exemplar leihen könntet, würde ich nichts lieber tun als das, sagte ich. Sonst muss es halt erst mal ohne gehen. Er sah mich verständnislos an. Ich habe Hausverbot in der Bibliothek, sagte ich. Immer noch? Fragte Elodin verblüfft. Ja, immer noch. Er wirkte empört. Seit wann denn schon? Seit einem halben Jahr? In drei Tagen ist es ein Dreivierteljahr, sagte ich. Und Meister Loren hat sehr deutlich erklärt, dass er mich nicht so schnell wieder hereinlassen wird. Das, sagte Elodin in einem Beschützerton, der ganz ungewohnt klang, ist doch vollkommener Schwachsinn. Du bist doch jetzt mein Rela. Er wechselte abrupt die Richtung und schritt über einen Dachabschnitt, den ich normalerweise mied, da er mit Tonziegeln gedeckt war. Von dort sprangen wir in eine Gasse hinab, überquerten das Dach eines Wirtshauses und gelangten schließlich auf ein anderes steinernes Dach. Schließlich kamen wir an ein großes Fenster, aus dem warmer Kerzenscheindrang. Elodin pochte so energisch an die Scheibe, als wäre es eine Tür. Als ich mich umblickte, wurde mir klar, dass wir uns auf dem Meistergebäude befanden. Ich sah die große, schmale Gestalt Meister Lorenz den Kerzenschein verdecken. Er legte den Riegel um und öffnete den Fensterflügel. »Elodin, was kann ich für dich tun?«, fragte Loren. Falls er die ganze Situation irgendwie seltsam fand, merkte ich es ihm jedenfalls nicht an. Elodin wies mit dem Daumen auf mich. Der Junge hier behauptet, er hätte in der Bibliothek immer noch Hausverbot. Stimmt das? Lorenz ungerührter Blick huschte zu mir hinüber, dann wieder zu Elodin zurück. »Ja, das stimmt.« »Lass ihn wieder rein,« sagte Elodin, »er muss lesen. Du hast ihn genug bestraft.« »Er ist leichtsinnig,« sagte Loren. »Ich hatte vor, ihn ein Jahr und einen Tag lang auszusperren.« Elodin seufzte. »Ja, ja. Sehr traditionell gedacht. Wieso gibst du ihm nicht eine zweite Chance? Ich bürge auch für ihn.« Loren sah mich eine ganze Weile prüfend an. »Ich versuchte, so verantwortungsbewusst wie nur möglich zu wirken, was nicht ganz einfach war, mitten in der Nacht, auf einem Dach.« »Also gut,« sagte Loren. »Aber er darf nur in den Präsenzbereich.« »Präsenzschmesenz, jetzt mal ehrlich. Das ist doch Kinderkacke,« sagte Elodin. »Mein Junge hier ist Rela. Er hat einen unstillbaren Wissensdurst. Er muss das Magazin erkunden und dabei alle möglichen nutzlosen Dinge entdecken.« »Um den Jungen mache ich mir keine Sorgen,« sagte Loren weiterhin ungerührt. »Meine Sorge gilt der Bibliothek.« Elodin packte mich bei der Schulter und schob mich ein wenig vor. »Wie wäre es damit, wenn du ihn noch einmal in deinem Haus bei irgendeinem Blödsinn ertappst, gestatte ich dir, dass du ihm beide Daumen abhackst. Damit würdest du doch ein schönes Exempel statuieren, nicht wahr?« Loren sah uns beide an. Dann nickte er. »Also gut,« sagte er und schloss das Fenster wieder. »Na bitte.« »Geht doch,« sagte Elodin mit großer Giste. »Was war das denn?«, fragte ich händeringend. »Was... was sollte denn das?« Elodin sah mich verdutzt an. »Wieso?« »Du bist wieder drin.« »Problem erkannt.« »Problem gebannt.« »Ihr könnt ihm doch nicht anbieten, dass er mir die Daumen abhacken darf.« Er hob eine Augenbraue. »Hast du etwa vor, noch einmal gegen die Hausordnung zu verstoßen?« »Was? Nein, aber...« »Dann hast du doch nichts zu befürchten,« sagte er, machte Kehrt und ging weiter das Dach hinauf. »Jedenfalls wahrscheinlich nicht.« »Aber an deiner Stelle wäre ich trotzdem vorsichtig.« »Bei Loren weiß ich nie, was er ernst meint und was nicht.« Am nächsten Tag ging ich zuallererst ins Büro des Questors und beglich bei Riem, dem leicht reizbaren Mann, der über die Finanzkasse der Universität wachte, meine Gebühren. Ich legte ihm hart erkämpfte neun Talente, fünf Jods auf den Tisch und sicherte mir damit für ein weiteres Trimester meinen Studienplatz. Anschließend ging ich zur Anmeldung und schrieb mich bei der Mediho für Physiognomie und Heilkunde ein, bei Kamar im Handwerkszentrum für Eisen- und Kupfermetallurgie und schließlich bei Elxadal für fortgeschrittene Sympathie. Erst da wurde mir klar, dass ich den Titel von Elodins Seminar immer noch nicht kannte. Ich sah im Veranstaltungsverzeichnis nach, fand Elodins Namen und fuhr mit dem Finger dorthin, wo der Titel des Seminars mit noch frischer, schwarzer Tinte eingetragen war. Grundkurs. Wie man sich nicht wie ein Esel aufführt. Ich seufzte. Der schlummernde Geist Als ich am nächsten Tag aufwachte, galt mein erster Gedanke Elodins Seminar. Ich war in heller Aufregung. Nachdem ich mich viele Monate lang bemüht hatte, ihn dazu zu bringen, dass er mich unterrichtete, bekam ich nun endlich die Chance, Namenskunde zu studieren. Wahre Magie. Magie wie bei Taborlin dem Großen. Doch erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Elodins Seminar begann erst um zwölf Uhr. Angesichts der neuen Schulden bei Devi, die schwer auf mir lasteten, musste ich vorher noch ein paar Arbeitsstunden im Handwerkszentrum einlegen. Als ich Kilwins Werkstatt betrat, klang der vertraute Lärm dutzender geschäftiger Hände wie Musik für mich. So gefahrvoll dieser Ort auch war, hatte er doch auch eine eigentümlich beruhigende Wirkung auf mich. Mein schneller Aufstieg innerhalb des Arcanums wurde mir von vielen Studenten verübelt. Die meisten Leute im Handwerkszentrum aber zollten mir, wenn auch widerwillig, Respekt. Ich sah Manet in der Nähe der Brennöfenarbeiten und ging zwischen den Werkbänken hindurch zu ihm. Manet wusste stets, welche Arbeit gerade am besten bezahlt wurde. Quoth! In dem großen Raum war es schlagartig still. Und ich wandte mich um und sah Meister Kilwin in der Tür seines Büros stehen. Er winkte mich mit knapper Geste zu sich und ging wieder hinein. Die Studenten arbeiteten weiter, und der Lärm kehrte zurück. Doch nun spürte ich ihre Blicke auf mir ruhen. Vor Kilwins Büro sah ich durch das breite Fenster, wie der Meister etwas an einer Wandtafel schrieb. Er war einen halben Kopf größer als ich und hatte eine Brust wie ein Fass. Sein buschiger Vollbart und die dunklen Augen ließen ihn noch einschüchternder wirken. Ich pochte höflich an den Türrahmen, und Kilwin blickte sich um und legte die Kreide weg. »Rela Quoth, komm herein!« »Und mach die Tür zu!« Besorgt betrat ich das Büro und schloss die Tür hinter mir. Der Werkstattlärm verstummte so vollständig, dass ich annahm, Kilwin dämpfte ihn mit geschicktem Einsatz der Sügaldrie. Das Ergebnis war eine geradezu unheimliche Stille in diesem Raum. Kilwin nahm ein Blatt Papier von seinem Arbeitstisch. »Ich habe etwas Besorgniserregendes gehört«, sagte er. »Vor ein paar Tagen kam eine junge Frau in unser Lager. Sie war auf der Suche nach einem jungen Mann, der ihr einen Zauber verkauft hatte.« Er sah mir in die Augen. »Weißt du irgendetwas darüber?« Ich schüttelte den Kopf. »Und was wollte sie?« »Das wissen wir nicht«, sagte Kilwin. »Elia Basil hatte zu diesem Zeitpunkt Dienst im Lager. Er sagte, es sei ein junges Mädchen gewesen, und sie habe recht verzweifelt gewirkt. Sie suchte«, er sah auf das Blatt Papier, »einen«, wie sie sagte, »jungen Zauberer.« Sie wusste seinen Namen nicht, beschrieb ihn aber als rothaarig und gutaussehend. Kilwin legte das Blatt beiseite. »Basel sagt, sie sei während des Gesprächs immer mehr außer sich geraten. Sie habe verängstigt gewirkt, und als er sie nach ihrem Namen fragte, sei sie weinend davongelaufen.« Kilwin verschränkte die kräftigen Arme vor der breiten Brust und sah mich streng an. »Ich frage dich also frei heraus.« »Hast du irgendwelche Zaubereien an junge Frauen verkauft?« Die Frage verblüffte mich. »Zaubereien?«, fragte ich. »Was denn für Zaubereien?« »Das wüsste ich gerne von dir«, bemerkte er dunkel. »Liebeszauber.« »Oder Glückszauber.« »Zauber, die Frauen helfen, schwanger zu werden oder Schwangerschaften zu vermeiden.« »Irgendwelche Amulette gegen Dämonen.« »Lässt sich so etwas denn überhaupt machen?«, fragte ich. »Nein«, erwiderte Kilwin. »Und deshalb verkaufen wir so etwas auch nicht.« Der Blick seiner dunklen Augen lastete schwer auf mir. »Ich frage dich also noch einmal.« »Hast du irgendwelche Zaubereien an unwissende Leute aus der Stadt verkauft?« Ich war auf diese Anschuldigung so wenig gefasst, dass mir gar nichts Vernünftiges zu meiner Verteidigung einfiel. Dann fiel mir auf, wie lächerlich das Ganze war, und ich brach in Gelächter aus. Kilwin kniff die Augen zusammen. »Das ist nicht lustig, Rela Quoth.« »Solche Dinge sind nicht nur seitens der Universität ausdrücklich verboten, sondern ein Student, der mit falschem Zauber Handel treibt.« Kilwin verstummte und schüttelte den Kopf. »Lässt schwere charakterliche Mängel erkennen.« »Meister Kilwin sieht mich an«, sagte ich und zupfte an meinem Hemd. »Wenn ich tatsächlich leichtgläubigen Laien Geld abknöpfen würde, würde ich doch wohl nicht in solchen ärmlichen Kleidern aus zweiter Hand herumlaufen.« Kilwin musterte mich, als hätte er nie zuvor auf meine Kleidung geachtet. »Stimmt«, sagte er. »Andererseits könnte man aber auch meinen weniger wohlhabende Studenten sein, eher der Versuchung ausgesetzt, solche Taten zu begehen.« »Ich habe durchaus schon mit dem Gedanken gespielt«, gestand ich. »Miteisen für einen Penny und schlichter Ségaldrie könnte ich in zehn Minuten einen Schmuckanhänger herstellen, der sich kühl anfühlt, und es wäre nicht schwer, so etwas zu verkaufen.« Ich zuckte die Achseln. »Aber mir ist klar, dass das verboten ist. Und das würde ich nicht riskieren.« Kilwin runzelte die Stirn. »Ein Mitglied des Arkanums macht so etwas nicht, weil es falsch wäre, Relakworth. Nicht, weil es ihm zu riskant erscheint.« Ich setzte ein verzweifeltes Lächeln auf. »Meister Kilwin, wenn ihr so viel Vertrauen in meine moralischen Grundfesten hättet, würden wir dieses Gespräch doch gar nicht führen.« Seine Miene milderte sich ein wenig, und er schenkte mir ein kleines Lächeln. »Ich gebe zu, ich hätte es auch nicht von dir erwartet. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass ich mich in jemandem getäuscht hätte. Ich würde meine Pflichten vernachlässigen, wenn ich solchen Dingen nicht nachginge.« War das Mädchen denn gekommen, um sich über den Zauber zu beschweren? fragte ich. Kilwin schüttelte den Kopf. »Nein. Wie gesagt, sie hat keine Nachricht hinterlassen.« »Aber ich kann mir nicht erklären, aus welchem anderen Grund eine verzweifelte junge Frau, die angeblich einen Zauber gekauft hat, hierher kommen sollte, um nach dir zu suchen. Wobei sie dich vom Sehen aber nicht im Namen nachkennt.« Er blickte mich mit erhobener Augenbraue an und verwandelte diese Aussage damit in eine Frage. Ich seufzte. »Wollt ihr wissen, was ich wirklich darüber denke, Meister Kilwin?« Da hob er beide Augenbrauen. »Aber sicher doch, Rela Quoth.« »Ich nehme an, dass jemand versucht, mich in Schwierigkeiten zu bringen,« sagte ich. Verglichen mit dem Einflößen einer alchemischen Droge war es gerade zu vornehmen von Ambrose, dass er nun zum Verbreiten von Gerüchten griff. Kilwin nickte und strich sich über den Bart. »Ja. Verstehe. Ich verstehe.« Er zuckte die Achseln und nahm die Kreide wieder zur Hand. »Nun denn. Ich betrachte diese Angelegenheit vorläufig als erledigt.« Er wandte sich wieder zur Tafel und blickte sich noch einmal kurz zu mir um. »Ich kann also davon ausgehen, dass ich demnächst nicht von einer Horde schwangerer Frauen belästigt werde, die mit Eisenanhängern fuchteln und dich verfluchen.« Ich leistete ein paar Stunden Akkordarbeit im Handwerkszentrum und machte mich dann auf den Weg zu dem Hörsaal im Hauptgebäude, in dem Elodins Seminar stattfand. Es sollte um zwölf Uhr beginnen, und ich war eine halbe Stunde zu früh und als erster da. Dann trudelten die anderen Studenten allmählich ein. Wir waren zu siebt. Als erster kam Fenton, mein freundschaftlicher Rivale aus dem Sympathieseminar. Als nächste kam Fela, zusammen mit Brian, einem hübschen Mädchen von etwa zwanzig Jahren mit rotblonder Knabenfrisur. Wir plauderten ein bisschen und machten uns miteinander bekannt. Jared war ein schüchterner Modeganer, den ich vom Sehen aus der Mediho kannte. Von der jungen Frau mit den strahlend blauen Augen und dem honigblonden Haar wusste ich, dass sie Inissa hieß, brauchte aber einen Moment, bis mir wieder einfiel, woher ich sie kannte. Sie war eine von Simmons unzähligen Kurzzeitliebschaften. Als letzter kam Urisch, fast schon dreißig Jahre alt und ein vollgültiger Elfe. Seiner Gesichtsfarbe und seinem Akzent nach stammte er aus dem fernen Linnert. Es schlug zwölf, doch von Elodin keine Spur. Fünf Minuten vergingen, dann zehn. Erst um halb eins kam Elodin in den Saal geweht, die Arme voller Papier. Er lud alles auf einem Tisch ab und begann vor uns auf- und abzugehen. »Ich sollte einiges klarstellen, bevor wir anfangen,« sagte er, ohne weitere Vorrede und ohne sich für seine Verspätung zu entschuldigen. »Erstens, ihr müsst tun, was ich sage. Ihr müsst es so gut tun, wie ihr nur könnt, selbst wenn ihr keinen Sinn darin erkennen könnt. Fragen sind erlaubt, aber letztendlich gilt, ihr tut, was ich sage.« Er blickte sich um. »Ist das klar?« Wir nickten oder murmelten etwas Zustimmendes. »Zweitens, ihr müsst mir glauben, wenn ich euch bestimmte Dinge sage. Einige der Dinge, die ich euch sagen werde, sind möglicherweise nicht wahr. Ihr müsst aber dennoch daran glauben, bis ich euch sage, dass ihr damit aufhören sollt.« Er blickte uns nacheinander an. »Ist das klar?« Ich fragte mich, ob er jeden Vortrag so begann. Elodin bemerkte meine mangelnde Bejahung und funkelte mich gereizt an. »Der schwierige Teil kommt erst noch,« sagte er. »Ich werde alles daran setzen, es zu versuchen,« sagte ich. »Mit solchen Antworten qualifizierst du dich allenfalls für ein Jurastudium,« bemerkte er sarkastisch. »Wieso tust du es nicht einfach, statt alles daran zu setzen, es zu versuchen?« Ich nickte. Das schien ihn zu beschwichtigen, und er wandte sich wieder dem ganzen Auditorium zu. »Zwei Dinge müsst ihr immer bedenken. Erstens, unsere Namen formen uns, und wir formen unsere Namen.« Er blieb stehen und sah uns an. »Zweitens, selbst der allereinfachste Name ist so komplex, dass ihn euer Geist nie auch nur in seinen Umrissen wahrnehmen könnte, geschweige denn ihn so gut verstehen, dass ihr ihn aussprechen könntet.« Daraufhin herrschte eine ganze Weile Schweigen. Elodin wartete ab und sah uns an. Schließlich ließ Fenton sich ködern. »Wenn das so ist, wie kann dann überhaupt jemand die Namenskunde beherrschen?« »Gute Frage«, sagte Elodin. »Und die offenkundige Antwort lautet?« »Es geht nicht. Selbst der allereinfachste Name geht weit über unsere Fähigkeiten hinaus.« Er hob eine Hand. »Denk dran, ich spreche hier nicht von all den kleinen Namen, die wir tagaus, taggein gebrauchen. Rufnamen wie Baum, Feuer oder Stein. Ich spreche von etwas ganz anderem.« Er zog einen glatten, dunklen Flusskiesel aus der Tasche. »Beschreibt mir ganz genau die Gestalt dieses Steins. Erzählt mir von dem Druck, der ihn aus Sand und Sediment entstehen ließ. Sagt mir, wie sich das Licht darauf spiegelt. Erzählt mir, wie die Welt seine Masse anzieht und wie der Wind ihn umfängt, wenn er sich durch die Luft bewegt. Sagt mir, wie die Eisenspuren darin den Lockruf eines Magneteisensteins empfinden. All das und noch hunderttausend Aspekte mehr machen den Namen dieses Steins aus. Er hielt ihn uns bis auf armes Länge hin. Dieser eine ganz einfache Stein. Elodin ließ die Hand wieder sinken und sah uns an. Versteht ihr nun, wie komplex selbst so ein einfaches Ding ist? Wenn ihr diesen Stein einen ganzen Monat lang studieren würdet, würdet ihr ihn vielleicht gut genug kennenlernen, um einen Blick auf die äußeren Umrisse seines Namens zu erhaschen. Aber auch nur vielleicht. Das ist das Problem, das sich dem Namenskundler stellt. Wir müssen Dinge verstehen, die unser Verständnis weit übersteigen. Wie soll das gehen? Statt eine Antwort abzuwarten, griff er zu dem Papier, das er mitgebracht hatte, und teilte an jeden von uns einige Bögen davon aus. In fünfzehn Minuten werde ich diesen Stein werfen. Ich werde hier stehen. Er stellte seine Füße in Position. Und mich in diese Richtung wenden. Er richtete die Schultern aus. Es wird ein Unterhandwurf mit etwa drei Grip Wucht dahinter. Ihr sollt nun berechnen, wie sich der Stein durch die Luft bewegen wird, damit ihr die Hand an der richtigen Stelle haben könnt, um ihn aufzufangen. Elodin legte den Stein auf einem Pult ab. Ab jetzt! Ich legte mich ordentlich ins Zeug. Ich zeichnete Dreiecke und Flugbahnen. Ich rechnete und versuchte mir alle möglichen Formeln ins Gedächtnis zu rufen, die ich nur noch bruchstückhaft in Erinnerung hatte. Es dauerte nicht lange, und ich verzweifelte fast angesichts der Unmöglichkeit, diese Aufgabe zu bewältigen. Viel zu viel war dabei unbekannt, oder ließ sich einfach nicht berechnen. Nachdem wir fünf Minuten lang allein daran gearbeitet hatten, ermunterte uns Elodin, uns als Gruppe zusammenzutun. Da erlebte ich zum ersten Mal Ureshs ungeheure Begabung im Umgang mit Zahlen. Seine Berechnungen ließen meine so weit hinter sich, dass ich das meiste davon gar nicht verstand. Fehler war auf ihre Art fast ebenso geschickt und hatte eine ganze Reihe detaillierter Parabeln skizziert. Wir sieben diskutierten und stritten, versuchten es, scheiterten und versuchten es erneut. Als die Viertelstunde um war, waren wir entnervt, ich ganz besonders. Ich hasse Probleme, die ich nicht lösen kann. Elodin sah uns als Gruppe an. Also, was könnt ihr mir sagen? Einige von uns fingen an, unsere halbgaren Lösungsansätze und Schätzungen vorzutragen, aber er brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen. Was könnt ihr mir mit Sicherheit sagen? Nach kurzem Zögern meldete sich Fela zu Wort. Wir wissen nicht, wohin der Stein fallen wird. Elodin klatschte Beifall. Sehr gut, das ist die richtige Antwort. Und jetzt passt mal auf. Er ging zur Tür und guckte auf den Korridor hinaus. Henry! rief er. Ja, du, komm mal kurz her. Er kam zurück in den Saal und führte einen von Jamesons Laufburschen herein, einen höchstens acht Jahre alten Jungen. Elodin ließ ihn am Eingang stehen, ging fünf, sechs Schritte weiter und drehte sich dann wieder zu dem Jungen um. Er richtete die Schultern aus und setzte ein irres Grinsen auf. Fang, sagte er und warf dem Jungen den Stein hin. Der Junge erschrak und fing den Stein aus der Luft. Elodin applaudierte wie wild, beglückwünschte den immer noch verwirrten Jungen, nahm den Stein wieder an sich und führte den Jungen aus dem Saal. Dann wandte sich unser Lehrer zu uns. Also, sagte Elodin, wie hat er das gemacht? Wie konnte er binnen einer Sekunde berechnen, was sieben brillante Mitglieder des Arcanums in einer gemeinschaftlichen Anstrengung in einer ganzen Viertelstunde nicht herausbekommen haben? Versteht er etwa mehr von Geometrie als Fehler? Kann er schneller rechnen als Ure? Wir lachten, und die Stimmung löste sich ein wenig. Es geht mir um Folgendes. Jeder von uns besitzt einen Geist für unser waches Tun. Aber jeder von uns hat auch noch einen anderen Geist, einen schlummernden Geist. Und der ist so mächtig, dass der schlummernde Geist eines Achtjährigen in einer Sekunde etwas leisten kann, wozu der wache Geist von sieben Mitgliedern des Arcanums in einer ganzen Viertelstunde nicht imstande ist. Er machte eine weitausladende Geste. Euer schlummernder Geist ist groß und wild genug, um die Namen der Dinge zu enthalten. Das weiß ich, weil dieses Wissen manchmal an die Oberfläche dringt. Inissa hat einmal den Namen des Eisens ausgesprochen. Ihr wacher Geist weiß nichts von solchen Sachen. Ihr schlummernder Geist aber durchaus. Und Fehler versteht tief in ihrem Innern den Namen des Steins. Elodin wies auf mich. Quoth hat den Wind herbeigerufen. Den Schriften der Alten nach ist das der traditionelle Weg. Man wollte den Namen des Windes erfahren, wenn man früher hier Namenskunde studierte. Er schwieg einen Moment lang, verschränkte die Arme und sah uns alle ernst an. Ich möchte, dass jeder von euch darüber nachdenkt, um welchen Namen es ihm geht. Es sollte ein kleiner Name sein. Etwas Einfaches. Eisen oder Feuer. Wind oder Wasser. Holz oder Stein. Es sollte etwas sein, wozu ihr eine gewisse Affinität verspürt. Elodin schlenderte zu der großen Wandtafel und begann, eine Liste von Buchtiteln anzuschreiben. Seine Handschrift war erstaunlich sauber und leserlich. Das sind wichtige Bücher, sagte er. Lest eins davon. Brian hob eine Hand. Doch dann wurde ihr klar, dass es sinnlos war, da Elodin uns immer noch den Rücken zuwandte. Er blickte sich um, ohne beim Schreiben auch nur kurz innezuhalten. Das ist mir egal, sagte er offenkundig gereizt. Sucht euch eins aus. In die anderen solltet ihr nur mal reinblättern. Schaut euch die Abbildungen an. Schnuppert wenigstens kurz mal am Einwand. Er blickte wieder an die Tafel. Wir sieben sahen einander an. Im Saal war nur das Geräusch von Elodins Kreide zu hören. Welches ist denn das Wichtigste? Fragte ich. Elodin schnaubte empört. Keine Ahnung, sagte er. Ich hab sie nicht gelesen. Er schrieb En temerant voistra an die Tafel und kreiste es ein. Von diesem hier weiß ich nicht mal, ob wir es überhaupt in der Bibliothek haben. Er setzte ein Fragezeichen dahinter und fuhr mit seiner Liste fort. Aber eins kann ich euch sagen. Keins dieser Bücher steht im Präsenzbereich. Dafür hab ich gesorgt. Ihr müsst im Magazin danach fahnden. Ihr müsst euch diese Bücher erst mal verdienen. Nachdem er den letzten Titel angeschrieben hatte, trat er einen Schritt zurück und nickte zufrieden. Es waren insgesamt zwanzig Werke. Neben drei davon setzte er je ein Sternchen, zwei weitere unterstrich er, und neben den letzten Titel der Liste zeichnete er ein trauriges Gesicht. Dann schlenderte er, ohne ein weiteres Wort gesagt zu haben, aus dem Saal und ließ uns zurück, die wir über das Wesen der Namen nachdachten. Die Jagd Entschlossen in Elodins Seminar gute Leistungen zu bringen, vereinbarte ich mit Willem, dass er mir helfen sollte, mich im Bibliotheksmagazin zurechtzufinden. Im Gegenzug würde ich ihm künftig das eine oder andere Getränk spendieren. Gemeinsam gingen wir bei frischem Wind über die Kopfsteinpflasterstraßen der Universität, bis der fensterlose Gebäudequader der Bibliothek vor uns aufragte. Über dem Portal waren die Worte »Thorfelan Rinata Morie« in den Stein gemeißelt. Ich merkte, dass ich feuchte Hände bekam. »Warte mal kurz«, sagte ich und blieb stehen. Will sah mich mit erhobener Augenbraue an. »Ich bin so nervös wie eine Nutte vor dem ersten Mal«, sagte ich. »Ich brauche nur einen Moment.« »Du hast doch gesagt, Lauren hätte das Hausverbot schon vor zwei Tagen aufgehoben«, sagte er. »Ich dachte, du wärst da rein, sobald es dir gestattet ist.« »Ich habe darauf gewartet, dass die ihre Verzeichnisse auf den neuesten Stand bringen.« »Ich wischte mir die schweißnassen Hände am Hemd ab. Irgendwas wird passieren, das weiß ich«, sagte ich. »Mein Name wird nicht in dem betreffenden Buch stehen. Oder Ambrose wird am Empfang sitzen und dann kriege ich einen Rückfall von dieser Pflaumendroge und komme wieder zu mir, wenn ich schreiend auf seiner Kehle knie.« »Das hätte ich gern gesehen«, sagte Will, »aber Ambrose hat heute keinen Dienst.« »Das ist doch mal was«, sagte ich und entspannte mich ein wenig. Ich zeigte auf die Worte über dem Eingang. »Weißt du, was das bedeutet?« Will hob den Blick. »Der Wissensdurst formt den Menschen«, sagte er, »oder sowas in der Richtung.« »Gefällt mir«, sagte ich und atmete tief durch. »Also gut, gehen wir rein.« Ich zog die große Steintür auf und wir gelangten in den kleinen Vorraum. Und dann öffnete Will die innere Tür und wir betraten den Eingangssaal. In der Mitte des Raums stand ein großes, hölzernes Pult, auf dem einige in Leder gebundene Folianten lagen. Dahinter führten mehrere imposant aussehende Türen in die unterschiedlichen Abteilungen. Hinter dem Pult saß Fela, ihr lockiges Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Das rote Licht der Sympathielampen ließ sie anders aussehen, aber nicht weniger hübsch. Sie lächelte. »Hallo, Fela«, sagte ich und gab mir große Mühe, mir meine Nervosität nicht anmerken zu lassen. »Lauren hat mein Hausverbot aufgehoben. Könntest du bitte mal nachsehen, ob ich schon wieder in dem entsprechenden Verzeichnis stehe?« Sie nickte freundlich und blätterte in dem vor ihr liegenden Buch. Ihr Gesicht hältte sich auf und verfinsterte sich gleich wieder. Ich bekam ein flaues Gefühl im Magen. »Was ist denn?«, fragte ich. »Stimmt was nicht?« »Nein«, sagte sie. »Alles in Ordnung.« »Du siehst aber nicht so aus«, brummte Will. »Was steht denn da?« Fela zögerte kurz und drehte dann das Buch um, sodass ich es lesen konnte. »Quoth«, Sohn des Arliden, rothaarig, hellhäutig, jung. Auf dem Rand daneben war in einer anderen Handschrift vermerkt »Ruhbastard«. Ich grinste sie an. »Stimmt doch alles.« »Darf ich jetzt hinein?« Sie nickte. »Braucht ihr Lampen?« fragte sie und öffnete eine Schublade. »Ja, ich«, sagte Will, der sich bereits in ein anderes Verzeichnis einschrieb. »Nein, danke, ich habe selbst eine dabei«, erwiderte ich und zog meine kleine Sympathielampe aus einer Tasche meines Umhangs. Fela schlug das Anwesenheitsbuch auf und trug uns beide ein. Als ich unterschrieb, zitterte mir die Hand, und ich hinterließ einen Tintenklecks. Fela beseitigte das Malheur flugs mit Löschpapier und schlug das Buch wieder zu. Dann ließ ich mich von Willem durch das Magazin führen und gab mir alle Mühe, beeindruckt zu wirken. Dazu musste ich mich nicht groß verstellen. Ich hatte zwar seit einiger Zeit Zugang zum Bibliotheksmagazin gehabt, war aber gezwungen gewesen, dort wie ein Dieb umherzuschleichen. Ich hatte meine Lampe stets auf die geringste Leuchtkraft eingestellt und einen großen Bogen um die Hauptkorridore gemacht, aus Furcht dort versehentlich jemandem in die Arme zu laufen. Die Wände waren hier vollständig mit Bücherregalen bedeckt. Einige Korridore waren breit und hoch, andere so schmal, dass zwei Leute darin nur aneinander vorbeikamen, wenn sie sich seitwärts drehten. In der Luft lag der Geruch von Leder und Staub, von altem Pergament und Buchbinderleim. Es roch nach Geheimnissen. Willem führte mich durch ein Regallabyrinth, eine Treppe hinauf und einen langen, breiten Korridor entlang, der von Büchern gesäumt war, die alle in das gleiche rote Leder gebunden waren. Schließlich gelangten wir zu einer Tür, durch deren Ritzen ein rötlicher Lichtschein drang. »Es gibt hier etliche Kammern, in denen man in Ruhe studieren kann,« sagte Willem leise. »Kleine Lesezimmer.« »Sim und ich nutzen meist dieses hier.« »Das ist ein Geheimtipp.« Er klopfte an und öffnete die Tür. Dahinter befand sich eine fensterlose Kammer, gerade groß genug für den Tisch und die paar Stühle, die darin standen. An diesem Tisch saß Sim, und das rötliche Licht seiner Sympathielampe verlieh seinem Gesicht eine gesunde Farbe. Als er mich sah, bekam er große Augen. »Groß! Was machst du denn hier?« Entsetzt wandte er sich an Willem. »Was macht er hier?« »Lauren hat sein Hausverbot aufgehoben,« sagte Will, »und unser junger Freund hat eine Leseliste bekommen. Er begibt sich jetzt auf seine erste Bücherjagd.« »Glückwunsch!«, sagte Sim und strahlte mich an. »Kann ich irgendwie behilflich sein? Mir fallen hier nämlich schon die Augen zu.« Er streckte mir eine Hand entgegen. Ich tippte mir an die Schläfe. »Wenn ich mir keine zwanzig Buchtitel mehr merken könnte, hätte ich im Arcanum ja wohl nichts mehr verloren,« sagte ich. Doch das war nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit war, dass ich nur sechs Blatt Papier besaß und es mir nicht leisten konnte, auch nur einen dieser kostbaren Bögen für so etwas zu vergeuden. Sim zog einen zusammengefalteten Zettel und einen Bleistiftstummel aus der Tasche. »Ich muss mir alles immer aufschreiben,« sagte er. »Nicht jeder von uns lernt nur so zum Spaß ganze Balladen auswendig.« Ich zuckte die Achseln und begann, die Titel niederzuschreiben. »Es geht wahrscheinlich schneller, wenn wir die Liste in drei Teile aufteilen,« sagte ich. »Will sah mich an. Du glaubst, du kannst hier einfach alleine rumlaufen und findest deine Bücher?« Er sah zu Sim hinüber, der breit grinste. »Natürlich. Ich wusste ja angeblich nichts über den Aufbau des Magazins. Will und Sim hatten keine Ahnung, dass ich mich seit fast einem Monat hier nachts hereingeschlichen hatte. Es war nicht so, dass ich ihnen nicht vertraute. Aber Sim konnte einfach nicht lügen, selbst wenn sein Leben davon abgehangen hätte. Und Will arbeitete nebenher in der Bibliothek. Ich wollte nicht, dass es dazu kam, dass er sich zwischen meinem Geheimnis und seiner Loyalität Lauren gegenüber entscheiden musste. Und daher beschloss ich, mich dumm zu stellen. »Ach, irgendwie finde ich mich schon zurecht,« sagte ich unbekümmert. »So schwierig kann das ja nicht sein.« »Es gibt in dieser Bibliothek so viele Bücher,« sagte Willem, »dass man eine ganze Spanne bräuchte, um auch nur alle Titel abzulesen.« Er hielt inne und sah mich eindringlich an. Elf Tage, und zwar ohne Schlaf- und Essenspausen. »Echt?« fragte Sim. »So lange?« Will nickte. »Das habe ich letztes Jahr errechnet. Damit kann man den Elier das Maul stopfen, wenn sie mal wieder rumjammern, weil sie warten müssen, bis ich ein Buch für sie rausgesucht habe. Und es gibt ja auch Bücher ohne Titel. Und Schriftrollen. Und Tontafeln. Und das alles in vielen verschiedenen Sprachen.« »Tontafeln?« »Was denn für Tontafeln?« fragte ich. »Die zählen zu den wenigen Dingen, die den Brand von Kalupthena überstanden haben. Einige wurden transkribiert, aber längst noch nicht alle. Darum geht's doch jetzt gar nicht,« sagte Sim. »Es geht um den Aufbau des Magazins.« »Der Katalog«, sagte Will. »Da hat es im Laufe der Jahre die unterschiedlichsten Systeme gegeben. Manche Meister bevorzugen das eine, andere ein anderes.« Er runzelte die Stirn. »Wieder andere erschaffen eigene Systeme.« Ich lachte. »Du hörst dich an, als gehörten sie dafür an den Pranger gestellt.« »Vielleicht schon,« brummte Will. »Ich würde jedenfalls nicht dagegen protestieren.« Sim sah ihn an. »Du kannst es einem Meister doch nicht verübeln, dass er versucht, die Dinge auf die bestmögliche Art und Weise zu organisieren.« »Doch, das kann ich,« sagte Willem. »Wenn die Bibliothek einfach nur schlecht organisiert wäre, wäre das eine Unannehmlichkeit, mit der wir umgehen könnten. Das Problem ist aber, dass es hier in den letzten fünfzig Jahren so viele unterschiedliche Systeme gegeben hat. »Es gibt unzählige falsch etikettierte Bücher, so viele falsch übersetzte Titel.« Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar und klang mit einem Mal ganz erschöpft. »Und ständig kommen neue Bücher dazu und müssen katalogisiert werden. Und dann immer diese stinkfaulen Elie im Präsenzbereich, für die wir sie herbeischaffen müssen.« »Es ist, als sollte man auf dem Grund eines Flusses ein Loch ausheben.« »Du willst damit also sagen,« bemerkte ich, »dass du deine Arbeit hier in der Bibliothek als lohnende und dankbare Aufgabe empfindest.« Sim musste loslachen und hielt sich den Mund zu. »Und dann sind da so Leute wie du,« sagte Will und sah mich an. Und nun klang seine Stimme regelrecht bedrohlich. »Studenten, die ungehindert im Magazin herumlaufen dürfen. Ihr kommt hier rein, lest ein Buch halb durch und versteckt es dann irgendwo, damit ihr gleich weiterlesen könnt, wenn ihr mal wieder Zeit dafür habt. Wills Hände machten eine Bewegung, als hielte er jemanden beim Hemdkragen gepackt oder bei der Kehle. »Und dann! Vergesst ihr natürlich, wo ihr das Buch hingelegt habt, und damit ist es so verschollen, dass ihr es auch ebenso gut gleich hättet verbrennen können.« Will richtete einen Zeigefinger auf mich. »Wenn ich jemals mitkriege, dass du sowas getan hast,« sagte er und seine Augen glühten vor Wut, »dann kann dich kein Gott vor mir beschützen.« »Ich dachte schuldbewusst an die drei Bücher, die ich während meiner Prüfungsvorbereitungen auf eben diese Weise versteckt hatte.« »Ich verspreche dir,« sagte ich, »dass ich so etwas nie tun werde. Nie wieder tun werde.« Sim stand vom Tisch auf und rieb sich geschäftig die Hände. »Kurz gesagt, das ist hier ein einziges Durcheinander. Aber wenn du dich auf die Bücher beschränkst, die in Tolems Katalog aufgenommen wurden, müsstest du eigentlich alles finden können, was du suchst. Tolem ist das System, das wir gegenwärtig nutzen. Will und ich werden dir zeigen, wo die betreffenden Verzeichnisse verwahrt werden. Und auch noch einige andere Dinge,« sagte Will. »Tolem ist alles andere als umfassend. Nach einigen deiner Bücher werden wir wahrscheinlich tiefer...« »Wie sich herausstellte, waren nur vier Bücher von meiner Liste in Tolems Katalog verzeichnet.« Anschließend waren wir gezwungen, den gut organisierten Teil des Magazins hinter uns zu lassen. Will schien meine Liste als persönliche Herausforderung aufzufassen, und so lernte ich an diesem Tag viel über den Aufbau der Bibliothek. Er führte mich zum Totenverzeichnis, der Rückwärtstreppe und dem Tiefenflügel. Dennoch hatten wir vier Stunden später lediglich den Standort von sieben Büchern ermittelt. Will schien sehr betrübt darüber. Ich aber dankte ihm von Herzen und sagte, dass er mir alles an die Hand gegeben habe, damit ich die Suche nun auf eigene Faust fortsetzen konnte. In den nächsten Tagen verbrachte ich so gut wie jede freie Minute in der Bibliothek und fahndete nach den Büchern auf Elodines Liste. Ich wollte zu Beginn dieses Seminars unbedingt mein Bestes geben und war wild entschlossen, jedes einzelne dieser Bücher zu lesen. Das erste war ein Reisebericht, den ich ganz unterhaltsam fand. Das zweite war ein miserabler Gedichtband, aber er war kurz, und ich kämpfte mich hindurch, indem ich die Zähne zusammenbiss und hin und wieder ein Auge schloss, um mein Hirn, dem nicht zur Gänze, auszusetzen. Das dritte war ein sehr schwerfällig und schwülstig geschriebenes philosophisches Werk. Dann kam ein Buch über die Wildblumen von Nord Arthur, dann ein Handbuch der Fechtkunst mit einigen recht verwirrenden Illustrationen, dann ein weiterer Gedichtband, nur diesmal dick wie ein Ziegelstein und sogar noch mieser als der erste. Es dauerte Stunden um Stunden, aber ich las alles von vorne bis hinten durch. Ich ging sogar so weit, mir auf zwei in meiner kostbaren Papierbögen Notizen zu machen. Als nächstes kam, soweit ich das beurteilen konnte, das Tagebuch eines Wahnsinnigen. Das klingt jetzt vielleicht interessant, war in Wirklichkeit aber ein einziger Kopfschmerz zwischen zwei Buchdeckeln. Der Mann hatte es in einer sehr gedrängten Handschrift abgefasst und kaum Lücken zwischen den einzelnen Wörtern gelassen. Es gab weder Absätze noch Interpunktionen und von einer irgendwie konsistenten Grammatik und Rechtschreibung konnte auch keine Rede sein. An diesem Punkt begann ich, die Texte nur noch zu überfliegen. Und als ich am nächsten Tag mit zwei Übersetzungen aus dem Modeganischen konfrontiert war, eine Aufsatzsammlung zum Thema landwirtschaftliche Fruchtfolge und eine Monografie über windtische Mosaiken, hörte ich auf, mir Notizen zu machen. Die letzte Handvoll Bücher blätterte ich nur noch durch und fragte mich, weshalb Elodin wollte, dass wir ein zweihundert Jahre altes Steuerverzeichnis aus einer Baronie in einem der kleinen Königreiche lasen oder ein vollkommen veraltetes medizinisches Werk oder ein schlecht übersetztes allegorisches Schauspiel. Während mir das Interesse an diesen Texten zusehends abhanden kam, ging ich aber weiterhin mit Begeisterung auf die Jagd nach ihnen. Zahlreichen Bibliothekaren trampelte ich mit meinen ewigen Fragen auf den Nerven herum. Wer war wo für das Zurückstellen der Bücher zuständig? Wo wurden die windtischen Diktar verwahrt? Wer hatte den Schlüssel für das Schriftrollenarchiv im vierten Untergeschoss? Wo lagerten die beschädigten Bücher, während sie auf ihre Restaurierung warteten? Letzten Endes fand ich neunzehn der zwanzig Bücher, alle bis auf N. Temerand Woistra. Und das lag nicht daran, dass ich mir keine Mühe gegeben hätte. Meiner Schätzung nach hatte das ganze Unterfangen des Suchens und Lesens fast fünfzig Stunden verschlungen. Zum nächsten Termin von Elodins Seminar kam ich zehn Minuten zu früh, stolz wie ein Priester. Ich hatte meine beiden Papierbögen voller sorgfältiger Notizen dabei und war entschlossen, Elodin mit meiner Hingabe und Gründlichkeit zu beeindrucken. Alle sieben Studenten waren da, bevor es zur zwölften Stunde schlug. Die Tür zum Hörsaal war verschlossen. Und so standen wir auf dem Flur und warteten auf Elodin. Wir erzählten einander von unseren Bücherjagden und stellten Vermutungen an, weshalb Elodin ausgerechnet diese Werke für lesenswert erachtete. Fela, die seit Jahren nebenher in der Bibliothek arbeitete, hatte nur siebzehn Titel ausfindig machen können. Keiner von uns hatte N. Temerand Woistra gefunden oder es auch nur irgendwo erwähnt gesehen. Als es zwölf schlug, war Elodin noch nicht da. Und um Viertel nach zwölf hatte ich es satt, auf dem Flur herumzustehen und versuchte, die Tür zum Hörsaal zu öffnen. Erst wollte sich die Klinke nicht bewegen. Doch als ich entnervt daran rüttelte, sprang das Schloss auf und die Tür öffnete sich einen Spalt breit. »Ich dachte, sie wäre abgeschlossen«, sagte Inissa und runzelte die Stirn. »Hat nur geklemmt«, sagte ich und öffnete die Tür vollends. Wir betraten den leeren Saal und gingen die Treppe zur ersten Sitzreihe hinab. An der großen Wandtafel vor uns stand in Elodins seltsam reinlicher Handschrift ein einziges Wort. »Erörterung«. Wir setzten uns und warteten. Doch Elodin ließ sich nicht blicken. Wir starrten an die Tafel, guckten einander an, wussten nicht, was nun von uns erwartet wurde. Den Gesichtern der anderen war anzusehen, dass ich nicht als Einziger verärgert war. Ich hatte fünfzig Stunden darauf verwandt, Elodins vollkommen nutzlose Bücher aufzustöbern. Ich hatte meinen Teil getan. Warum tat er seinem nicht? Wir sieben warteten noch zwei Stunden und... Die verborgene Stadt Die vielen Stunden, die ich mit der Jagd nach Elodins Büchern vergeudet hatte, ärgerten mich zwar sehr, doch immerhin ging ich aus dieser Erfahrung mit soliden Kenntnissen über den Aufbau der Unibibliothek hervor. Die wichtigste Erkenntnis, die ich dabei gewann, war die, dass es sich dabei nicht einfach nur um ein Lagerhaus für Bücher handelte. Die Bibliothek war vielmehr gewissermaßen eine Stadt für sich, mit ihren eigenen Straßen, Gassen und Schleichwegen. Genau wie in einer Stadt wimmelte es in bestimmten Teilen der Bibliothek nur so von Menschen. Im Skriptorium standen Pulte aufgereiht, an denen Übersetzer ihrer schwierigen Tätigkeit nachgingen und Schreiber verblassende Texte mit frischer Tinte in neue Bücher übertrugen. Auch im Sortiersaal, wo Bibliothekare die Bücher fürs Zurückstellen in die Regale vorsortierten, herrschte geschäftiges Treiben. Die sogenannte Wanzenkammer war der Ort, an dem neue Bücher vor ihrer Aufnahme in die Sammlung dekontaminiert wurden. Alle möglichen Tierchen haben Bücher offenbar zum Fressen gern. Manche verschlingen mit Vorliebe Pergament oder Leder, anderen steht der Sinn eher nach Papier oder Leim. Die gemeinhin bekannten Bücherwürmer sind dabei übrigens noch die kleinste Sorge. Und nachdem ich mir ein paar von Willems Geschichten angehört hatte, verspürte ich das dringende Bedürfnis, mir die Hände zu waschen. Der Katalogsaal, die Buchbinderei und die Palämsestabteilung – an all diesen Orten ging es zu wie in einem Taubenschlag. Andere Teile der Bibliothek jedoch boten ein ganz anderes Bild. Das Büro der Inkassoabteilung beispielsweise war klein und lag meist im Dunkel. Durch ein Fenster konnte ich erkennen, dass eine ganze Wand mit einer riesigen, äußerst detaillierten Landkarte bedeckt war. Sie war mit einer alchemischen Klarlackschicht überzogen, und an vielen Stellen hatte man mit rotem Fettstift etwas darauf vermerkt. Gerüchte über den Standort besonders begehrter Bücher oder die letzten bekannten Positionen der einzelnen Inkasso-Trupps. Der Präsenzbereich der Bibliothek glich einem Stadtpark. Allen Studenten stand es frei, dort hinzukommen und die Bücher, die dort an den Regalen standen, zu lesen. Sie konnten bei den Bibliothekaren außerdem Bestellungen aufgeben, die daraufhin widerwillig ins Bibliotheksmagazin ausbrachen, um, wenn schon nicht genau das gewünschte Buch, so doch zumindest etwas Ähnliches zu finden. Das Magazin aber nahm in der Bibliothek den weitaus größten Raum ein. Es war der Ort, an dem die Bücher wohnten, und wie in jeder anderen Stadt gab es da gute und weniger gute Wohngegenden. In den guten Gegenden war alles tipptopp organisiert. Dort führte ein Katalogeintrag schnurstracks zu dem gewünschten Titel. Anders in den miesen Gegenden. Es waren Teile der Bibliothek, die halb vergessen waren, die man vernachlässigt hatte oder mit denen sich zu befassen so beschwerlich war, dass man es immer wieder aufschob. Dort waren die Bücher nach alten Katalogsystemen geordnet oder standen einfach nur wild durcheinander. Da gab es Bücherwände, die wie Münder mit klaffenden Zahnlücken aussahen, nachdem Bibliothekare, die dort längst schon nicht mehr tätig waren, einen alten Katalog ausgeschlachtet hatten, um die einzelnen Titel in ein System zu bringen, das zum damaligen Zeitpunkt als modern galt. Dreißig Jahre zuvor hatten sich zwei ganze Etagen schlagartig von einer guten in eine schlechte Gegend verwandelt, als eine rivalisierende Bibliothekarsfraktion den kompletten Larkin-Katalog verbrannt hatte. Und dann war da natürlich die Tür mit den vier Kupferplatten. Das große Geheimnis im Herzen der Stadt. Es war angenehm, in den guten Wohngegenden der Stadt spazieren zu gehen. Es war ein Vergnügen, dort nach einem Buch zu suchen und es genau an der Stelle zu finden, an der es stehen sollte. Das war einfach, war beruhigend und ging schnell. Doch die miesen Gegenden waren richtig faszinierend. Die Bücher dort waren staubig und schon lange nicht mehr benutzt. Wenn man eins davon aufschlug, las man womöglich Worte, die seit Jahrhunderten kein menschliches Auge mehr erblickt hatte. Inmitten des Unrats lagerten dort wahre Schätze. An diesen Orten suchte ich nach den Chandrian. Ich suchte stundenlang, ich suchte tagelang. Dass ich die Wahrheit über die Chandrian zutage fördern wollte, war der Hauptgrund dafür gewesen, dass ich an die Universität gekommen war. Und jetzt, da ich endlich uneingeschränkten Zugang zur Bibliothek hatte, machte ich viel verlorene Zeit wett. Doch obwohl ich viele, viele Stunden lang suchte, fand ich kaum etwas. Es gab einige Kinderbücher, in denen die Chandrian vorkamen und kleinere Schäden anrichteten, indem sie etwa einen Kuchen klauten oder Milch sauer werden ließen. In anderen feilschten sie wie die Dämonen in manchen moraltriefenden aturischen Dramen. Über diese Geschichten verstreut tauchten ein paar dünne Fakten auf, aber es war nichts dabei, das mir noch nicht bekannt war. Die Chandrian waren verflucht, und bestimmte Zeichen zeigten ihre Gegenwart an. Blaue Flammen, Rost und Zerfall, ein kalter Luftzug. Meine Suche wurde noch dadurch erschwert, dass ich niemanden um Hilfe fragen konnte. Wenn sich herumgesprochen hätte, dass ich viel Zeit auf die Lektüre von Kinderbüchern verwandte, wäre das nicht eben förderlich für meinen Ruf gewesen. Doch was noch wichtiger war, zu den wenigen Dingen, die ich über die Chandrian wusste, zählte, dass sie alles in ihrer Macht Stehende unternahmen, um ihre schiere Existenz zu verschleiern. Sie hatten meine Truppe ermordet, weil mein Vater ein Lied über sie geschrieben hatte. In Treben hatten sie eine ganze Hochzeitsgesellschaft ausgelöscht, weil einige Hochzeitsgäste auf einer alten Vase Abbildungen von ihnen gesehen hatten. Von daher erschien es mir nicht allzu klug, über die Chandrian auch nur zu sprechen. So stellte ich also meine eigenen Recherchen an. Nach ein paar Tagen gab ich die Hoffnung auf, etwas so Hilfreiches wie ein ganzes Buch über sie zu finden oder gar etwas so Substantielles wie eine Monografie. Dennoch las ich weiter und hoffte, irgendwo auf Bruchstücke der Wahrheit zu stoßen. Eine einzige Tatsache nur, eine Andeutung, irgendwas. Aber Kinderbücher sind meist nicht sehr reich an Details, und die wenigen Details, die ich fand, waren offenkundig der Fantasie entsprungen. Wo lebten die Chandrian? Über den Wolken. In einem Traumland. In einem Schloss aus Süßigkeiten. Was waren die Zeichen für ihre Gegenwart? Donner. Die Verfinsterung des Mondes. In einer Geschichte war sogar von Regenbogen die Rede. Wer schrieb so etwas? Wie konnte man Kindern Angst vor Regenbogen einflößen? Namen waren einfacher zu erlangen, aber sie waren offensichtlich alle aus anderen Quellen abgekupfert. Fast alle waren Namen von Dämonen, die im Buch des Weges erwähnt wurden, oder stammten aus irgendwelchen Theaterstücken, vor allem aus Däonika. In einer Geschichte, die auf geradezu peinliche Weise allegorisch war, waren die Chandrian nach sieben wohlbekannten Kaisern aus der Zeit des Arthurischen Reichs benannt. Das rang mir immerhin ein kurzes, bitteres Lachen ab. Schließlich entdeckte ich in den Tiefen des Totenverzeichnisses einen schlanken Band mit dem Titel »Das Buch der Geheimnisse«. Es war ein sonderbares Werk. Aufgebaut wie ein Bestiarium, aber geschrieben wie eine Kinderfibel. Es enthielt Abbildungen von Märchengestalten wie Ogern und Dennerlingen. Die einzelnen Kapitel bestanden aus einem Bild, das von einem kurzen, geistlosen Gedicht begleitet wurde. Das Kapitel über die Chandrian war natürlich das einzige, das keine Abbildung enthielt. Stattdessen gab es da eine leere Seite mit einem Zierrahmen drumherum. Das begleitende Gedicht erwies sich als vollkommen nutzlos. Die Chandrian ziehen von Ort zu Ort, doch es bleibt keine Spur, sind sie fort. Sie halten mit ihren Geheimnissen dicht, doch sie kratzen nicht und sie beißen nicht. Fern liegt ihnen Streiten, fern liegt ihnen Wut. Sie meinen es eigentlich mit uns ganz gut. Sie kommen und gehen, ehe man guckt, wie der Blitz, der grell vom Himmel zuckt. So ärgerlich es auch war, so etwas zu lesen, machte es mir eins doch vollkommen klar. Für den Rest der Welt waren die Chandrian weiter nichts als Märchengestalten, nicht realer als Butzemänner oder Einhörner. Ich wusste es natürlich besser. Ich hatte sie mit eigenen Augen gesehen. Ich hatte mit dem schwarzäugigen Cinder gesprochen. Ich hatte Helliax erblickt, der einen Schatten um sich trug, als wäre es ein Mantel. Und daher setzte ich meine Suche fort. Was der Rest der Welt glaubte, war mir egal. Ich wusste, wie es wirklich war.